Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zu einem neuen Fun-Projekt von Gothic 1. Wir spielen heute die LP Balance Mod von Gothic 1, aber in der Google Translate Freak TTS Edition von Neochromikon. Übrigens Neochromikons Link und der Link von Ressa, dem Ersteller von Game TTS, die sind beide in der Beschreibung, also wenn ihr deren Arbeit unterstützen wollt, dann könnt ihr das sehr gerne tun. Ich freue mich sehr, das wird wild. Das wird sehr, 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 sehr wild heute. Neochromikon hat mir gestern schon einige Samples geschickt, einfach damit ich weiß, worauf ich mich einlasse. Ja, das wird heftig. Ja und moin Leute, ich hoffe ihr wüsst, worauf ihr euch da einlässt. Ihr seht schon im Menü Download-Spiele, speichern sie das Spiel, klingt ja noch ganz richtig, weiterspielen, Meinungen, spielen sie das Intro, Punkt und sehr gotisch. Sehr gotisch wird auf jeden Fall, ja, das ganze Erlebnis hier. Ja, moin moin Leute, schön, dass ihr alle dabei seid. Ich denke, wir warten noch ein paar Minütchen und dann geht's gleich los. Damit noch ein paar Leute hier Zeit haben, dazu zu kommen und auch den Anfang mitbekommen. Ich hoffe, bei euch ist alles transparent. Ich bin mal gespannt, ob wir auch diesmal wieder die altbekannten Übersetzungsfehler bekommen oder vielleicht ganz neue, denn Neo, ich weiß nicht mehr genau, wie viele verschiedene Sprachen hattest du jetzt dabei. Einige, ne? Ich klicke mal auf sehr gotisch. Gothic Göre, ja oder nein? Nein, keine Gothic Göre. Ach ja, ja, hallo Leute. Wie lief das so bei deinen ersten Streams? Hast du ja schon instan 70 Leute drin? Ähm, ich denke, weil Streams generell auf meinem Kanal auch neu sind, müssen sich auch die Leute erstmal drauf so einstellen, ne? Viele haben es dann vielleicht auch nicht mitbekommen erst nachträglich, weil jetzt kommen ja teilweise immer noch Leute, die dazu, also die kommen dazu und fragen dann, hey, du streamst. Ich streame ja erst seit jetzt zwei Wochen. Heute ist quasi der Anfang der dritten Woche, wo ich streame. Ja, so ungefähr einige Sprachen plus zwei waren das. Ja, Grimes, ich glaube auch. Ich glaube, das war... Ich kann's kaum erwarten. Samo nicht frech werden. Hier, ich bin keine Gothic Göre. Deutsch, Russisch, Türkisch, Deutsch, Schwedisch, Deutsch. Eine sehr interessante Kombination von Sprachen. Das, äh, wird lustig. Äh, ja, bisher gibt es noch keinen Download-Link. Ich weiß nicht, Neo, willst du auch noch einen Download-Link zur Verfügung stellen dafür? Bisher hatte ich ja keinen. Du hast mir das einfach über Discord geschickt. Ähm, wenn Neo einen macht, dann werde ich ihn nachträglich natürlich zum Download auch hier unter dem Stream verlinken und den nächsten Stream. Und moin, Leute, an alle, die hier noch dazukommen. Schön, dass ihr da seid. Ich warte noch so ein Minütchen. Fünf vor können wir dann starten. Später kommt der Schläfer um die Ecke. Hör auf, Mann. Ja, das wäre geil. So wie der Drache gestern. Das wäre schon geil. So, wir starten mal ein neues Spiel. Das Intro wird ja unverändert sein. Das genießen wir dann noch. Und dann wird's wild. Let's go. Das Königreich Myrthana, wieder vereint durch die Handkönig Obers des Zweiten. In den langen Jahren seiner Herrschaft war es ihm gelungen, alle Widersacher des Reiches zu bezwingen. Bis auf einen. Feier! Der Krieg mit den Orks forderte seinen Tribut. Und die Gefangenen des Reiches sollten ihn bezahlen. Der König brauchte Schwerter für seine Armeen. Und jeder, der sich eines auch noch so geringen Verbrechens schuldig gemacht hatte, wurde zur Arbeit in den Erzminen von Korinis gezwungen. Um jede Flucht unmöglich zu machen, sandte der König die mächtigsten Magier des Reiches aus, eine magische Barriere, um das gesamte Tal zu berichten. Ich war einer der Magier. Aber etwas störte das zerbrechliche Gefüge der Magie. Wir waren nun selbst Gefangene der Barriere. Mehr als eine Sekunde der Unachtsamkeit brauchten die Gefangenen nicht. Korinis war nun in den Händen der Gefangenen. Der König hatte keine Wahl. Er musste verhandeln. Er brauchte das Erz. Monat für Monat lieferte der König den Gefangenen alles, was sie verlangten. Monat für Monat brachten sie dafür das Erz an den Rand der Barriere. In all den Jahren wurden viele Versuche unternommen, die magische Barriere zu öffnen. Aber keiner hatte Erfolg. Im Namen König Robas II., Träger des Zepters von Varand, Vereiniger der Vierreiche am Myrta... Falt! Gefangener! Ich habe dir ein Angebot zu machen. Dieser Brief muss den Führer der Feuermachen... Ist meine Wurst, Bruder. Du verschwendest deine Zeit. Deine Belohnung könntest du selbst wählen. Man wird dir alles geben, was du verlangst. Gut, ich werde deinen Brief nehmen. Unter einer Bedingung. Er spart mir den Rest von seinem Gefasel. Du war... Schweig! Gut, hinein mit ihm. Willkommen im Lager. Das reicht. Lass ihn in Ruhe. Macht, dass ihr wegkommt. Steh auf. Ich bin Tego. Sinn. Es ist mir egal, wer du bist. Du bist neu hier. Ich entzündere mich für Neues. Lassen wir es erst einmal. Aus Neutel. Warum haben sie dich hier zurückgelassen? Ja. Ich sage ja, das wird wild. Und Winter, vielen Dank. Vielen Dank für die 5,46 Euro. Weiß ich sehr zu schätzen. Dankeschön. Wie gesagt, diesmal wird alles noch ein bisschen wilder als in der letzten Version, denn die Sprachausgabe ist ja auch angepasst. Wir haben hier die komplette Freakshow heute. Und jemand hat gerade nach dem Randomizer gefragt. Für Gothic 1 gibt es leider keinen Randomizer. Noch nicht. Das kommt dann noch. Und Ragnar, fürs LP morgen habe ich leider schlechte Nachrichten. Morgen kommt ein Erklärvideo. Aber leider kein LP. Aber ich überlege mir noch was anderes. Aber wie gesagt, das hat jetzt mit dem Stream nichts zu tun. Wir haben jetzt hier eine Auswahlmöglichkeit. Das liegt an der LP Balance. Weshalb sind wir hier? Stärke einfach. Ich kann leider der Herausforderung mir abwenden. Mist, die königliche Garde. Leider habe ich kündig viele Wachen. So viel. Wenn Sie länger leben möchten, sprechen Sie mich ein wenig an. Ich werde Sie jedoch nicht davon antreiben, ihr Schicksal abzudelten. Wie geht es dir? Wie geht es dir? Ich habe einen Brief für einen Feuerwehrmann. Ja. Ich habe einen Brief für einen Feuerwehrmann. Aus diesem Grund. Ein Zauberer gab es mir, kurz bevor sie nicht verließen. Zum Glück kann ich keine Zauberer mehr mitbringen. Für diesen Brief würde sich Backers gerne selbst die Kiele durchmachen. Zauberer belohnen ihre Booten immer sehr gut. Und die meisten von ihnen haben hier nichts. Verstehen Sie? Wenn ich du wäre, würde ich schweigen, bis ich einen der Mann hier treffe. Obwohl es in ihrem Fall unwahrscheinlich ist. Worüber? Die Zauberer sind im Schloss im alten Lager. Nur kaum als Menschen dürfen das Schloss betreten. Huh, also. Ich habe viele Fragen. Wieso ist die TTS hier nicht so gut wie bei Gothic 2? Sie ist ja absichtlich schlechter. Aber wir können sie jederzeit, ich kann das Spiel jederzeit, wenn es uns zu viel wäre, wird, abändern. Also die TTS-Variante mit dieser Freak Edition ist optional. Okay, was muss ich über diesen Ort wissen? Wir nehmen es eine Kolonie. Sie müssen gehört haben, dass wir hier wegen des Königs ausgebrochen sind. Dort. Zumindest sind wir aus dem alten Lager. Innerhalb der Barriere gibt es drei Lager. Das alte Lager ist das größte von allen. Es war auch das erste... Scheiße, diese Aussprache macht eigentlich eine Kirre. Hallo Bisa und natürlich auch hallo an alle anderen, die hier noch dazugekommen sind. Äh, ja. Wer ist Konanz? Gomez ist der ultimative Barbaron. Der Leiter des Edemannig im Lagerst. Der starkste Mann der Kolonie. Der ultimative Barbaron, alter. Junge. Ja, moin. Hab gestern in deinem VOD gesehen, dass irgendjemand hier meinen seit acht Jahren benutzten Twitch-Namen geklaut hat. Der Nachtmar. Ja, kann auch ein Zufall sein, mein Lieber. Und Assonic, ja. Gothic, wie man es kennt. Der Nostalgie-Faktor ballert mal wieder. Was soll ich tun, wenn ich mich seit dem Volk anschließen möchte? Am Eingang des Schlosses finden Sie einen Mann namens Tor. Angenommen, Dino hat dich geschickt. Okay. Okay. Wie kann ich zum alten Lader? Folgen Sie einfach dem Wild hier. Das Old Camp ist von hier aus der Nist gelegenen einigermaßen sicherer Ort. Viele wilde Tiere huschen zwischen den Ladern hin und her. Und da darf es nicht gehen. Das ist Wahnsinn. Die Tiere huschen. Junge, was? Wo kann man Waffen kaufen? Wenn Sie an einer verlassenen Miene vorbeikommen, schauen Sie sich um. Sie werden bestimmt etwas Nützliches finden. Die Miene ist nur wenige Meter weiter unten am Passreich zu finden. Junge, Diego hat glaube ich mehrere Schlaganfälle hinter sich, so wer redet. Warum hast du mir geholfen? Weil du Hilfe brauchtest. Bolet und die Männer hätten dich töten können. Und ich konnte nicht sehen. Schließlich bin ich den ganzen Weg hierher gekommen, um ihnen Highlightsantrag zu machen. Angebot. Diego will uns also heiraten. Dann sind wir sicher. Wo ist dieser Polizist? Wir haben die anderen Bremen waren von der Außenwelt in das alte Lagerhaus. Vielleicht finden Sie es dort drüben. Aber wenn Sie vorhaben, ihn zu kontaktieren, seien Sie vorsichtig. Er ist ein erfahrener Kämpfer. Danke für die Hilfe. Wir sehen uns im alten Lager. Davor ich es vergesse. Das Leben in einer Kolonie kann für ein unerfahrenes Individuum äußerst schwierig sein. Wer überleben wird, muss die richtigen Entscheidungen treffen. Wieso hast du jetzt auf einmal meine Stimme? Komm, wir machen auf schwierig. Ich mag Herausforderungen. Was willst du sagen? Was? Okay, dieses weirde... Dieses weirde Wechseln. Wechseln. Wechseln der Stimme hat jetzt schon gepasst. Wie geht es dir? Es sind von FK-Boss sind keine Banditen in Sicht. Okay. Verzeihung. Was machst du hier? Stehen Sie sicher, dass niemand die Tauschstelle erreichen kann? Besonders die FKAM-Banditen. Du bist der Neue, den sie heute eingeladen haben, nicht wahr? Verstanden. Dann müssen sie sich vor den Wändern in neuen Lader in Acht nehmen. Die Spiele in Altenlager. Genau wie alle anderen, die sie an der Börse gesehen haben. Ich gehe davon aus, dass du bereits eine Wohnung mit Igor hast. Nein. Nein, habe ich nicht. Er hat mir bisher nur einen Heiratsantrag gemacht. Ich habe doch keine Wohnung mit ihm. Was soll das denn? Kean Nowak. Moin und transparente Grüße aus Flensburg. Ich glaube, der Stream wird... Ja, heute wird irre. Ja, der ist schon irre. Und Dankeschön für die 5 Euro. Dann solltest du. Es kümmert sich um den Neuen. Er weiß viele Dinge über die Kolonie, die für einen Neuen-Jahr-Köntling sehr wichtig sein können. Wie gesagt, Hayley, hey, it's Kate. Wenn es uns zu viel wird nach einigen Minuten, dann können wir das auch abändern. Oh, Junge. Aber das mit der Hochzeit ist echt schon offiziell, ne? Scheiße. Das ist meine Wurst, Bruder. Das ist meine Wurst, Bruder. Was ist mit dem alten Lager? Die Bergbaum-Bom-Ohne-Bach Alles unter Kontrolle. Unter ihnen sind die Wachen. Unter ihnen sind Scheiben. Englisch sind es die Gänse. Bumpe ist jeder, der hierher kommt. Wer besser werden will, muss zunächst in den Schatten treten. Was für Gänse, Mann. Da hat sie sein Land geworfen, Bruder. Begrüßte mich einer der Männer mit einer Ohrfeige. Das machst du jedes Mal. Du nennst den Taufe. Gibt es im alten Lager noch gute Leute? Die Schweine sind schon da. Aber solange sie für den Schutz bezahlen, ist alles in Ordnung. Boah, wie lange ich heute streame. Ich weiß nicht, wie lange ich das haushalte. Ich habe gesehen, dass sie eine Frau mit Waren geschickt haben. Ja, als Barone nehmen sie sich, was sie wollen. Dritt und der König hat das Erz den Frauen eingetauscht. Natürlich wurden sie auch verurteilt. Aber Gomes, sie hätten einige Kaka betreten, wenn sie nicht gewollt hätten. Ich bin nicht sicher, was schlimmer ist. Ich suche eine Waffe. Sie müssen eine alte Waffe in einer verlassenen Mine über der Schlucht finden. Aber machen Sie den Fehler, mit uns zu kommen. Busfahrt-Verserver schreitet vor ein Unfallansamt sich. Ein unerfahrender Kämpfer sollte diese nur verwenden, wenn es absolut notwendig ist. Stellen Sie sich zwar, dass Sie sicher zum alten Lager geleinen. Junge, 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 das ist einfach viel zu heftig. Brucht. Eine Schmierlaus, klar. Oh, Junge. Oh, Scheiße. Ich kann nicht mehr. Oh Mann, ey. Junge. Ich habe solche Tränen in den Augen schon, ne? Oh. Oh, Junge, Alter. Wie soll man das denn aushalten, wenn man jetzt schon vor Lachen weinen muss? Ach, Scheiße, ey. So, wie heißt das Mole Red? Rostiger Knöchel? Natürlich. Der rostige Knöchel. Ist das wieder Deutsch, Englisch, Russisch, Russisch und zurück? Ne, das ist Deutsch, Russisch, Türkisch, Deutsch, Schwedisch und wieder nach Deutsch. Toms. Junge. Was? Katz? Genau. Schneiden. Weißlikör. Ich weiß auch nicht. Also gerade die Schmierlaus, die hat mich fällig gemacht. Ja, Rudi aus Rasten. Sowas habe ich auch noch nie gesehen oder gehört. Oh, vom rostigen Knöchel zum alten Knöchel. Oh, ich bin so gespannt, was die beiden Jäger jetzt erzählen. Ja, Chinesisch ging nicht. Chinesisch war leider nicht möglich. Wir schauen uns doch schon die Itemnamen an. Hier. Alter Knöchel. Rostiger Knöchel. Wählen. Pfeil ist Pfeil. Oh, wir haben hier auch eine schöne ZRH. Fluch. Funktionen. Ach nee, Funktionen. Das F habe ich nicht gesehen. Essen. Getränke. Versuchen. Brief an den Feuerzauberer. Das Öffnen des Siegels ist verboten. Das lesen wir uns jetzt erstmal durch. Lieber Meister, mit großer Besorgnis haben wir Ihre letzte Nachricht erhalten. In diesem Brief haben wir Ihnen unsere Ratschlage und Entscheidungen mitgeteilt. Bruderschaft ist gefährlich. Gefahr für die weiteren Prozesse unseres Verständnisses, des Handels und damit für den König, das ganze Königreich und sogar ihr Leben. Man sollte daher zunächst Kundschaften aussenden und herausfinden, welche Götter und auf welchem Wissen ihre magische Kräfte beruhen. Sobald sie es herausgefunden haben, werden wir ihre Erkenntnisse mit den Priestern teilen, damit wir gemeinsam diesem Geist ein Ende setzen können. Wissenschaftler studieren bereits alte Bücher. Wir informieren sie umgehend über neue Erkenntnisse. Innos segne uns. Ja. Sehr schön. Sehr aufschlussreich. Uh, die reden. Das müssen wir uns anhören. Vielleicht hast du recht, wenn du denkst. Von der Kredis. Äh. Wir haben sie kaputt gemacht. Aber dann halten sie dich. Nicht jeder muss es sofort wissen. Fassen Sie eine Minute. Hallo, Duru. Was spielst du? Ich warne sie. Wenn sie hier weitermachen, dann leichen sie unser Jad Revier. Ja, moin an alle, die hier noch dazukommen. Moin, moin. Was machst du? Hauptsächlich Raströsser. Sie geben etwas Fleisch. Außerdem ist es sich zu schwer, den Überblick zu behalten. Wenn du weißt, wie. Aus diesem Grund? Und vielen? Frag mal den Freund, der hat's hier. Er weiß mehr über das Zeug als ich. Junge, diese Betonung ist so affig. Warum ist dieser Bereich gefährlich? Du bist gerade erst angekommen, nicht wahr? In der Kolonie gibt es verschiedene Gefahrenzonen. Die Straßen zwischen den Lagern sind recht sicher. Aber auch dort treffen sie möglicherweise auf Wölfe, die sie als leichte Beute betrachten. Und genau so ist es, bis man die richtigen Waffen und Rüstungen hat. Oh, das klang ja aber ganz vernünftig. Wo kann ich die beste Ausrüstung kaufen? Der nächste Standort ist das alte Lager. Du musst nur dem Weg folgen, wie du gekommen bist. Aber hier, in neuen Lagern ist alles günstiger. Wenn die restlichen Leute es wissen. Mordrag. Wenn du zum alten Lager gehst, täte dafür. Er ist einer von uns. Für etwas Erz lässt es sich gut verkaufen. Was? Erzählen Sie mehr über die Gegner der Kolonie. Wenn Sie zwischen Ladern reisen, benötigen Sie eine Karte. Förderisch können Sie Verbindungswege von Sackgassen unterscheiden. Sackgassen führen dich oft in gefährliche Abrunde, wo du auf Kreaturen triffst, denen du zuerst aus dem Weg gehen solltest. Vermeiden Sie die antiken Ruinen. Die Dinge sind voll davon. Bei vielen handelt es sich um alte Befestigungen oder verlassene Ortbehausungen aus den ersten Kämpfen mit den Orks. In diesen Ruinen wimmelt es oft von Orks. Oder schlimmer. Ich habe diese Orte besonders nachts gemieden. Und wenn Sie noch einen letzten Rat wünschen, betreten Sie den Wald nicht. Das sind gute Tipps, der hier hat. Und ich frage mich, ob Gothic mit dieser Sprachausgabe mehr Hype gehabt hätte. Das ist eine sehr gute und sehr berechtigte Frage, Hochkönig. Ich glaube schon. Das wäre noch besser angekommen, wahrscheinlich. Wo da kamen deine Karten? Fragen Sie das alte Lager. Ich glaube, dort gibt es einen Kartenhersteller. Vielleicht kannst du eine seiner Karten stehlen. Wenn du kannst, bring es mir. Wenn ich dort in der Runde zu bezahlen, bring mir so viel mit, wie ich traben kann. Ich liebe dich. Du solltest darüber nachdenken, in Sniffkant zu kommen. Wenn Sie dort angekommen sind, fragen Sie Lars. Es kümmern sich um die Neuen. Sie müssen etwas für Sie haben. Junge, der macht mir voll Angst, Mann. Danke für die Hilfe. Denke nicht, dass alle hier zu netzend sind. Ein neues ist nicht billig. Und manch einer hier wird einem das Herz für einen alten Blick brechen. Ich werde es mir melken. Das Herz brechen. Oh, Junge. Glück. Was? Scheiße, was ist das für eine Einsteuerung? Variabler Waffenschaden von mir aus, komm. Okay, Variabler Schaden aktiviert. Das muss von der LP Balance sein. Boah. Ja. Gothic ist jetzt offiziell in Dating-Simulationen. Das stimmt, A-Sonic. Sie sind ja auch der Jagt. Nach rechts. Verstanden. Was willst du? Habt ihr Jagt jetzt? Ich kann etwas für dich tun. Aber alles hat seinen Preis. Was würde das sein? Zum Start gewirkt ein guter Schluck Bier. Der würden später sehen. Hier, trink ein Bier und erzähl mir von der Jagt. Junge, Alter. Die Idelfresser, die wir Großvögel nennen, werden am besten alleine angegriffen. Einzelne Arztfresser können sie ganz einfach aus der Packung herausziehen. Wenn man ihnen zu nahe kommt, werden sie wütend. Nach einer Weile werden sie dich angreifen. An diesem Punkt sollten sie ihre Waffe in der Luft halten. Wenn du es isst und triffst, bevor es dich trifft, mach weiter so und du wirst die Kreatur ohne einen Kratzer besiegen dran. Zuerst, wenn sie interessiert sind. In Ordnung. Stellen sie nur sicher, dass es sie nicht zuerst trifft. Schade, dass die Scavenger nicht wirklich Igelfresser heißen. Das ist einfach viel zu gut. Was können sie dir sonst noch über die Jagt teilbringen? Sehr aber. Aber es würde sich mehr kosten als Bier. Wenn sie wissen, wie, können sie den Kreaturen, Zähne, Haut oder Krallen abschneiden. Manche Dinge sind schwer zu bekommen. Deshalb sind sie wertvoll. Zumindest werden alle Handwerks, die sie dehnen, mit ihnen handeln. Hallo Markus Rippel und ja auch an alle anderen Hallo, die hier noch dazustoßen. Ja, das lustige Gothic-Erlebnis geht weiter mit Gothic 1. Sie wollen viel zu ihr wissen. Vielleicht. Aber du kannst tun sie sich damit tonnenweise Arzt. Jedes Tier, das sie töten, ohne zu wissen, wenn man es richtig schlachtet, verratet einfach. Dies ist eine verpasste Gelegenheit, sie zu räumen und teuer zu verkaufen. Wenn ich sie werde, er ist diese Informationen so schnell wie möglich. Was war da dran? Was können sie dir sonst noch über die Jagt teilbringen? Sehr aber. Aber es würde ich mehr kosten als Bier. Wenn sie wissen, wie, kann sie zumindest wegen allen Handwerks, die sie dehnen, mit ihnen handeln. Achso, Wunsch. Ich dachte gerade, das Fell zerreißen, Spaltung von Chlor, ja. Und äh, heutende Reptilien. Ich kam zurück. Okay, perfekt. Welchem Lager werde ich mich anschließen? Weiß ich nicht. Die, die mir das beste Angebot machen. Mal gucken. Noch bin ich sehr unentschlossen. Bisher waren alle sehr liebevoll. Was, Brücken? Gehen Sie unbedingt zum alten Lager. Dort ist eine Spitzsache für Sie vorbereitet. Hä? Brücken Uhr? Was machst du hier? Wie sieht es aus? Wir schützen die Durkern. Wir stellen sicher, dass die Kreaturen nicht die Durkern überqueren. Habt ihr Tipps für mich? Ja. Ja, Markus, wenn du Interesse hast, du kannst ja die Streams, die gelaufen sind, auch nachträglich noch angucken. Die sind ja auch auf meiner Kanalseite zu finden unter dem Reiter live. Die Brücken Uhr. Hallo, ich bin zum ersten Mal hier. Ich freue mich für dich. Ist das ein altes Lager? Nein, das ist ein neues Lager. Das alte Lager liegt unter der Brücke. Was, was, was? Lass mich stoppen. Ja. Die jungen, die kriegen alle so, so fertig. Hutschutz. Was machst du hier? Wenn Pormis es nicht will, sorge ich dafür, dass niemand hierher kommt. Machen Sie sich also keine Sorgen, wenn Sie zu Hause sind oder das letzte Mal hier waren. Ich mache mir keine Sorgen. Ich möchte kranken. Du bist nicht hier, um Ehrgeiz und Machen, oder? Natürlich hatte ich vor, das gesamte Lager zu zerstören. Lustiger Kern. Diesmal keine lustigen Typen. Oh, Junge. Das Zerstören hat sich gerade so angehört, als wäre der Held. Als wäre der Held gekommen, Mann. Junge, die sind alle so weird, Mann. Hey, Ruxion. Ja, das wird richtig wild. Reden wir mal mit Thor, Mann. Es sieht nicht so aus, als würdest du irgendwie mal ein Schloss lassen. Nur kaum als Menschen dürfen das Schloss betreten. Ich muss zum Schloss. Ich habe einen Brief für einen Feuerwehrmann. Soll ich dich jetzt zum Schloss gehen lassen, damit du das Schloss abgeben und deine Belohnung erhalten kannst? Tera. Okay. Zeig mir den Brief. Zweig, ich kann nicht außer Kontroll mit den Daten. Zweig, der ist das. Schon vergessen. Ich möchte für Kornis spielen. Ja. Und warum glauben Sie, dass Kornis daran interessiert wäre, dass sie für ihn spielen? Ich weiß nicht, warum. Alter, ich habe mich gerade so verschluckt beim Lachen, dass ich fast gestorben bin. Junge, moin moin an alle, die da zustoßen. Was ist mit den Stimmen los? Und Low, die wurden extra von Neo-Chromicon bearbeitet, damit sie noch weirder klingen. Rico sagte, dass sie erst seit den Entschieden haben, um wen Kornis sich kümmern würde. Lachen. Wenn die gut denkt, dass es dir gut geht, kann er auch gegen dich kürzen. Jetzt erkläre ich dir, wie es funktioniert. Die Korn wird sie auf die Probe stellen. Wenn ihr denkt, dass du gut genug bist, brenne ich dich mit Kornis zum Schloss. Was dann da passiert, liegt bei Ihnen? Scheinbar! Ich trete mit die Tür wegen. Junge, scheinbar, was ist mit ihm? Warum stellen Sie mich nicht auf die Probe? Es ist nicht so. Bebel, jeder im Neuling, der sich überweisen möchte, braucht einen Anwalt. Es muss einer der Anwälte sein, die nun Thomas die Vorgericht stellen wird. Und wenn du es vermasselst, wird er für dich, Achin. So läuft es hier. Das macht Sinn, klar. Es muss eine Aufgabe geben, bis alle die größten. Achin! Oh Junge, das ist wirklich... Nicht nur du findest das gruselig, Hochkönig. Ich habe Angst und lache, weil es gleichzeitig auch lustig ist. Aber ich habe auch sehr viel Angst vor dem hier, was hier gerade passiert. Ich kann tun, was immer du mir sagst. Aus diesem Grund? Also stürzt du an Scheitern. Es gibt etwas, was du konntest tun kannst. Das sind Leute. Aber ich warne dich. Wenn du es vermasselst, steckst du in großen Schwierigkeiten. Ich bin bereit für ihre Aufgabe. Aber was ich Ihnen gleich sagen werde, wird zwischen uns bleiben und niemand außer uns beiden wird es erfahren. Wissen Sie? Ja. Sie haben ein Problem mit einem Mann aus dem neuen Lager. Mordrat ist sein Name. Er ist stark in Erzbaronenwahlen. Immer kann machen, dass viele Schläger. Aber dieser Junge kommt in unser Bezettungslager und verkauft unsere der Stöhnenbezettung gegen Stände an die Bezettung gegen Stände zurück. Was? Er ist in dieser Hinsicht offensichtlich zurückgegangen. Aber ich kann nichts tun. Er weiß es sehr gut. Worüber? Weil er unter dem Schutz von Madien steht. Marius, bitte was ist hier denn los? Ja, das fragen wir uns alle, was hier los ist. Also die Stimmen sind schon heftig. Ja, wie ein Zauberer. Ihr Problem. Ja, aber eine, die schwer zu bestimmen ist. Vor ein paar Jahren versuchte einer der Schatten den Meisterfeuer durch zu erstessen, während er schlief. Es wurde später in Gering gefunden. An verschiedenen Stellen in der Ring. Dem D-Ring? Was ist denn wohl der D-Ring? Der Zauberer, warum dieser Morddottenschutz? Waren wir für sie als Borte fundiert? Unsere Zauberer stehen in Kontakt mit den Zauberern im neuen Lader. Sie sanden wir den Gäßig-Navichten hin und her. Will ich einen ihrer Agenten aus dem Lader rausschmeißen oder töten, können sie sehr lästlich werden. Was ist mit mir passiert? Was glauben Sie, was die Zauberer, die mir gemacht haben? Du bist neu. Dir wird nichts passieren. Ich bin verantwortlich für das, was meine Kinder tun. Deshalb ist es so wichtig, den Mund zu halten. Ach du Scheiße. Und Marius, Dankeschön für die Cannabik-Gleitschaft. Dankeschön. Das Schlagdruck kann ich finden. Sie finden es in Sötur, auf der anderen Seite der Tod. Direkt am Allemdang. Dieser Bösewicht wagt es nicht mehr, in das Lader anzudringen. Zahle für einen Mann töten? Ich möchte, dass du sicherstellst, dass ich ihn hier nie wieder sehen muss. Wie sie dies tun, liegt bei ihnen. Das klingt so falsch, alles. Es klingt alles so falsch. Oh, Junge, Alter. Mir tut auch alles weh. Mein ganzes Gesicht tut mir weh. Und meine Augen tun mir auch weh, weil ich gerade schon Tränen in den Augen hatte. Ich lebe mit Thor. Nein, wir sagen es jetzt, Diego. Wir leben nicht mit Diego. Wir nehmen seinen Heiratsantrag nicht an. Wir leben mit Thor. Ich stehe nur mit Thor. Und was steht da? Wenn du denkst, dass ich gut gekündigt bin, will er mich zum Zelten mitnehmen. Sieht so aus, als hätte ich einen neuen Job gefunden. Sollen wir anfangen? Sofort sollten sie einige Dinge wissen. Alter, was? Ich will nicht mit Thoros zum Zelten gehen, Mann. Was muss ich wissen, um das alte Leiter zu übertreten? Wenn sie angenommen werden möchten, müssen sie zusätzliche Punkte sammeln. Es gibt mehrere mächtige Leute in der Wind. Die meisten sind Schatten. Wenn sie es schaffen, ihn zu bereindrucken, erhalten sie Punkte. Dann sollten sie ein Vertrauenstest machen. Auch für Anfänger, wie sie gibt es viele neue Fähigkeiten zu erlernen. Die mehr sie lernen, desto wertvoller sind sie für uns. Was ist dein Vertrauenscheck? Ich möchte, dass du statt mit zur alten Miene gehst. Dort triffst du einen Mann namens Jan. Sie erhalten eine Liste. Diese Liste ist wichtig. Er sagt, was die Männer in der Miene von uns wollen. Wir schicken es ihnen dem nächsten Konvoi zu. Der Problem? Der... Dieses Problem? Lassen Sie nicht zu, dass Niffkamp ganz oben auf der Liste steht. Wie gesagt, die Liste ist wichtig. Wenn sie das gut machen, werden sie einen großen Schritt nach vorne machen. Fabius, das ist eben eine andere Art von Humor. Das eine, was trocken rübergebracht wird, ist ja auch dadurch noch mal lustiger. Und das hier ist einfach die komplette Freakshow. Es war ja auch nur ein Versuch. Wenn die Liste so wichtig ist, warum sollte ich an sie nicht lieben? Weil du ihm erzählt hast, dass Digo dich geschickt hat. Ich werde es ihm sagen. Ich werde es ihm sagen? Oh, Junge, Alter. Ich glaube, ich werde in diesem Run nicht alle Dialoge direkt hintereinander durchgehen. Ich schaffe das nicht. Das ist einfach zu viel. Ich glaube, wir müssen die Stimmen ein bisschen abswitchen. Aufrichtig. Aufrichtig. Wir müssen auf jeden Fall mit Matt sprechen. Hast du das habe ich noch nie gesehen? Wenn es ihnen nichts ausmacht, bekleide ich sie eine Weile. Sind sie sicher, dass sie es auf ihrem Rücken verwenden können? Knobel da. Sag mit mir. Groß. Unterwegs können wir uns ein wenig unterhalten. Ja, der gute Schmutz. Sag mir, wohin du gehst, oder ist das eine Überraschung für mich? Ich mag Überraschungen. Ja, ich habe eine große Überraschung für dich, Schmutz. Ich meine, dass er Schmutz heißt, war ein bisschen vorhersehbar. Hüste. Wie geht es dir? Nicht schlecht. Sehr gut kocht. Wird ihr weit zu verkriegen. Möchtest du etwas von meinem Reiseantupf? Hier, neben dem Wesen. Vielen Dank. Kannst du mir ein Gefallen tun? Klar. Womit kann ich dir helfen? Ich bin mir sicher, dass er gerne gut ist. Ich habe, es gibt ein neues Rezept. Halbfertlicher Insektenrentopf mit Reis und Blödsinn. Du kannst haben, was du willst. Aber ich brauche noch drei Wollhäuse und ein Tasseln und Blödsinn. Fünf sollten reichen. Neo, das wäre auch interessant. Nur der Held redet so bescheuert und die anderen reden normal. Das, äh, wir können ja noch ein bisschen so weiterspielen. Zumindest eine Stunde voll machen. Da können wir ja mal abswitchen und gucken, ob es dann lustiger ist, wenn nur der Held so bescheuert redet. Ne? Wo kommen Wollläuse vor, natürlich? Wo kommen Wollläuse vor? In der Barre Lidl. Es gibt mehrere verlassene Hütten in der Nähe der Dortmauer. Sie müssen dort sein. Lassen Sie sich nicht von Ihrem Schlechten aus enttäuschen. Himm sind köstlich. Himm sind köstlich? Hm. Wo gibt es Pilze? Wenn Sie das Südor verlassen, das ist ein Turm. Direkt vor Ihnen finden Sie eine Ebene, auf der Pilze wachsen. Ja, da der Mann, den du von dir geschickt hast, der Name war weg. Er war eine sehr unglücklich. Ich glaube, er ist jetzt in einem neuen Sarka. Da war es wegen Pilzen geschickt. Da war er zwar nicht zurück. Ich meine, wir können ja auch von Stream zu Stream verschiedene Sachen ausprobieren. Oder beim nächsten Mal. Also gestern hatte Ressa auch noch die Idee, dass er die kompletten Texte mit Chat-GPT umschreiben lässt. Er hat auch da gestern schon so einen Probeversuch gemacht, wo er zum Beispiel Schreibe mir alle Gothic-Texte auf Jugendsprache um von Chat-GPT. Und das war halt auch übelst witzig, wenn man sich das so angeguckt hat. Dass dann war da so Diego und sagt, ja, ich chill hier mit meinen Jungs im alten Lager, Digga. Gomez ist der größte Baba. Und so ein Schwachsinn. Und das zu vertonen, wäre halt auch übelst lustig, ne? Müssen wir mal gucken. Wieso sagt er nichts? Ich möchte Sie warnen. Für jemanden, wie Sie kann es vielleicht passieren, dass er in Schwierigkeiten gerät. Und die meisten Leute, die Sie erbringen, sind Gauner. Sie denken, sie können mit dir machen, was sie wollen. Aber das werden wir nicht zulassen. Und wir sind Ruhe im Lager. Und dafür müssen wir wieder sorgen. Eine solche Aufgabe ist jedoch äußerst kostspielig. Weshalb möchte ich ein paar Jungen wählen von dir? Was? Sie sollten dies als Öffentlichkeit betrachten. Sie helfen uns und wir helfen Ihnen, wenn Sie Probleme haben. Sind wir versieden, da? Ja, ich traue dir irgendwie nicht. Dein Name ist schon sehr, naja, auffällig. Und hallo Razer. Und Lo, das ist noch nicht in Arbeit. Das war nur ein Versuch. Das ist nicht in Arbeit. Ich glaube nicht, dass ich etwas ändern will. An dieser Geschichte muss etwas dran. Bist es eine Runde? Das ist eine Empfehlung von hinten. Was? Ich habe es nicht mal weggeklickt und er sagt einfach, es ist eine Empfehlung von hinten. Hä? Ich schwöre es euch, ich habe das nicht... Ich habe es nicht weggeklickt. Lass mich dies nicht stören. Ich beide... Du, du, mach dir keine Sorgen. Das ist gerade automatisch passiert. Ich habe es nicht weggeklickt. Ich bin angsterfüllt. Ich bin zum ersten Mal hier. Wer bist du? Ich bin Balterwan von Zeeperbrotter. Okay. Was ist deine schlafende Bruderschaft? Sie sind eine Gemeinschaft von Anhängern eines neuen Glaubens. Unser Lager liegt restlich von hier in einem sumpfigen Gebiet. Ich bin gekommen, um Fremden wie Ihnen die Theorie des Schläfers einzubringen. Bin gespannt. Bin sehr gespannt. Herr Schläft! Der Schläfer ist unser Retter. Es wurde uns vor fünf Jahren von unserem Meister Iberviol offenbart. Seitdem haben wir den drei Göttern entsackt. Und das sollten sie auch nicht. Die Götter rießen zu, dass wir in dieses Gefängnis verpankt wurden. Aber der Schläfer wird uns zurück in die Freiheit bringen. Sollen wir dann die andere Version einmal ausprobieren? Wo nicht alle so weird reden? Einfach um zu gucken, wie das ist? Oder sollen wir erstmal so weiterspielen? Was meint ihr? Gebt mal Bescheid. Erzählen Sie von der Detektion der Schläfer. Der Schläfer ist ein mächtiges Wesen. Vielleicht sogar mächtiger als der Gott in Russ. Er ist dem Geiste bei uns. Aber seine Macht ist immer noch begrenzt. Ein tausendjähriger Schlaf schläft. Aber die Zeit des Erwachens ist nahe. Er hat uns dazu auserwählt, ein Weckruf zu sein und seine Lehren zu verbreiten. Siehe, diejenigen, die den Schläfer ertragen, werden unsterbliche Seelen sein. Aber diejenigen, die ihn abwähnen, ob er sich in Sokali ersetzen, werden zerstört. Aber der Schläfer ist barmherzig und zeigt allen Skeptikern seine Macht. Ich würde sagen, ich speichere mal eben und verändere kurz das Spiel. Mache eben die andere Version drauf. Brauch ich höre. Ja. Ihr habt dann kurz einen schwarzen Bildschirm. Und dann mache ich das mal eben. Dann probieren wir das einfach mal eben aus. Weil mich würde das dann auch interessieren, wie das in der anderen Version ist. So. Ein Moment. Moment. Jetzt müsste nur der Held sich so anhören und die andere normal. Ich denke, es ist ein guter Kompromiss, wenn einer verrückt ist und die andere normal sprechen. Ich glaube, das hält man auf Dauer länger aus. Wie soll der Weg denn die Freiheit aussehen? Wir bereiten eine große Schlafphase vor, in der alle Neuankömmlinge zusammenkommen. Wer in diesem Zauber schläft, öffnet den Weg zur Freiheit. Ich muss zum Schloss. Kannst du mir damit helfen? Ich fürchte nicht, Bruder. Nur wer Kräuter nach Gourmes bringt, darf das Schloss betreten. Wir sammeln Sumpfgras und verkaufen etwas davon an das alte Lager in Tauschstiegenwaren aus der Außenwelt. Wenn Sie einer der Kuriere sind, die Chor-Kalom anrufen, können sie zum Schloss kommen. Aber natürlich musst du einer von uns sein. Was willst du von einem Arthur? Äh, weiß ich nicht. Hey Jorgi, hast du vielleicht Infos zur Gothic 3 Community Story Project? Äh, nee. Gar nichts. Ich habe auch keinen Kontakt zu den Leuten, die das machen. Also, von daher. Wurdest du eigentlich schon von Jules für sein Quiz angefragt, Jorgen? Nee, auch nicht. Ich habe auch noch keine Version, also noch keine Folge davon geguckt, muss ich auch ehrlich sagen. Aber ich habe gesehen, dass er das gemacht hat. Total andere Stimmung direkt, das stimmt. Das ist eine ganz andere Stimmung. Ich habe einen Brief, ein Feuerwehrmann. Hä? Und wo hast du es her? Das haben dir doch die Zauberer gegeben, bevor sie dich hierher geworfen haben. Nicht wahr? Du bist zu dumm, das zu sagen. Aber keine Sorge. Ich behalte es für mich. Tu dir selbst dein Gefallen und erzähl es niemandem, okay? Die Leute hier werden einem für solche Dinge die Tele durchschneiden. Jeder möchte für die externe Berichterstattung belohnt werden. Ja, so kann ich mir die Gespräche auf jeden Fall... Sie haben keinen Plan. Wohin Sie wollen? Auf der Suche nach einem ruhigen Ort? Wo können wir uns kurz unterhalten? Gar nicht am besten Schmutz. Also so kann ich mir das auf jeden Fall besser anhören, hier alles. Äh, wieso hat er keine Sprachausgabe? Was, weh, was bin ich so viel da? Ich kann dir damit helfen. Und wie? In der Nähe des Lagers leben zwei Männer, von denen einer Erzbarone ausgeraubt hat. Dies ist ein wertvolles Amulett, das den letzten Kornvori begleiten sollte. Sie benötigen weiterhin... Wer von uns sich dazu entschließt, wir werden Erfolg haben. Ich kann das nicht alleine schaffen. Was sagst du? Du solltest vorsichtig sein, was du sagst. Was passiert, wenn man ein Amulett hat? Licht. Ich werde es zurückgeben und die Belohnung erhalten. Sagen, du hast Gomez herausgefordert, weil er mir geholfen hat, das Brett zu rocken. Ja, Jan, das stimmt. Jetzt klingen die NPCs sehr geduldig und verständnisvoll, weil die merken, man hatte ein Problem. Sehr nett und, äh, sehr nett ausgedrückt, Jan. Das stimmt. Vielleicht hast du recht. Machen wir Meta. Nein. Machen wir Meta. Oh, ja, dummer ist es ja alleine bei mir mit den Jungs. Okay, okay, halb und halb. Es reicht. Aus diesem Grund. Ich bin in deinem Leben. Mh, 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 mh. , mh, 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 mh. Ich bin bei dir. tun, wenn ich an diesem Kampf teilnehmen möchte. Du wirst also zunächst einmal zum Schatten. Dazu müssen sie einen Anwalt finden. Jemand, der dir alles erklärt und für dich einsteht. Keke, wenn ich du wäre, halte mich neben Divo. Hab mich auch. Es ist gut. Es gibt ihnen einen Vertrauensdest. Jeder sieht anders aus. Dann gibt es noch ein paar kleine Details aus anderen Schatten. Sobald sie sich dazu entschieden haben, sind sie fertig. Okay. Jemand, was haben die eigentlich immer mit den Häusern von den anderen? Okay. Ich erzähle dir etwas über das Alte, der sagt ja. Es ist das Größte und Mächtigste der drei Lager. Gomes und die Männer kontrollieren das Lager und damit die gesamte Erzbeute. Einmal im Monat schickt uns der König, was wir wollen. Wir haben eine alte Tasche, weißt du. Es kommt auf das Erz an. Er schickt uns Araber, Brot, Fleisch, Waffen, alles. Auch sie können ihren Anteil erhalten. Alles, was sie tun müssen, ist Gomes tote Menschen. Ja, genau. Warum hat sich Grimm da jetzt so hingesetzt? Du verbrechst die alte Biene. Geh zu Gran. Er zieht Karten. Sag, ich schulde dir etwas. Senden Sie die Karte. Dort finden Sie eine Mine. Es befindet sich links von der Nordtür. Klar. Was ist mit den anderen beiden Lagern? Die anderen beiden Lager verließen das Lager, um ihren dummen Fluchtplan zu verfolgen. Westig der Kolonie gibt es ein neues Lager. Die Zauberer dort glauben, dass sie die Barriere durchbrechen können, wenn sie genug Erd sammeln. Dann gibt es im Osten den Kult der Verrückten. Die kampen in einen Sumpf und beten zu ihren Götzen, um sie zu retten. Wie sie es sagt. Wenn ich du wäre, würde ich meine Zeit nicht mit Verrücktheiten verschwenden. Nee, nee, mach ich auch nicht. Erzähl mir von der Barriere. Dazu gibt es nicht viel zu sagen. Er tut es nicht. Was passiert? Finde ich ja wieder weg. Der Letzte, der es versuchte, starb auf der anderen Seite. Diese verdammte Barriere lässt dich rein, aber du kommst nicht raus. Wenn es hier einen gibt, werde ich ihn finden. Hast du es weilig, hier rauszukommen? Du bist einfach hier. Wo finde ich wichtige Kontakte? Einer ist direkt vor dir und dann ist da noch der Tor, den du bereits kennst. Was die anderen betrifft, müssen sie selbst herausfinden. Wenn sie dies nicht können, gibt es im Rara sowieso nichts zu tun. Gehen sie einfach durch den D-Ring und sprechen sie mit den Leuten. Dann wissen sie, wem sie treu bleiben müssen. Im D-Ring, ja. Von wem kann ich leider nicht? Für Anfänger bleiben sie bei ihren Fingern. Er ist der Klügste unter uns. Wenn sie die Augen offen halten, werden sie andere Menschen finden, die ihnen etwas beibringen können. Wo kann man diese Finger finden? Seine Hütte liegt etwas weiter hinten, direkt neben der Burgmauer, wenn man von hier aus zur Arena geht. Wenn sie vor den Burgtoren stehen, gehen sie nach links hinunter in die Arena. Kannst mir etwas tun? Du kannst mir etwas tun! Ja. Bei mir können sie lernen, ihre Fähigkeiten zu verbessern oder ihre Kampfkraft zu steigern. Worte des Lernens. Komm bald wieder. Es gibt so viel zu lernen. Das merke ich schon. Aufrichtig. Aufrichtig. So. Stärke ist Stärke. Geschicklichkeitstalent. Bedeutung. Ist Mana. Lebensnotwendige Energie. Missbrauch. Spezielle Fähigkeit. Missbrauch. Warum? Hallo Gliga. Fluch. Nein. Schloss öffnen. Analphabet. Ja, ich bin überall noch Analphabet. Aufsache. Von Waffenfertigkeit ist einfach 250. Sie haben keinen Plan. Wohin Sie wollen? Auf der Suche nach einem ruhigen Ort? Wo können wir uns kurz unterhalten? Ach man ey, das ist einfach zu viel. Man muss nicht alles glauben. Hallo Grab. Wie geht es dir? Das Leben hier hat sich verbessert, seit ich die Mine verlassen habe. Wohl, ihr bekommt mein alter Arzt. Ich helfe Menschen, die Probleme haben. Wenn sie Probleme mit mächtigen Leuten haben, kann ich sie lösen. Das ist schön. Wenn ich ein Problem habe, können Sie mir helfen? Nehmen wir an, Sie haben ein Problem mit Thor. Es ist am besten, es niemals geschehen zu lassen, aber man weiß nie, was passieren könnte. Thor kann ziemlich stur sein. Wenn du dich mit ihm anlegst, kann er nicht mehr mit dir reden. Das ist schlecht. Denn als Anfänger ist man darauf angewiesen. Ich weiß also, dass du zu mir kommen wirst, dass die vielen Menschen die Thor beeinflussen. Sie haben Gutes über dich gesagt und Thomas ist wieder auf deiner Seite. Es ist klar, dass die Jungs das Erz dafür sehen wollen. Dein Erz. Und ich sorge dafür, dass ihr Erz die richtigen Leute erreicht. Das ist nett. Danke. Dankst du, wir helfen. Ich denke schon, aber... Ich denke, wir haben sie. ...und dieses Ding kann zwischen 100 und 500 Erzen kosten. Er war nicht sehr schlau. Mit Thor? Soweit ich weiß, hat er kein Problem mit dir. Keine Sorge. Wieso ist der so abgeschnitten? Könnte er keinen Fall für die Schatten, die nicht da an der Menschen sind. Von allen Schatten hat Digo am meisten zu berichten. Fingers, Wistler und Zluh sind in der Nähe. Dexter und Fisk verkaufen ihre Artikel auf dem Markt. Die haben viele Kunden, auch unter den Waffen, und sind daher einflussreich. Und dann ist da noch Skati, die die Arena leitet und entscheidet, wer kämpfen darf und was nicht. Es gibt viele Leute, die ihm immer noch etwas schulden. Du kannst es auch behalten. Laufen Sie im Kreis? Ich meine, ich weiß nicht, wohin es gegangen ist. Ich auch nicht. Ich weiß auch nicht, wohin es gegangen ist. Du gehst da rein, hallo. Was hast du dort gemacht? Schlafen. Lass mich... Ja. Wie tut es dir? Das lernt man auch. Seien Sie immer wachsam. Sogar nachts. Ich habe seit Tagen nicht gut geschlafen. Und wer hier in der Kolonie nicht schläft, der verdoppelt sich. Verfasst. Was sind hier die wichtigen Orte? Nun, wenn Sie mitmachen wollen, gehen Sie nachts in die Arena. Wenn Sie etwas kaufen möchten, gehen Sie am besten auf den Markt. Dort bekommt man fast alles. Außer Karten. Wenn Sie Tickets kaufen möchten, gehen Sie zu Grahams. Seine Hütte liegt gegenüber dem Burgtor. Ich glaube, ich habe in meinen etlichen Runs nie Geld bei dem bezahlt. Äh, ja, das ist auch Scam. Also, der sagt das zwar. Vielleicht war das mal geplant, aber man kann... Man kann gar nichts bei dem bezahlen. Wer ist der Beuys? Grummes erleuchtet den Armatum. Aber wir Bagger haben es nur mit seinen Wachen zu tun. Es ist besser, wenn sie dich nicht bemerken. Sobald sie hier bemerkt werden, sind wir in Schwierigkeiten. Wie kann ich diese Krankheit weit retten? Ich bin nur eine Gans. Wir haben hier nichts zu sagen. Positionieren Sie sich mit Wachen oder Schatten. Äh, er ist nur eine Gans. Ganz klar. Oh Mann. Na, Blutsieger? Wir werden's sehen. Pass auf dich auf, Baby. So klingt es hier schon besser. Hallo. Ich bin zuerst, Meier. Ich bin Gran. Ich ziehe Karten. Hast du das, habe ich noch nie gesehen. Was willst du? Was gut, Alistair. Und hallo, Schied. Digo hat mich geschickt. Sagt, du schuldest mir, was gibt mir eine Karte, die mich so alt nie mit zeigt. Kein Problem. Nur 20 hat sie für dich. Sagt, Digo sagte, du müsstest dir ein Ticket geben, nicht verkaufen. Aber es geht mich nichts an. Haben Sie eine Vorstellung davon, wie viel Aufwand in die Herstellung einer solchen Postkarte gesteckt wurde? 20 ist bereits Digo's Sonderpreis für Freunde. Normalerweise 50 Aal. 50 Aal-Alkohol? Dieb mir die Karte oder ich schlage dir ins Gesicht. Mach es nicht kaputt, Alter. Ich will keine Probleme. Hol dir eine verdammte Karte und lass mich in Ruhe. Jetzt habe ich ein schlechtes Gewissen. Ich möchte Tickets kaufen. Transparent. Wonach suchst du? Je mehr es gibt, desto teurer sind die Tickets. Ja, es gibt wieder Transparent. Sehr geil. Wo die Postkarte wohl hinschickt? Zur alten Mine. Neu hier, oder? Ich kenne dein Gesicht nicht. Ich bin schlau. Ich möchte etwas Neues machen. Er ist brillant. Hast du etwas für mich zu tun? Wofür? Einer unserer Leibwächter ist verschwunden. Der Name ist Nick. Er hätte nach Nivkamp gehen können. Du bist neu hier und reist viel. Halten sie also die Augen offen. Wenn du es gefunden hast, geh zu Bett. Ich werde dir hier in Kamp mit den Diener sagen. Alle wollen mit mir ins Bett, mit mir zusammen wohnen, mich heiraten. Das ist noch nicht okay. Ähm. Was kann Ihnen ein freundliches Wort nehmen? Wenn Sie in das Lager aufgenommen werden möchten, brauchen Sie Menschen, die für Sie sprechen. Ein nettes Wort von mir über dich, Edigo, könnte ein wenig helfen. Mich und Diego? Ich mag sehen, ob ich es finden kann. Wenn Sie Fletcher treffen, fragen Sie nach Meck. Sie lebt seit nichts, verschwinden in Ihrer Wohnung. Wo kann ich jetzt felten? Sein Territorium. Arena Viertel. Junge, das mit der Wohnung macht mich fällig. Wieso immer die Wohnung von anderen? Also, was haben die immer mit der Wohnung? Was muss ich tun, um Gomes zu erreichen? Mit der Wache akzeptiert. To? Du lachst mich aus. Du kommst hierher und willst direkt nach oben, nicht wahr? Gomes tut nur das Beste für seine Leute, die Wächter. Wie alle anderen müssen sie zunächst ihre Liebe zu Shadow beweisen. Was? Die Liebe zu Shadow. Wer ist hier verantwortlich? To kontrolliert alles, was im Lager passiert. Diebo ist sein rechter Arm. Wenn Sie dabei sein wollen, sollten Sie mit diesen Menschen sprechen. Wieso klingt der eigentlich genau wie Matt? Spielen hier eine zu Kormitz? Nein. Bei den meisten handelt es sich hier um einfache Bagger. Nur wir sind die Wächter und Schatten von Gomes Volk. Oh Mann. Wozu die denn die Tänze? Gute Frage. Wir sollten wirklich nicht zulassen, dass Abschaumfresser die Männer verlassen. Wenn nur sie blieben eine Weile in der Mine und kamen mir her, um ihren Anteil auszubieben. Als alles erledigt ist, geht er zum Mini zurück. So verbreiten es die meisten. Du scheinst mehr Fähigkeiten zu haben als eine Spitzhacke. Wenn sie es noch nicht getan haben, sollten sie mit Toos sprechen. Ja, Atomics. Diego ist nur zur Austauschstelle zur Börse gekommen, um uns einen Heiratsantrag zu machen. Weißt du, wir wollen uns spielen, Schatten? Schadows führte Gomes Befehle aus. Die meisten von ihnen. Scherben wollen aufsteigen, aber wenn du willst, ist das der einzige Weg, hier zu sein. Wenn sie ihren Job lange genug ohne Pause gemacht haben, können sie einer von uns werden. Wenn du nach Gomes gehst, gehörst du zum Volk. Niemand in der ganzen Kolonie kann dich mehr berühren, mein Sohn. Was machen die Wachen? Wir schützen das Lager und wir schützen die Gänse. Mit dem Gehalt, das Gomes uns gezahlt hat und dem Schutzgeld, das wir von den Baggern erhalten haben, ist es jetzt an der Zeit, uns kennenzulernen. Oh nein, ich will dich nicht mehr kennenlernen. Wie tätest du dir? Für dich. Niemand hier wird dich ernst nehmen, Bibi, bis du ins Lager gehörst. Junge, diese nette Stimme mit dem, was er sagt, Alter. Ja, Yoga-Bär, zum Glück gibt's die Untertitel, sonst wäre alles noch merkwürdiger. Wie oft es, ich habe euch gesagt, Landstreicher laufen nicht in meiner Mitte herum. Was ist dein Problem? Alter, lass mich in Ruhe. Jeder hier hat ein Problem mit mir. Alles begann, als ich meine Hütte baute. Bauen Sie Ihre Hütte nicht neben dem Graben, sagten sie. Aber keiner der Obdachlosen sagte mir, was passieren würde, wenn ich es täte. Als ich vor ein paar Tagen aus der Mine zurückkam, zweiter Topf. Diese Schweine. Ich hasse ihn. Ich kann dir nicht sagen, wie sehr ich ihn gehasst habe. Jetzt laufen alle um meine Hütte herum. Jederzeit. Ja, tut mir nicht leid, Alter. Wie lange geht der Schabernack heute? Die Queues, äh, bis 20 Uhr, denke ich auf jeden Fall. Oder? Ja, doch, ich denke schon. So. Jesse. Laden Sie die Waffen herunter, genau. Sie wissen, was sie Ihnen gut tut. Wie sieht das aus? Neu hier, oder? Sie sollten wissen, dass es besser ist, die Wachen hier nicht zu finden. Wenn Sie Schutzgeld wollen, zahlen Sie besser. Sonst wird sich die Hälfte Ihres Lagers bald gegen Sie wenden. Ich blicke da auch noch nicht ganz durch, Grimes. Also, manche sind Gänse und manche sind Bagger. Ist auch nicht so einfach. Ich weiß doch nicht, dass sich etwas ändern wird. Warum passiert das? Wollten Sie eine Minute? Ich habe, haben Sie von seinem Brunsitz in Bloodwin gehört? Worüber? Was willst du? Ich dachte, es sei in Ordnung, ihm die Zahl um von Schutzgeld zu verweigern. Das bedeutet, dass der Rest von uns seinen Anteil zahlen muss. Ich werde dich das nächste Mal daran erinnern, wenn er dich fragt. Das hat er mir aber sehr nett gesagt. Nimm die verdammte Waffe weg. Streit! Ja, genug. Noch einmal und du kannst etwas leben. Du kannst etwas leben. Die Stimme vom Helden wird schnell anstrengend. Diego, eben haben alle noch so geredet. Das war anstrengend. Und hallo, Mr. Aufziehvogel. Wo ist er überhaupt hinten? Okay, ich hatte eh kein Erz. Dann läuft er irgendwo rum. Hallo, du. Hallo, du. Ja, wir verstehen uns. Du hast nicht einmal Erz dabei. Das stimmt, ich habe nicht einmal Erz dabei. Hallo, ich bin zum ersten Mal hier. Wie sieht das aus? Bleiben. Ich habe, ich habe die letzten zwei Wochen in den Nien gespielt. Und wofür? Ich habe noch ein paar hässlicher Zeh übrig. Viele gingen essen. Ich habe Thema mit Balpavitz dort. Er erzählte mir etwas Interessantes über das Kultlager. Ich glaube, ich gehe lieber zu ihnen, als weiter für Gummis zu spielen. Das Kultlager. Was du hier? Warum bist du da nicht? Weil ich nicht sicher bin, was mich dort erwartet. Ich habe hier erst eine Rückseite. Der Name war Melvin. Er ist vor einer Woche in das Sektenlager geflohen. Aber seitdem habe ich nichts mehr von ihm gehört. Und bis sich das ändert, bleibe ich lieber hier. Welche Sprachen kamen nun hier zum Einsatz? Also es wurde von Deutsch nach Russisch, nach Türkisch, dann nach Deutsch, nach Schwedisch und wieder nach Deutsch übersetzt. Also sehr wild. Hey Kumpel, ich bin ein Schatz. Ich handle mit allen möglichen Waren, wenn du etwas brauchst. Du hast recht mit mir. Hey Kumpel. Hast du Zähne für Milch? Ich bin mir sicher, dass ich sie zufriedenstellen kann. Zähne? Helle Hose, Hosengarten. Zeugen Sie mir ihr Produkt. Zeugen Sie mir ihr Produkt. Ja. Cooles Produkt. Und moin André. André, der Anfang war noch wilder. Den musst du dir mal geben. Also dafür kommt es auch wirklich noch sehr verständlich rüber, Mr. D. Na gut, der Whistler heißt jetzt anders. Galant, ich bin zum ersten Mal hier. Was willst du von mir? Ich möchte einer von euch sein. Ich möchte dem Camp beitreten. Du suchst Fans, nicht wahr? Wenn sie möchten, dass ich vor die, wo gut ist, für sie sage, schulden sie mir einen Gefallen. Fische Gnade erwartest du von mir? Ich möchte eine Fisk-Waffe. Er ist einer der Kaufleute des Zarenreichs. Du wirst mir nichts mehr verkaufen. Dies ist ein kunstvoller Clip. Ich gebe dir 100 Erz. Und du kaufst mir einen Ball. Aber erzähl ihm nichts von mir, okay? Er wäre einfach, dass ich ihn einen Ball kaufe. Warum will er dir keine Waffen mehr verkaufen? Wir hatten einige kleine Meinungsverschiedenheiten. Räumt. Und das ist alles, was sie wissen müssen. Oh Mann, ey. Hast du jemals gedacht, dass ich einfach mit einem Ork fliegen könnte? Vergiss es nicht. Die Kolonie ist klein. Wenn du das Erz nimmst und rennst, werde ich dich finden. Wo kommt auf einmal der Ork her, Mann? Okay. Die Beorn hat er zähl. Kleine Artikel. Sie sind hier. Melde dich jetzt bei mir an. Oh Mann, ey. Ich möchte ein Fußkettchen kaufen. Das wäre schön mit Dekorationen, Junge, ey. Ich möchte ein Fußkettchen kaufen. Aber so einfach ist das Mist. Das wäre schön mit Dekorationen. Ich habe, es gibt jemanden, den man bewundern kann. Der Schatten, der ihn hätte mitnehmen sollen, nähert sich nicht mehr. 110 Erzkosten. Verwandt? Äh. Ja, ich verstehe. Du hast ein gutes Verständnis. Dankeschön. Wo hatte ich eigentlich die... Wo hatte ich das Erz her? Ich hatte auch gar nicht genug, oder? Hä? Hat der mir irgendwie mehr gegeben als uns? Warte mal. Wo ist Labei? Letzte Fiskal und hat 10 Metze für die Klinge. Und jetzt muss ich dir noch 10 Juwelen schenken. Genau. Ich dachte, der Benutzer würde es zu schätzen wissen. Hier, nimm es, beeil dich jetzt. Ja, das ist eine komplett neue Story. Fiese Salatschnitte, das stimmt wohl. Ich habe deinen Zölz. Es war auch nicht so schwer. Aber eine Hand wäscht die andere. Wenn Digo mich nach dir fragt, werde ich für dich stimmen. Nein. Aufrichtig. Aufrichtig. Sehr gut. So, jetzt wird es wieder wild, wenn er vom Schläfer berichtet. Wilde der Schläfer mit dir sein Frender. Ich bin hier, um sie auf den richtigen Weg zu führen. Und was ist für richtige Welt? Die Art zu schlafen. Er ist die einzige Macht, die uns hier rausholen kann. In unserem Kampf bereiten Burrus eine große Magie vor. Sie möchten mit dem Schläfer in Kontakt treten. Bisher lebte nur durch Visionen bei uns. Aber jetzt ist es an der Zeit, ihn zu kontaktieren. Wir brauchen so viele Abonnenten wie möglich. Ganz genau. Wir werden es mit unserer vereinten spirituellen Kraft durchdringen. Unser Lager liegt etwas außerhalb des Sumpfes. Aber wenn du willst, kann ich dich dorthin bringen. Solche Vorteile hat es, bei ihm mitzumachen. Vielleicht gehören sie zu den wenigen Auserwählten, die von Schläfern keine Magie erwarten. Oder sie erreichen die höchste Auszeichnung und werden Templer. Nur die besten Kämpfer unter uns können diese Position halten. Wenn er mit dir schläft, kannst du beides kombinieren. Die besten Tempel verfügen auch über die Fähigkeit, Magie zu wirken. Sie sehen, in unserer Bruderschaft gibt es viele Möglichkeiten für sie. Überzeugen sie sich selbst, bevor sie sich schnell für ein anderes Kampf entscheiden. Jo, Mr. Thee, bis später. Ja, einfach schlafen, bis alles vorbei ist. Das ist so ihr Motto. Wer schläft? Der Schläfer spricht durch unsere Träume und Visionen zu uns. Er ist bei uns, seit wir Iberion vor fünf Jahren zum ersten Mal trafen. Alle Mitglieder der Bruderschaft verzichteten auf den Glauben an drei Götter. Wir wollen nur die Erlösung vom Schläfer. So vor wir das direkt. Nun ja, vor diesem verdammten Ort. Der Schläfer wird uns den Weg zur Freiheit zeigen. Was hat der schlafende Mann zu decken gesagt? Er führte uns durch den Sumpf zu den Ruinen eines alten Tempels. Dort haben wir gezeltet. Er hat uns Unabhängigkeit gegeben. Keiner von uns sollte mehr in den Minen spielen. Er zeigte uns die Bewegung des Sumpfkases. Wir verkaufen es an andere Lager und bekommen dafür alles, was wir brauchen. Und er hat einigen von uns Magie gegeben. Urhalte, mächtige Magie, anders als die, die von den Magiern des Reiches verwendet wird. Wir kommen schon früh genug zum Sumpflager, Cosmo. Kein Stress. Erzähl von der Magie, das ist schon herfreich. Diese Gabe verleiht die Fähigkeit, den er durch Willenskraft zu kontrollieren. Nur unsere Bruder-Gurus kennen die Geheimnisse dieser Magie. Wir gehen später mit ihm mit. Erstmal müssen wir noch ein paar Leute hier quatschen. Der Experte. Hallo du, ich tausche Sumpf, Grasso-Trinker aus dem Kultlager. Sie wünschen sich Einzelpersonen. Ja? Was ist Sumpf? Na hier, oder? Sie können rauchen. Für die meisten Menschen ist es sehr beruhigend. Ich möchte den Kampf beitreten. Ich möchte ein Schatten sein. Aus diesem Grund suchen sie nach einer Möglichkeit, sich auszudrücken. Gut. Wenn du gut bist, kannst du etwas für mich tun. Melde dich, ich werde die, wo Gutes für dich sagen. Worüber? Im Kultlager gibt es einen Manannenskalon. Ein ziemlich großes Pferd. Einer der Gurus der Sekte. Mein Aufenthalt. Alchemist, wer hat ein Rezept für einen ziemlich starken Trank? Ich möchte ein Rezept von ihm bekommen, damit ich mein eigenes machen kann. Aber niemand kann Kalom anfassen. Und was soll ich dann machen? Verrückte Sekten sind immer auf der Suche nach neuen Leuten. Du bist neu hier. Stellen Sie sich einfach vor, Sie möchten eingestellt werden. Kalom ist einer der Gurus, das heißt, da testet neue Bewerber. Wenn Sie mit ihm kommunizieren, versuchen Sie, das Rezept zu bekommen. Es ist mir egal, ob du bezahlst oder nicht. Der Boden kann nicht gestrickt werden. Das waren jetzt sehr viele, äh, Informationen. Willst du hallo, Chaos? Wie viel kostet das mich? Irgendwann wird Digo mich fragen, ob du zu uns passt. Wartet mal, wovon die Antwort abhängt. Kalom ist ein Pferd, richtig. Aber nicht, weil er wirklich ein Pferd ist, sondern weil er gut bestückt ist. Deswegen trägt er auch immer so weite Kleidung. Möchtlicherweise muss ich das Rezept bezahlen. Ich esse nur 50 Euro vor. Vergiss es. Fein Erz. Kein Rezept. Essen. Nachdem wir das Rezept erhalten haben, können wir über das Erz sprechen. Nein. Ich möchte das Erz jetzt ziehen oder Sie können sich einiges Rezept besorgen. Es gibt noch viel mehr. Ich denke, ich sollte einem von Ihnen einen Schub geben. Ich will damit nichts zu tun haben. Essen, lasst uns vergessen. Essen, lasst uns vergessen. Nicht zu schnell. Ich wollte nur wissen, wie weit du gehen würdest. Sind 50 Ebelsteine nicht zu viel für einen Anfänger? Es klingt besser. Okay, okay, ich kann 50 AC vereinlassen. Enttäusche mich nicht, Baby. Wo ist das Pultkamp? Verlassen Sie das Lager durch den Südausgang und gehen Sie dann immer nach Osten. Holen Sie sich besser eine Karte. Ich habe eine Eist für 50 AC. Der Sittturm ist eingedürzt, nicht wahr? Endgültig. Eingedürzt. Zeigen Sie mir Ihr Produkt. Hier habe ich nur das Beste. Er kommt fast, wenn er das sagt. Zeigen Sie mir Ihr Produkt. Traumheiraten. Schwarzer Salbei. Grüner Anfänger. Koloniekarte. Leider fehlt ein großer Bereich. Es liegt im Südwesten. Ja. Sehr schön. Essen, lasst uns vergessen, ist so ein richtig guter Spruch, wenn man gerade mit Freunden zusammensitzt. Und kennt ihr eigentlich schon die Schmierlaus? Ich war bei Schmierlaus, als ich das zuerst mal gelesen habe. Ich habe so einen Lachflash. Alter, es ist der Schatten. Der Schatten. Hallo. Was willst du? Was können Sie uns über das Kampfer erzählen? Das Interessanteste hier ist wahrscheinlich der Markt. Wenn Sie nach einer bestimmten Sache suchen, dort bekommt man fast alles. Dies ist ein Ort unter einem großen Dach im südlichen Teil des Außenrings. Der Held klingt wirklich manchmal wie Bugs Bunny, das stimmt. Aber ich finde schön, dass die Arbeitssklaven in der Erzminde spielen dürfen. Ja, ja, die Gänse und die Bagger dürfen in der Mine spielen. Das haben wir alle schon verstanden, Solo. Was sollte ich ja wissen? Sollten Sie jemals Sicherheitsbedenken haben, wenden Sie sich bitte an Gravo. Sie finden es in der Waschküche am Burgtor. Nein, ich wohne noch nicht bei Diego. Er hat mir nur einen Heiratsantrag gemacht. Warum fragen mich das alle? Wann tun Sie dies und Sie finden es am Eingang des Schlosses? Hallo Neulinge. Ich bin Teilnehmer, Sie müssen sich meinen Namen merken. Ich kann Ihnen alle möglichen tollen Produkte günstig verkaufen. Schönere Kameraansicht gab es nicht, oder? Und Dennis, mach es gut. Ich weiß nicht, kommt darauf an, ob es dir gefällt oder nicht. Ob du dich freuen sollst. Was war das für eine Kameraansicht? Stimmt es, dass Sie ein magischer Chorier sind? Was wäre, wenn es so wäre? Ich möchte mit den Zauberern sasshaft werden. Ich muss zum Schluss. Der Magier verfügt über ein Siegel, das seinen Kurieren den Zutritt zur Burg ermöglicht. Wenn Sie einer von uns wären, könnten Sie dieses Siegel bekommen. Juge, warum will er... Ich hab das Gefühl, er will gar nicht Diego heiraten. Er will wirklich mit einem anderen sasshaft werden, wie er gerade sagt. Mit den Zauberern. Ach ja. Zeigen Sie mir Ihr Produkt. Wählen Sie ein neues. Diego hat am Anfang uns einen Heiratsantrag gemacht. Er ist nicht den ganzen Weg umsonst gekommen, ne? Du hast ein Problem. Ja? Und sollte es? Es gibt hier Leute. Die wollen, dass man dich nie wieder sieht. Aus diesem Grund? Dann bitten Sie die Leute, jemanden zu schicken, der ihre Wünsche erfüllt. Warum glaubst du, dass ich es nicht weiß? Weil ich denke, dass du ein kluger Junge bist. Sie werden schnell erkennen, dass Gomez Wichtigeres zu tun hat, als zu stehlen. Wir können hier bei Nefkamp talentierte Leute gebrauchen und niemand kann ihnen sagen, was sie können und was nicht. Erzählen Sie uns etwas über Nefkamp. Dies ist das fehlste Lager der Kolonie. Wir haben keine Bergbaumanaten oder Gurus, die uns Befehle erteilen. Wir haben unser eigenes Bergwerk. Aber das Erz, das wir dort erbauen, geht nicht an den verfluchten König. Beste schneller. Unsere Zauberer haben mehrere Pläne. Dafür wird das gesamte Erz gesammelt. Wir spielen für die Freiheit, während Gomez und die Öffentlichkeit faul sind. Ähnlich. Ähnlich. Und wenn Sie es nicht beitreten möchten, können Sie mir helfen? Wenn Sie es wirklich ernst meinen, können wir sofort loslegen. Ich kann dich zu Lades bringen. Wadrin in unserer Bande. Aber wenn Sie sich dafür entscheiden, mich aus dem Lager zu werfen. Bitte. Scheint wohl noch nicht richtig zu funktionieren, wenn die Sitze abgehakt werden. Das klingt so falsch, wenn der namenlose Held sagt, zeig mir dein Produkt. Äh, ja, ich weiß nicht, woran das vorhin lag. Jetzt scheint es ja alles zu funktionieren, Alex. Oder Alexander. Ha, neues Gesicht. Was willst du? Ich möchte Ihnen meine Hilfe anbieten. Man ist neu hier und Neulinge geraten schnell in Schwierigkeiten. Du kannst etwas Geld sparen, indem du mir einen kleinen Schläger gibst. Nur 10 RC, Alter. Das ist ganz anders. Nur 10 RC, Alter. Gibt es diese Mod auf Spine? Ne, diese Mod gibt es gerade nur hier. Ich teste sie ja gerade zum ersten Mal. Also, Neo hat auch noch keinen Download-Link gemacht oder sowas. Auf Spine wird sie ja auch, glaube ich, nicht geben, wenn er nur, äh, zur manuellen Installation. Voll der Nette, der Schakal. Sehr nette Leute hier. Muss ich schon sagen. Achso, wir müssen doch Schmierläuse töten. Oh nein, ich kann keine Schmierläuse treffen. Mehr Schmierlaus. Der Schatten ist doch kein besonderer Schatten. Jeder Schatten ist der Schatten. Hallo, ich bin zum ersten Mal hier. Neu, sag mir, dass etwas nicht stimmt. Es ist mehr als ein Monat her, ohne dass es Neuigkeiten aus der Welt gibt. Ich bin Thirgo, ich gehe in die Arena. Aber es nachfällt auch Wollläuse, aber ich glaube, er nimmt auch anderes Insektenfleisch. In Ordnung. Sarath? Ich bin nicht viel, aber ich habe den Fick bereits gewonnen. Du hast den Krieg gewonnen? Laut Karnis? Was machst du hier? Hey, für den Moment, in dem du schläfst, zerstreue ich mich. Bist du in die Arvinda? Ich wurde von meinen Herren aus dem Sumpf hierher geschickt, um für den Schläfer zu kämpfen. Hier kämpfe ich für seine höchste Ehre. Mögen alle Ungläubigen sehen, wie stark ich durch seine Macht geborgen bin. Ja, einfach Chor Anger. Was ist Schläfer? Sie werden in unserem Lager Priester finden, die diese Frage besser beantworten können als ich. Ich will dir nur sagen, der Schlaf ist unser Retter. Er hat uns hierher gebracht und wird uns hier rausbringen. Du erwartest also, dass dort dich rettet? Ja, und das Warten hat bald ein Ende. Die Vorbereitungen für den großen Zaren haben bereits begonnen. Für den großen Zaren. Moin Jorgi, es gibt doch nichts Besseres, als nach einem Tag in der Kaserne Jorgens und beim Gothic-Spiel hinzuzugucken. Ereko, das freut mich, dass es gut ankommt. Schön, dass du am Start bist. Und The Storm, noch habe ich mich gar nicht entschieden, welchem Lager ich mich anschließe. Wir sind ja ganz am Anfang noch. Cybot, der Song von Inextreme wurde natürlich nicht geändert, aber den kann ich sowieso nicht abspielen, weil es Copyright-Probleme gibt. Das war wirklich ein normaler Dialog bisher, das stimmt. Was ist dieser wundervolle Zahn, günstiger Klant halten? Unsere Propheten sagen, dass das gemeinsame Schlafen der Schlüssel zur Freiheit für uns alle ist. Wenn sie mehr darüber erfahren möchten, besuchen sie uns im Kampf. Ah, Junge, das gemeinsame Schlafen, einfach so eine Swinger-Club im Sumpf-Camp. Ich bin zum ersten Mal hier. Wer bist du? Ich bin Harry. Du musst wirklich ein neuer Sprenger sein, sonst hättest du mich gehört. Ich bin der beste Kämpfer, den dieses schmutzige Lager je gesehen hat. Das freut mich. Bahnhofsklo, wird das X-Fach zufällig hin und her übersetzt? Ja, das wurde hier von ins Deutsche ins Russische, ins Türkische, zurück ins Deutsche, zurück nach Schwedisch und dann wieder zurück ins Deutsche. Und so ist das zustande gekommen. Und dann wurde es mit Game TTS vertont. Danke. Was machst du hier? Ich kümmere mich um die Alena. Wetten, Neukämpfer einstellen und mehr. Ich dachte, was das alte Lager und was neue Lager nicht zerrückt, miteinander ausgarnen. Warum möchtest du die Leute hier kämpfen? Licht, wenn es hier einmal in der Woche zu einer Schlägerei kommt, freuen sich die Bagger, wenn einer der Schläger von F-Camp eine Rohrfeige bekommt. Wenn einer von ihnen ausweicht, gibt es mehr Einsätze. Es ist gut. Ich persönlich kann F-Camp-Schweine nicht ausstehen. Du forderst, ganz genau. Aber es ist jetzt kein Kampf. Nächster Kampf in ein paar Tagen. Dies wird vorher bekannt gegeben. Dieser Kontrast zwischen diesen verrückten Helden und diesen sehr ruhig klingenden NPCs ist schon interessant. Trainierst du auch Kämpfer? Ja, aber nicht zur Unterhaltung. Wenn du willst, dass ich dich ausbilde, musst du dafür bezahlen. Ja, ich passe auf, Basti. Hiernach muss man ein bisschen Sprachtraining betreiben, damit man nicht verlernt, wie man wirklich zu sprechen hat. Ich möchte den Kampf beidretten. Kannst du mehr damit essen? Wenn du mich beeindrucken kannst. Womöglich. Die besten Kämpfer aus allen drei Lagern kommen hierher. Fordern sie einen von ihnen heraus und erkunden sie damit die Savanne. Abhängig davon, wie gut sie abschneiden, wird ihr Urteil gefällt. Perfekt. Ja, ich bin halt permanent am Grinsen, Basti. Aber am Anfang war ich halt komplett fix und fertig. Also die Schmierlaus hat mich wirklich umgebracht. Aber so langsam man gewöhnt sich dann mit der Zeit ja da dran. Na, hallo. Das möchte ein Schatten sein. Und? Kannst du mir damit helfen? Ich weiß nicht, wie es passiert ist. Ich suche jemanden, der etwas dann ist tun kann. Wie bist du zu mir gekommen? Die Thor hat mich geschickt. Sag es mir jetzt. Wenn sie dem Kampf beitreten möchten, ist es eine gute Idee, ein erfahrener Kämpfer oder Dieb zu sein. Wenn die mächtigen Schatten dieses Lagers über dich herfallen, werden sie dir Quests geben, bei denen du nicht erwischt werden willst. Daher ist für sie zunächst der Reiszeit ein Wetter Volk versprechender. Leider bin ich der beste Dieb im gesamten alten Lager. Mann, ich will nicht, dass die mächtigen Schatten über mich herfallen. Gibt es eine Chance? Furtigo etwas Nettes für mich zu sagen. Alles ist für ihr. Wenn sie zeigen können, dass sie als Dieb etwas gelernt haben, können wir sie gebrauchen. Wie kann ich? Lernet nicht für Rasset zu sein. Werden sie besser im Schleichen stehen oder aufschießen. Dann gebe ich ihnen meine Stimme. Ja. Okay. Ein gutes Zeichen, sich an Wahnsinn zu gewöhnen. Ja, das habe ich ja schon in den letzten Streams, Marco. Hallo, du. Wenn sie das Schutzgeld loswerden wollen. Heute ist nicht dieser Tag. Aus dich und gründ? Und warum nicht? Weil ich gar nicht existiert. Weil ich gar nicht existiere. Und dann, wo bist du? Wo bist du? Ich bin tatsächlich auf dem Atol und trinke ein Bier neben einem großen Feuer. Warum reden wir dran? Nick ist weg. Normale Reise für dieses Quartal verantwortlich. Ben hätte das hier hingelegt, bis Thor zurückkam. Wer ist Ben? Wissen Sie, wo in der Kitka einem ist? Nein, ich auch nicht. Wenn jemand etwas weiß, dann sind es die Bagger in der Gegend. Aber die gehen zu reden, nicht mit den Wachen. Besonders jetzt, wo sie wissen, dass ich diesen dreckigen Bastard hasse und sie nicht heimlich auslachen. Warum ich trotzdem Geld für den Schutz sammeln? Kurz bevor er verschwand, fordert der Nick noch einmal alle zur Zahlung auf. Es ist nicht mehr viel übrig. Wegen Nick? Ja? Das ist ja nichts Neues. Informiere mich. Lass mich... Ach, Junge, ey. Hey, hast du nicht eigentlich was über Nick zu erzählen? Oder haben wir das schon gehört? Ich glaube, das haben wir schon gehört, ne? Nick ist weg. Ja, reimt sich auch schön. Mein Freund. Nein, hast du das, habe ich noch nie gesehen. Du bist neu hier, oder? Es ist gerade angekommen. Hast du schon darüber nachgedacht, welchem Kampf du beitreten möchtest? Nein, was würden sie mir warten? Alles ist kahl. Jedes Kampf hat seine eigenen Vorteile. Nach mir. Sie können hier wohnen, nachdem sie sich entschieden haben. Nur keine einzige Hülte. Der Held klingt manchmal, als wäre er kurz vor dem Höhepunkt. Der Held klingt immer, als wäre er genau beim Höhepunkt. Welche Vorteile bietet die alte Lagerhalle? Wenn sie die Wachen dafür bezahlen, sie zu beschützen, werden sie ein friedliches Leben führen. Sie greifen in jede Schlacht ein, wenn jemand, den sie beschützen, angegriffen wird. Auch hier gilt, Billigwäul kann man nur aus dem Ausland kaufen. In anderen Lagern sind diese Dinger von unschätzbaren Gerd. Matt klingt eigentlich sehr gut. Nur Matt hat irgendwie gar nicht seine Stimme. Matt hat eine rauere Stimme. Und alle anderen haben Matt's Stimme. Wir haben ja gerade schon mit Jackal, der jetzt Jackal heißt, gesprochen. Und das klang sehr nach Matt. Und das früher, in einer älteren Version von Game TTS, da hat Matt's Stimme ein bisschen Probleme gemacht. Aber seit einigen Versionen schon nicht mehr. Was passiert, wenn zwei Menschen streiten und beide verwendet? Wenn einer den anderen tötet, schämt er sich. Dann ist es soweit. Wenn er den anderen tötet, schämt er sich. Ja. Welche Welt von den Sternen gibt es hier? Die ist völlig nicht von dieser Welt. Brot, Käse, Schinken und vor allem Bier und Arabisch. Das ist kein billiger Nefkamp-Preis wie Kör, aber ein wirklich gutes Getränk. Für Waffen kann man fast immer etwas bekommen. Und Rüstungen sind wirklich teuer. Die Wachen stahlen die alten Rüstungen der Aufseher und töteten sie alle. Der ZA, ein bisschen wie eine Marke. Sie verkaufen es nur an seinesgleichen. Man kann es als Ausländer nicht einmal in die Finger bekommen. Ich denke, ich habe altbestand Geld. Deshalb liebe ich das. Okay. Was sagt es über das neue Lager? Wenn es ihnen nichts ausmacht, sich für ein Stück Brot die Kehre durchzuschleiden, dann sind sie bei uns genau richtig. Nein, nicht so schlecht. Aber von hier aus ist alles anders. Hier hält Gomme es es ziemlich ruhig. Im neuen Lager gibt es kein Gesetz. Wasserbändiger sind die einzigen, die stark genug sind, sie zu meistern. Und sie verbrennen den ganzen Tag damit, die Barriere zu erkunden. Es gibt wieder die Wasserbändiger. Ich freue mich. Feuerwehrmänner und Wasserbändiger. Sehr gut. War uns heute einer Sekte bei Treten? Am besten fragst du dort jemanden. Es gibt immer ein paar Neulinge im Kampf. Ich bin mir sicher, dass sie das können. Sprechen sie viel über die Sekte. Ich selbst war noch nie dort. Aber sie scheinen sehr großzügig zu sein. Keines der drei Lager braucht so dringend neue Leute wie die Sekte. Welcher Karte mir kann ich bekommen? Dort ist das Vorder frei. Nur das Vorder. Ach, Junge. Wenn man es genau nimmt, sind Feuerwehrmänner die Wasserbändiger. Ja, eigentlich schon. Die Gothic-Jugendsprache-TDS wäre auch mega geil. Ja, Ressa hatte die Idee. Er hatte erst die Idee, alles sehr aggressiv zu schreiben. Und dann auch das Emotion-Rate so auf Agro zu stellen. Und so eine Sprachausgabe zu machen. Aber dann hat er es auch mit Jugendsprache probiert. Das klingt auf jeden Fall auch sehr lustig. Es gibt hier Piraten. Alles ist klar. Wachen Sie einen einfachen Knöchel. Ich komme schneller zu dir, als deine müden Augen sehen können. Vielen Dank, dass Sie mich mit einem angemessenen Gehalt motiviert haben. Doch ein Exzentriker, wie Wistler, muss oft länger auf sein Erz warten. Vorher geht nur. Bist das Scheiß bezahlt? Ja, genau das Gegenteil. Aber 150 Erz für den letzten Kölzer erhalten. Aus irgendeinem Grund hat der Mann eine Schwäche für Schmuck und dergleichen. Dann Bekleidung. Und natürlich hat sie ihren Preis. Hey, du bist ziemlich neugierig, Bruder. Definitiv nicht mein Bruder. Smith, die geht es dir. Schau in dich hinein. Vielleicht habe ich eine Mission für Sie. Oh ja? Und was? Das werde ich dabei nachdenken. Wenn Sie etwas brauchen, kommen Sie zurück und stören Sie mich nicht. Ich würde dein Tattoo gern gesetzt ausprobieren. Das ist es. Aber glauben Sie nicht, dass Sie Kohlemesser herstellen können. Was soll ich machen? Okay, nimm den rohen Stahl und lege ihn auf den Herd. Anschließend müssen Sie den glänzenden Stahl auf einen Amboss schmieden. Legen Sie das glänzende Blatt dann in einen Eimer mit Wasser, um es zu härten. Abschließend muss die abgekühlte Klinge auf einem Schleifstein geschafft werden. Verstehen! Dafür benötigt man aber ein paar Dinge. Sie können dich verkaufen. Wohlmöglich. Blätter, kleiner, leuchtende Blätter, Rohstahl und blanker Stahl. Und willkommen zurück, Asonic. Was hast du denn da gespielt? Gibt es ja etwas Interessanteres als Hütten? In der Abendarena kann man sehen, wie die Wachen sich gegenseitig die Gesichter polieren. Denn Eintritt wert. Markus, genau deswegen wäre das ja so bescheuert, wenn auf einmal alle hier in Jugendsprache sprechen würden und das dann vertont wäre. Wer ist hier verantwortlich? Bergbau Barone. Sie vereinbaren einen Erzaustausch mit dem König. Je höher du bist, desto mehr bekommst du. Wie komme ich zu diesem Lager? Licht. Du gehst mit Spitzhacken zu einem Alpenbeklag. Ungefähr die Hälfte des Erzes geht an die Verteidigung, der Rest überlebt kaum. Die Preise, die Bommes für die Waren verlangt, sind überlegt. Aber immer noch besser, als den ganzen Tag Reis zu essen wie im neuen Lager. Sauber! So klar wie vor 20 Jahren. Und seitdem hat sich hier wenig verändert. Sauber! Was sind hier die wichtigen Alter? Wenn Sie nicht in den Min spielen möchten, gehen Sie um den Eingangsplatz zwischen dem Nordtor und dem Burgtor herum. Wenn Sie dies tun, werden Tor oder die Goers Ihnen geben Pflicht. Dann können Sie sich ausdrücken. Gar nicht schlecht, Gomez gehört dem Volk. Oder treffen Sie einen Zauberer. Manchmal möchten Sie, dass Sie die Arbeit für Sie erledigen. Du bezahlst immer gut. Verlassen die Zauberer das Schloss? Wen? Was weiß ich. Fragen Sie die Menschen, die dort leben. Gibt es hier Leute, die ich kennen sollte? Als Anfänger dürften Sie mit Quavo nicht arbeiten können. Er ist vielleicht nur ein Barberer, aber die Verbindungen gehen auf die Erzbarone zurück. Wenn er Ärger mit Cornes bekommt, Menschen können dir helfen, deine Freiheit zu ertaufen. Vielen Dank. Warum frischst du dich? Halte deine Ohren offen, mein Sohn. Alter. Okay, ich glaube, wir gehen jetzt schlafen. Hallo, du. Hallo. Ausfahrt. Ausfahrt, ja. Das ist die richtige Lösung. Ausfahrt. Ich möchte immer noch nicht an Ihrer Stelle. Sprung mich zu deinen Kanten, dass ich es sehen will. Sehr gut. Ich werde führen. Folge mir. Das wird jetzt spannend. Gerade so ein Dialog bei Val Tondral könnte sehr verrückt werden. Der Hutschutz. Alter. Hüllenpilze heißen ja noch Hüllenpilze. Das ist ja der Wahnsinn. Also die Dialoge sind mehr random, aber das Gameplay eben nicht, weil es keinen Randomizer gibt für Gothic 1. Sei einer ein Hex. Hallo, du. Wer? Wer? Nein, ich meine deine Großmutter. Natürlich meine ich dich. Wenn ich du wäre, würde ich diesen Weg nicht gehen. Sorry, Bart. Du siehst hier wirklich neu aus. Du, das ist Ork-Territorium. Sie machen aus dir einen kleinen Baum. Ah. Zufriedenheit. Sie machen aus mir einen kleinen Baum. Ja, Tristas mit dem Missbrauch weiß ich noch nicht, ob ich das wirklich ausbauen möchte. Aber die Liebe im Lager ist auf jeden Fall beachtlich. Das stimmt schon. Soll der Held so klingen, wie er tut? Äh. Ja. Soll er. Ich lasse das mal. Ich lasse das mal unkommentiert. Alter, die Blutfliegen, alles ist ja noch Blutfliegen. Ah. 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 Das war ein Statement vom Wolf, meinst du, Zauberer? Gut, dass wir bei Alpavis dabei haben. Jan, bis jetzt ist es ja nur eine Idee gewesen. Ob das wirklich umgesetzt wird, weiß ich ja noch nicht. Und ich kann nicht modden, ich kann da keinen Rapper hinstellen. Die Vorstellung ist zwar passend zu dem, was man vorhat, aber... Das ist alles nicht so einfach. Ah. Seid einfach eine Eidechse, Leute. Moin Team Brody, ade. Du musst dir unbedingt den Anfang anschauen, Team Brody. Der könnte was für dich sein. Da waren einige Kuriositäten dabei. Die muss man gesehen haben. Team Brody. Vielen Dank mal wieder für fünf verschenkte Kanalmitgliedschaften. Ich dachte, du wolltest das Geld auf dem Schützenfest verprassen und nicht im Gothic-Stream. Wenn das hier eine tägliche Routine wird, dann bin ich bald reich. Aber vielen Dank, mein Lieber. Dankeschön. Das weiß ich sehr zu schätzen. Huwe, ich weiß nicht, was da möglich ist, ob man so leicht diesen in-extremen Auftritt einfach abändern kann. Ich habe keine Ahnung vom Modding, ne? Da müsste man Neo fragen, oder... Akte, unten ist ein Kardeli-Lager. Geh durch das Tor und sprich mit meinen Brüdern. Ich bin mir ziemlich sicher, dass du nicht nach Bruna gegangen bist. Fragen Sie Kurt Kalom. Verantwortlich für neue Ankündigungen und Leer. Ich gehe zurück ins alte Lager. Es gibt immer noch viele unwissende Menschen, die auf den richtigen Weg gebracht werden müssen. Böke. Ja, danke, Mr. Parvis. Aktie, genau. Man kann den Sound ersetzen. Kann ich dir nur leider nicht bauen. Ja, nee, es ist ja generell nur eine Frage. Sei gegrüßt, Fender. Sie sind dabei, das heilige Land zu betreten. Das ist der Bruder der Schäfer. Was barchte dich jeher? Was hat dich jeher gebracht? Was barchte dich jeher? Was hat dich jeher gebracht? Joli ist aber ganz schön aufdringlich. Ich will mit dir gehen. Ich habe gehört, dass sie auf der Suche nach neuen Leuten sind. Ich will mit dir gehen. Dann sind sie bei uns herzlich willkommen. Im Sleepers Brotter gibt es einen Platz für jeden, der sich vom Geisteslieber leiten lassen möchte. Wenn sie es wirklich ernst meinen, sollten sie versuchen, mal Namids Aufmerksamkeit zu erregen. Es liegt direkt vor der Tür. Sie können jedoch nicht direkt darauf zugreifen. Warten Sie, bis er mit Ihnen spricht. Hallo, Shizu-Gebber. Was? Ich brauche Zeta. Tempelrüstungen wie die, die ich tage, müssen zuerst verdient werden. Aber für Anfänger kann es ätherisch sein. Er wird noch besser als nichts. Allerdings ist es nicht kostenlos. Ne. Wer ist das, Saga? Alles ist in Ordnung. Kommen Sie einfach rein. Tannak. Mir wurde eine wichtige Aufgabe übertragen. Wer erleuchtete uns an die Jünger, vertrauen mir. Mein vergangenes Leben gehört der Vergangenheit an. Ich werde von nun an fortfahren. Schlafender Templer. Ah, Junge. Hallo, ich bin zum ersten Mal hier. Möchtest du schlafen? Ist alles gut? Komm, brö. Lebe mit einem Guru. Tue das nie wieder. Das ist Respektlosigkeit. Wenn der Meister es für angebracht hält, mit Ihnen zu sprechen, wird er mit Ihnen. Sprechen. Wer willst du? Ich lästert. Mache mir Sorgen, dass Außerirdische hierher kommen. Okay, die Außerirdischen kommen jetzt. Oh, scheiße. Aber ich möchte bei der Meister sitzen. Vergiss es. Ich bin mir sicher, dass ich Ihnen bei all Ihren Problemen helfen kann. Okay. Ich möchte Snowdrop beitreten. Ich möchte Snowdrop beitreten. Korkanom entscheidet, ob er bereit ist, der Schwesternschaft beizutreten. Aber er verlässt sich auf Ratschläge anderer Gurus. Bal Namib ist einer von ihnen. Zuerst musst du dich als würdig erweisen. Dann schickt dich einer der Gurus zu Korkanom. Jorgenson, wenn du Mods für Gothic 1 oder für Gothic 2 wie Dirty Swamp oder Velaya Geschichte einer Kriegerin zeigst, wie interessant geschrieben wurde, zum Spielen ausreichend dir beim Zugucken zuguckt. Hä? Ich verstehe den Text gerade irgendwie nicht. Oder bin ich gerade zu blöd? Bin ich hier schon? Ich verstehe es gerade nicht. Ich glaube, Gothic hat mich kaputt gemacht. Ja, dieser Fiebertraum ist echt wunderschön. Aber ich glaube, ich bin langsam kaputt. Jetzt schon. Und wir sind erst bei knapp zwei Stunden. Die Übersetzung hier ist ja noch viel verrückter als bei Gothic 2, ja. Die wurde von Deutsch nach Russisch, nach Türkisch, zurück nach Deutsch, nach Schwedisch und dann wieder zurück nach Deutsch übersetzt. Und die Stimme vom Helden wurde dezent verändert. Es ist... Also ich habe auch Angst, ganze Zeit was zu trinken, weil ich habe mich auch schon sehr verschluckt vorhin. Und fast gestorben an einem Hustenanfall. Und hallo, Nerox. Das bedeutet natürlich, dass viele Leute nur wegen des Grases zu uns kommen. Zumindest helfen sie bei Dingen, die erledigt werden müssen. Moin, Ben Korner. Sie wäre aus mit Schlafen. Der Schläfer ist ein göttliches Wesen. Es gibt uns Visionen. Zumindest Gurus. Wir beten zu ihm, dass er uns alle Freiheit schenkt. Und glauben Sie es? Hallo, ich bin seit zwei Jahren an Cordon. Haben Sie eine Vorstellung davon, wie lange das Karriere dauern kann? Sie haben keine Ahnung, was ich zu glauben und zu tun bereit bin, um hier rauszukommen. Erzählen Sie uns etwas über die Gilden. Gurus bilden die Wichte Gilder. Sie sind der Geist des Lagers, weil ihre Macht groß ist. Tempelritter nutzen ihre spirituelle Kraft im Krieg. Du hast einen undurchsamen Willen. Es ist besser, sie niemals zu kontaktieren. Ich bin auch T. Wir bieten zum Schläfer und erledigen die Arbeit, die hier im Lager anfällt. Manche Anfänger gelten als Gurus, aber es erfordert jahrelange Übung. Okay. Ja, Alexander ist ja nicht schlimm. Ich vertue mich hier ja manchmal auch mittlerweile, weil... Es ist schon schwer, dem zu lauschen und gleichzeitig klar zu denken. Wie soll das funktionieren, wenn keiner der Gurus mit mir spricht? Es scheint vielleicht nicht so, aber die Gurus beobachten genau, was sie hier im Camp tun. Wenn sie denken, dass sie etwas für unsere Gemeinschaft tun, werden sie sich mit ihnen in Verbindung setzen. Hier im Camp gibt es immer die Möglichkeit, seinen Wert unter Beweis zu stellen. Ben, du musst dir unbedingt den Anfang vom Stream angucken. Da waren noch alle im Stimmbruch und hatten andere Probleme. Aber wir haben das dann etwas angepasster gemacht und nur noch den Helden so gelassen. Beziehungsweise Neo hat es gemacht, damit wir das alle aushalten. Wie finde ich mich im Camp zurecht? Ich kann Ihnen die wichtigen Orte zeigen. Zeig mir den Weg. Zu deinem Alten, der Boah. Folgen Sie mir. Oh Mann, ey. Wir sind bald da. Alles wird schneller gehen, wenn du aufhörst, mich zu fragen. Wie kann ich deinen Meister dazu bringen, mit mir zu leben? Sie sollten wissen, was sie hören möchten. So. Sanft, wenn du das nächste Mal bei ihr zu Hause bist, sprich mit mir und wir reden ein wenig. Weil Nanib ist nun sehr besorgt darüber, dass viele Neuankömmlinge nicht nur zum Schläfer, sondern auch zu ihren alten Göttern beten. Du erzählst mir, dass du den alten Göttern entsagt hast und jetzt antwortet nur noch der schlafende Botsar. Dann werde ich sie fragen, was sie dazu bewogen hat und sie werden sagen, dass der Träumer eine Vision von ihnen hatte. Das dürfte ihn interessieren. Glaubst du, dass du es kannst? Dein Problem. Ich habe meine Meinung geändert. Du weißt, wo du mich findest. Was meint ihr? Wird das Gothic Remake moddbar? Also ich hoffe es sehr. Siegiges Tier. Ich bin ein wirklich großer Mensch. Was sind hier die wichtigen Reuter? Da ist Fortuno. Er verteilt kostenlos Sumpfgras an alle Anhänger des Kults. Sie finden es in Cora Calums Alchimielabor. Cora Calum. Wie kann ich diesem Kapp beitreten? Sehr leicht. Du musst einfach aufhören. Sprechen Sie mit Kouros. Sie werden Ihnen helfen. Ich fasse mich kurz. Wenn du wie Gothic 2 die Dirty Swamp Mod gespielt hast, Mods von Gothic 2 als eigene Spiele zu erleben, wie bei Dirty Swamp hat das Gothic Humor ordentlich das Beste rausgehauen. Alexander, arbeitest du mit einem Übersetzer? Ich weiß immer noch nicht, also ich habe das Gefühl, die Story Mods gefallen dir. Wenn die gut ankommen, freut mich das. Also tut mir leid, dass ich dich gerade nicht verstehe. Siegiges Tier. Ich bin ein wirklich großer Mensch. Du bist auch ein großer Mensch. Die sind ja alle große Menschen. Die Mod ist im Chat angekommen, ja. Ah, ich freue mich, Sie wieder bei uns begrüßen zu dürfen. Wie haben Sie es bekommen? Ähm. Ich habe den alten Glattern geschworen. Ehrlich? Wie gefällt Ihnen diese Entscheidung? Ich habe eine Revision. Schlafe mit mir raus. Was hat? Er sagt, du gehst zum Sumpflager und schließt das Schmiedmütchen an. Du bist ein sehr reicher Mann. Ein Ausländer fühlt sich so geirrt, dass er so viel schlafen kann. Was? Der Schläffer hat dich ausgewählt. Meinen Sie, es wird dich ernst mit dem Wunsch, bei uns mitzumachen? Ja. Sag etwas. Ja, ich würde mich der Schläffer gehen. Reise nach Chor Calom. Sag ihm, dass ich einen wahren Gläubigen geschickt habe. Ja, Mr. Was? Wenn du keinen schmalen Graben hast, gehe ich an dir vorbei. Okay, ich hau schon ab. Und moin Bad Worm. Ja, mir tut das ja auch manchmal leid, wenn ich Leute nicht verstehe. Ich kann ja auch sein, dass jemand mit einem Übersetzer oder so arbeitet und dann irgendwas in den Chat schreiben will. Und dann verstehe ich das nicht direkt. Ist ja auch nicht schlimm. Aber ich glaube auch, dass er einfach meinte, dass er die Streams und die Videos, die LPs gut findet. Und das freut mich natürlich. Leo, wir streamen das ja, glaube ich, jetzt ein paar Tage lang. Also du wirst ja noch die nächsten Streams dabei sein können. Schutzbügel. Junge, alleine, wenn jemand so die Frage stellt, würde Schutzbügel einen doch töten, oder? Oh shit, ich habe nur einen, Dietrich. Ich vergesse immer die Kombination. Schwaches Rezept. Es macht Sinn, es rückwärts zu lesen. Minimum. Und... Mods zu Rollenspielen wie Skyrim, Gothic 2, wie Enderer oder Dirty Swamp machen ja auch Spaß. Ja, das stimmt. Das ist ja ein Grund, warum wir Gothic immer noch so viel spielen, weil es so viele Mods gibt, die das erweitern oder abändern, eigene Geschichten erzählen. Das ist das Schöne daran. Hallo, ich bin zum ersten Mal hier. Ich bin Kanekra, Kurkalon. Du musst ihn gehört haben, oder? Ähm, nein. Nein? Du warst wirklich schon lange nicht mehr hier, oder? Kurkalon ist nach Iberion die zweitwichtigste Person. Er entscheidet, wer als Lehrling gilt. Und was machst du? Ich helfe meinem Meister bei der Herstellung von Alchemie-Gegenständen. Hauptsächlich Sumpfgras und mineralischer Raubmist. Erstens besteht ein dringender Bedarf an einem Geheimnis. Raupenmist? Wo kann ich mir ein Tralas-Wern und Raufen? Kettenfahrzeuge sind in der alten Mine zu finden. Aber sie müssen wissen, wie sie ihre Entscheidungen kombinieren. Wenn sie wirklich vorhaben, mit Monstern umzugehen, sollten sie zunächst mit einem der fahrenden Templer sprechen. Zum Beispiel Gornadrack. Er pendelt täglich zwischen unserem Lager und der alten Mine. Du triffst ihn morgen früh im Labor. Was könnt ihr uns sonst doch über ihren Weister erzählen? Er ist nicht wie andere Gurs. Er lässt jeden mit sich reden, aber niemand verschwendet wertvolle Zeit. Was willst du? Der ist ja voll nett. Warte, ich möchte akzeptiert werden. Ich habe gehört, dass Sie ein Amt in der Lehre sind und wir entscheiden, wie Sie einstehen. Ich habe keine Zeit. Meine Experimente sind für Anfänger sehr wichtig. Ich vertraue auf das Urteil Bals. Kontaktieren Sie mich, wenn Sie wissen, dass Sie bereit sind, den Alltagsmantel anzuziehen. Den Alltagsmantel. Wir müssen unbedingt mit Chor Anger sprechen. Man muss Chor Anger suchen. Das ist das Wichtigste. Wie heißt der Leiter? Manager? Manager? Ich möchte zum Tempel des Schlafes gehen. Und entbar. Wer glaubt nicht an Anbetung? Bis Sie in den Dienst des Schläfers treten, wird Ihnen der Zutritt zum Tempel verweigert. Wer ist dir verantwortlich? Unsere Gurus entscheiden sich für Schläfer. Der Schläfer bestimmt unser Schicksal und die Gurus verkünden es uns. Ach, Ready? Am Anfang waren alle so richtig verrückt und dann hat Neo noch schnell eine Anpassung gemacht und hat sich gedacht, wir lassen den Helden verrückt und alle anderen haben eine normale Sprachausgabe. Am Anfang haben wir das ausprobiert, da haben alle so geredet. Das war sehr lustig, aber es war ein bisschen too much. Wer ist dir verantwortlich? Unsere Gurus entscheiden sich für Schläfer. Der Schläfer bestimmt unser Schicksal und die Gurus verkünden es uns. Ich möchte ein Tendler sein. Ich bin mal böse. Haben Sie eine Vorstellung von den Strapatzen, die ich durchgemacht habe, um als Verwalter des Tempels der auserwählten Schläfer zu dienen? Denken Sie nicht, dass Sie einfach hierher kommen und die höchsten Belohnungen kostenlos erhalten können. Bevor Sie darüber nachdenken, sollten Sie sich mit den Gewohnheiten des Schläfers vertraut machen. Es wird einige Zeit dauern und es wird Ihnen definitiv den Mist aus dem Kopf vertreiben. Das glaube ich nicht. Was habt ihr denn alle mit der Stimme des Helden? Die ist doch immer, wie immer, oder nicht? Du kannst es mir beidringen. Du willst ein starker Kämpfer sein und suchst jemanden, der dich trainiert. Es ist gut, aber ich bin nicht die Person, die sie suchen. Ich widme meine Zeit nur denen, die zum heiligen Kreis der Templer gehören. Das ist ja alles sehr richtig. Sie werden nicht Mitglied der Templer-Ritual. Um Ihr Vertrauen in den Schläfer zu beweisen, müssen Sie einige Zeit als Lehrling gedient haben. Dann komm zurück zu mir und ich werde dich unterweisen. Also Kor Anga war ja fast normal. Lebt Kor Anga bei Ihnen? Was hat er gesagt? Nein, Kor Anga lebt nicht bei mir. Und ich lebe auch nicht bei Diego und ich werde auch niemanden heiraten. Fürs Erste. Auch wenn ihr mich das alle fragt. Sonst sagt er, er mochte heil überhaupt nicht. Was? Eine heilige Mission erwartet mich. Bitte des Meisters. Meine Uhr. Warner Todt. So, wir müssen jetzt zu Baal Tondral. Der wird wahrscheinlich auch eine sehr interessante Rede halten. Bei der Taufe einen Schlag unter die Gürtellinie kassiert. Ja, Zera, das kann auch sein, dass der Held deshalb so spricht. Du siehst nicht aus wie jemand, der sein Leben als Sklave der Bergbau-Barone gegeben hat. Du siehst aus wie ein Suchender. Du bist wie jemand, der wahren Glauben sucht. Spüren Sie nicht das Feuer in Ihnen, das Sie nachts wach hält? Ich sehe, dass Sie daran zweifeln, dass die Diener der Bergleute wollen, dass Sie darin Wahrheit und Gerechtigkeit erkennen. Sie wissen auch warum. Weil Sie hüben. Sie kontrollieren den Geist der Schwachen mit Hüben. Dein Glaube ist starker als Ihre Hüben. Sehen Sie sich nicht jeden Tag nach Freiheit? Haben Sie das Gefühl, dass Sie jeden Tag wachsen? Es kontrolliert deinen Geist. Erleichter dich. Wissen Sie, was Sie in Ihrem Master gemacht haben? Du verleugnest deine Seele. Du verleugnest dich selbst. Hören Sie auf, im Schatten ihrer Angst zu leben. Befreien Sie sich. Verstehen. Der Schäfer wird erwachen. Er wird dir Freiheit geben und die ganze ungläubige Herde ausraten. Sie werden vom Angesicht dieser Welt verschwinden, wie vom Regen gewaschener Schlamm. Sie werden nehmen, sie werden nehmen und sie werden Buße tun. Aber dann wird es zu spät sein. Dann müssen Sie zahlen. Mit seinem Blut. Und seinem Leben. Äh, ja, war eigentlich fast unverändert. Hallo, Klapp, Daniela. Weißt das, dass ich jetzt mit Ihnen reden kann? Wie ich sehe, haben Sie unsere Regeln gelesen. Es ist gut. Ich spüre eine große spirituelle Kraft in dir. Bald können Sie Mitglied unserer Community werden. Ich habe Sie kontaktiert, weil ich Ihnen die Möglichkeit geben möchte, Ihre Liebe zu uns zu beweisen. Ja. Ihr könnt auch Mitglied dieser Community werden. Er hat gerade Werbung gemacht dafür. Deswegen ist das in Ordnung, wenn ich das nochmal wiederhole. Wie kann ich Ihnen meine Donialität beweisen? Am wichtigsten ist, dass wir neue Seelen brauchen, die sich unserer Gesellschaft anschließen. Indem Sie eine weitere Person für die Teilnahme an unserem Kampf gewinnen, zeigen Sie Ihren Wunsch, unsere Gemeinschaft zu bereichern. Wo können mich neue Leute für den Verein gewinnen? Das alte Lager ist dafür ein guter Ort. Sie brauchen etwas Unterstützung, denn die meisten Menschen da draußen haben die Angst und die Hüben satt. In Nefkamp werden Sie wahrscheinlich weniger Chancen haben. Die Menschen, die dort leben, sind Barbaren. Willkommen zurück, Alistair. Warum brauchen Sie so viele neue Leute? Der Schläfer zeigte dem Herrn, dass er wichtige Neuigkeiten für uns hätte. Aber es ist noch nicht zu seiner vollen Stärke erwacht und benötigt daher unsere BZM-Kraft, um mit uns zu kommunizieren. Deshalb bereiten wir einen wunderbaren Zaren vor und je mehr Männer teilnehmen, desto größer ist die Erfolgswahrscheinlichkeit. Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, gehen Sie zum Hauptplatz vor Tempel da. Aber stören Sie nicht die Meditation des Meisters. Nee, nee, würde ich niemals tun. Ja, es ist schon interessant. Kann man nicht leugnen. Der hat aber auch immer einen Sprung drauf. Nee, nee, du musst mir deine Liebe nicht beweisen, Grimes. Das machst du schon, indem du hier in den Chat schreibst und beim Stream dabei bist. Verbrennung? Was wirst du mit mir? Die richtige Lösung. Hallo. Hallo, wie sieht das aus? Ich bin sehr müde. Ich spiele seit zwei Tagen ununterbrochen. Arlok hätte schon vor langer Zeit meinen Platz einigen sollen. Bei einem Mann ist das immer so. Der muss immer noch in seiner Kabine schlafen. Warum dich du nicht auf ihn zuhören und trittst dir in den Arsch? Solange elfbar Alorun hier ist, kann ich nicht hierher gehen. Ich muss es so oder so machen. Aber du kannst für mich zu ihm gehen. Er lebt in Cura Calumas alchemistischem Labor in der Nähe von Fortuno. Sagen Sie ihm, er soll sie hierher bringen. Ich mach das. Ach ja. Die Betonung vom Helden ist aber viel zu gut. Der Boden kann nicht gestreckt werden. An dieser Geschichte muss etwas dran sein. Hallo, Rold. Bist du aus diesem Lager? Bereits. Ich bin vorne. Ist vor einer Woche aus dem Alpenlager geflohen. Haben. Ich sagte meinem Freund Dosti, er solle mitkommen, aber er entschied sich zu warten. Storb ich's. Ich weiß. Hatten Räder eine Minute mit ihm. Wenn Sie ihn wieder sehen, sagen Sie ihm, dass Sie dumm sind. Zu bleiben. Wenn das nicht zehnmal besser ist, als die Wachen im Alpenlager einzusperren, weiß ich nicht, was es ist. Ich werde es ihm sagen, wenn ich es ihm das nächste Mal sehe. Ja. Was machst du her? Ich verbreite die Lehren der Schläfer unter den Novizen. Ich bin auch ein Anfänger, aber ich bin bald bei. Einer der Gurus. Ich lebe sogar mit Iberion zusammen. Er ist der Auserwählte. Er sagte, wenn ich hart an ihr arbeite, werde ich bald selbst ein Champion. Aber ich zögere. Lassen Sie sich Zeit. Verstehen? Ich kann immer noch ein Champion sein. Ich bin sehr zufrieden mit meiner aktuellen Position. Junge, diese Matschstämme macht mich einfach viel zu fertig. Was ist das? Ich habe mit den Kindern neue Substanzen getestet, die Chorkalom in seinem Alchemilabor entwickelt hat. Der Guide veröffentlicht alle paar Tage etwas Neues. Und dann testen wir. Dieses Kraut öffnet ihren Geist. Wenn sie die richtige Menge einnehmen, können sie mit dem Schläfer kommunizieren. Junge, der soll die armen Kinder anrufen lassen. Warum testet der Substanz mit den Kindern? Alter. Haben Sie den Schläfer bereits kontaktiert? Nein. In diesem Moment. Außerdem können wir von diesem Material nie genug bekommen. Kalom fragt mich immer, was das für eine Wirkung sei. Aber ich habe den Eindruck, dass sie meiner Meinung egal ist. Wenn ich die Wirkung belieben finde, bringt er die Angelegenheit direkt zum Guru. Aber bald werde ich selbst zum Guru. Wann kann ich an meine Grenzen kommen und die Stimmen der Schläfer hören? Ich möchte zu deinem Kram mitkommen. Kannst du mir damit helfen? Möchtest du uns beitreten? Es ist gut. Warten Sie eine Minute. Ja, ich denke, ich kann dir helfen. Ich bin noch kein Guru, aber ich habe einen gewissen Einfluss innerhalb der Bruderschaft. Ich möchte, dass du mir einen kleinen Gefallen tust. Waren Sie schon einmal in Fortuno? Nein. Ich war noch nicht in Fortuno. Dann gehen Sie zu Ihnen und holen Sie sich Ihre Dinge des täglichen Bedarfs. Wenn du mir das Sumpfgras gibst, das er dir gegeben hat, sind wir im Geschäft. Jetzt denke an ihn. Mit mir ist dein Sumpf. Du kannst nehmen. Drei dunkle Weise wurden identifiziert und mehr nicht. Gib mir zuerst das Gras, dann fangen wir an. Junge, Alter, das macht mich so fertig, ne? Die armen Kinder. Nichts ist heißer als eine Nahrung. Moin, Potra. So, dann gehen wir mal zu dem Substanzenhändler hier. Erleichtere dich. Hier ist ein Schneeflockengeschenk für jeden Neuling. Junge, der gibt da die harten Drogen schon, die Schneeflocken jetzt. Was hast du für dich? Hier nehmen Sie drei Rollen Sumpfgras. Das ist Blacksage. Gut. Sie können jeden Tag mehr haben, aber wenn Sie mehr wollen als Ihr Taggeld, müssen Sie bezahlen. Wenn Sie auf den Weg zwischen den Lagern auf Gras und Futter stoßen, bringen Sie es mir. Ich werde sie bei dir kaufen. Ich müsste ankaufen. Was willst du? Oder möchten Sie etwas verkaufen? Äh, nee. Ben Root. Ich bin voll sehr viel im Angebot hier. Ja, ohne Witz. Du kommst aber irgendwo hin. Erleichtere dich. Schon krank. Worin hat mich geschickt? Was? Stücken Sie Ihren Hintern in die Kohl rutschen? Sonst gibt es eine Pratis. Spielt mit mir, ihr Faulenzer. Was war das für ein Spruch? Fisch. Was willst? Was willst? Nein, ich häng fest. Nein, ich häng fest. Warum kann der mich treffen? Ah, hallo. Boah, ich hasse das Gothic 1 Kampfsystem in der Anfängerhaltung so sehr. Alter, ich kann auch einen klaren Gewinner bemerken. Alter, ich habe so lange kein Gothic 1 mehr in der Anfängerhaltung gespielt. Danke für das Juvel-Hit. Juvel. Ah, Mann. Und hallo, Truefix. Ich kann einen klaren Gewinner erkennen. Das Problem ist halt auch viel zu gut. So, jetzt gibt es Stress. Jetzt ist Schluss mit Lustig hier. Neben, aber wir verstehen leider nicht ein, zwei Dinge über Wrestling. Fisch. Streit. Streit. Wieso treffe ich ihn nicht? Ah, Essen. Nur sagt er Essen. 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 Alter, H-Log ist viel zu heftig, Mann. Ey, wieso kann ich ihn nicht treffen? Was wirst du mit dieser... Es fehlte ein leichter Wind und es würde auch fallen. Junge, ich hole mir gleich mal die ganzen Juwelen zurück, Mann. Du solltest vorsichtig sein, was du sagst. PK und ja, auch alle anderen, die hier noch dazukommen, ihr habt auf jeden Fall etwas sehr Nettes schon am Anfang verpasst. Aber wir sind mittendrin gerade hier in... beim Essen quasi. Du lernst schnell. Du lernst schnell. Ey, wieso kann ich ihn nicht mehr treffen? Schlauer Mensch. Ich kann einen klaren Gewinner benennen. Ja, ich kann auch einen klaren Gewinner benennen hier. Eindeutig. Und hallo Ressa. Ja, äh, das ist schon guter Premium-Content hier wieder. Ja, also Neo hat man wieder gezaubert. Kann man nicht anders sagen. Und moin moin, äh, Mick und Skatus, hallo. Und Vedajo, hallo. Ja, der Anfang war noch wilder. Der Anfang war noch wilder, weil wir am Anfang noch alle so weird haben reden lassen. Aber dann umgestellt... Es wurde dann umgestellt auf, ähm, naja, eine besser zu ertragende Variante. Wieder auf der Suche nach einem Kampf. Fasst du Lanz an, dass du fühlst, du den Platz, dann ist vorne, das einnehmen willst? Du verdammte Bastard. Warum fühlen sie mit uns? Ich möchte, woher will ich das sehen? Auf dem Blick hierher. Ich werde. Bastard. Lass mich vorbei. Ich möchte nur deine Liebe sehen. Auf jeden Fall ist es wirklich... Die Liebe scheint ein großes Thema hier zu sein bei dieser Mod. Und auch, äh, die Wohngemeinschaften, die Heirat. Themen einfach, die auch wichtig sind im Leben. Inspirationen kann man hier finden, für sein eigenes Leben auch. Das Problem war nicht sehr schlau. Mein Wohnsitz in Gurim. Du hast dich für einen unserer Brüder eingesetzt. Und der Fall war richtig. Deshalb habe ich sie für eine besondere Mission ausgewählt. Kurt Kalom braucht für seine Experimente dringend neue Holzwagen. Unsere Sammler in Sumpfrufen Tag und Nacht. Gehen Sie zu ihnen und bringen Sie alle Ernten zu Kalom in Ihrem Alchemie-Labor. Ja, neuer Holzwagen. Ja. Ja, wenn das Spiel einfach unbedingt ein Dating-Simulator sein will, aber einfach immer wieder vergisst, dass es doch ein Rollenspiel ist. Absolut, A-Sonic. Und hallo, Dimitri. Und hallo, Taroxis. Wo du hier gelandet bist? In der Mod der Liebe. Ball-Med-Bag. Wer bist du? Ich bin ein Guru. Ich bin ein Sumpf-Guru. Meine Diener nennen mich Ball-Med-Bag. Echt? Ich sehe keinen ins Mädchen. Sie sind hier überall. Baum. Sie gehen sich springen und sie tanzen. Okay. Dein Deal wieder. Warte. Du kannst mir helfen, diesen Sumpf in eine riesige Blumenwiese zu verwandeln. Damit solltest du anfangen. Ich... Komm, ich spät mal wieder. Ich glaube nicht, dass dieser Mann mich weiter wandelt. Es ist so, wenn du so high bist, aber trotzdem merkst, dass Ball-Med-Bag ein Spinner ist. Ballen. Ballen hat mich geschüttt. Ich soll das ganze Sumpf-Kassel einsammeln. Essen. Dann muss ich nicht alleine gehen. Nimm es. Wenn sie noch nicht dort waren, vergessen sie nicht, wir an auf der anderen Seite des Sumpfes zu erreichen. Sonst könnte es sein, dass dir der Vorrat ausgeht und jeder denkt, du hättest die Hälfte verkauft. Ja, wenn Brian Hedberg eigentlich der Normalste hier ist, ne? An wen verkaufe ich überhaupt Graz? Ah, ich habe dich auf eine Idee gebracht, nicht wahr? Nein, Sarah Clinton. Können wir bringen? Sie suchen etwas. Ich werde Ihnen sagen, wenn das Kaskor Calom nicht erreicht, stecken wir bei den großen Schwierigkeiten. Vergiss es. Es war nur ein Gedanke. So, renn Sie weiter. Okay, was denkst du, was ich hier mache? Pump mein All. Pump mein All. Also den Sumpf gehe ich jetzt mal nicht, weil wir haben eh keine Chance gegen Blutfliegen. Ich müsste ein bisschen Einhand oder so trainieren. Pump mein All. Bist du etwa in der warmen Bruderschaft? Ja. Hier wird man gewärmt durch die Liebe. Hallo du. Das Problem war offensichtlich. Ausfahrt. Ah. Nein, nein, nein. Noch keine Ausfahrt. Hallo du. Da gehörst du nicht... Nee, da gehöre ich nicht hin. So, dann müssen wir einmal zurücklaufen. Können jetzt gerne mal zum neuen Lager auch gehen. Wie können Kork, äh, hier, wie heißt das? Dexter sein Rezept abgeben. Äh, Asonic, aber in der letzten Übersetzung haben sie auch schon Sumpfgras gesagt. Äh, hier ist es dann manchmal auch nur Gras. Aber eben hat doch jemand schon von der Schwesternschaft auch gesprochen. War das nicht auch so? War das nicht Lester, der von der Schwesternschaft auch geredet hat? Ey, guck mal, wer der ist. Hallo, wo bist du hin? Wir bringen das Mineralwasser unserer Brüder von der alten Meine nach Korkalom. Einmal am Tag gehen wir zur alten Nine, um es abzuholen. Das Mineralwasser. Was ist das für ein Speichel? Wir deaktivieren die Schieberegler. Wenn sie wissen wie, können sie sie entfernen, ohne das Geheimnis zu verlieren. Äh. Können sie mir sagen, ich habe ein Mineralausbruch bekommen. Nachdem sie die Herde getötet haben, packen sie sie natürlich mit ihren Krallen und ziehen sie sie heraus. Dann kommt die Drüse fest heraus, ohne dass sie entfernt werden muss. Natürlich. Warum braucht Korkalom ein Geheimnis? Soweit ich weiß, verwenden Novizen daraus einen Trank, der ihre magische Kraft erhöht. Seit wir uns auf die große Show vorbereitet haben, kann sie von diesem Unsinn nicht genug bekommen. Mit Hilfe des Zaubertranks möchte er die Neuankömmlinge auf den großen Tag vorbereiten. Ja, das macht Sinn. Haben sie schon genug Elxierke, die große Trauburg zahlt? Nein, das müssen wir noch viel sammeln. Unsere Jagdgruppen sind Tag und Nacht im alten Bergwerk im Einsatz. Ich sag's ja, die, 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 die Hochzeit, die kommt immer wieder ins Gespräch für die große Traumhochzeit. Ja, Waffe-Milk, Gothic 1 ist, ist da. Bienenkettenfahrzeuge haben Schieberegler. Ja. Alter, alles, der mir tut, mein ganzes Gesicht weh. Schon vom Lachen und vom Grinsen vor allen Dingen auch. Weißt du, und die Sache ist, man wusste ja eigentlich, worauf man sich einlässt, aber es war dann trotzdem doch nochmal ein bisschen anders. Und es passieren Dinge, weißt du, mit denen kannst du einfach nicht vorrechnen. Oh, wie eine Schmierlaus. Eine tote Uhr. Wer hätte das gedacht? Alles gut, Katz. Was ich interessant finde, diese Stöhnen vom Helden ist so geil. Was ich so gut finde, ist, dass Katz genauso heißen wie die Buddler. Hallo, du. Hast du das, habe ich noch nie gesehen. Das ist kein Wunder. Ich war auch kurz dort. Dann passen sie auf sich auf. Die D-Welt ist ziemlich gefährlich. Nur im Lager bist du sicher. Was ist denn die D-Welt? Du solltest vorsichtig sein, was du sagst. Oh Mann, ey. Der Experte, hier. Ich habe das Rezept, das Sie wollten. Sehr gut, zeig mir. Essen. Jetzt kann ich selbst Zaubertränke herstellen. Du bist ein guter Mensch. Ich werde Digo davon erzählen. Danke. Hier, nimm es. Für deine Sorgen. Dankeschön. Hallo, staubig. Ich war in einem Sektenlager und ich habe Möfling getroffen. Und? Was sagt er? Bis scheint, dass er die Wache mehr mag als den Tyrannen. Hey Kumpel. Wer ohne mich ausgeschieden? Ich muss dorthin, aber ich verlasse das Lager nie. Aus diesen Grund? Vorregler. Den Wachen wurde gesagt, dass ich fliehen wollte. Ich denke, ich habe viele Wohnungen. Ich brauche mindestens 100 Erzähl, um die Wachen zu bestechen. Erzähl. Ja, wenn wir nochmal da hingehen, dann nehmen wir den mit. Aber vorher nicht. So, wir können auch noch zu Sly. Manchmal spricht der Held wie Bane. Stimmt, da fehlt nur noch die Maske. Marv, das ist ein sehr schöner Fiebertraum. Der bisher schönste. Das ist brillant. Ja, Alexander. Ich dachte auch schon, irgendjemand hat von der Schwesternschaft erzählt. Dann war es doch Lester. Wo ist er eigentlich matt abgeblieben? Vielleicht hast du... Ich höre nicht mehr frei. Du musst etwas dran sein. Er war nicht sehr schlau. Definitiv nicht mein Glück. Lass uns über etwas anderes gehen. Also in der letzten Version war ein Mowlerad auch schon ein Bagger, Neo. Du bist wirklich lustig. Es ist gut, dass du mich mitgenommen hast. Das können wir öfter machen. Und heute ist noch viel Zeit. Also die Mowlerads waren ein Bagger und die Buddler wurden auch auf das Bagger betitelt. Wegen Eck. Ja? Nach mir. Ich hab' ich fand. Was? Wo ist er? Es ist füttert und neu. Nein, verflucht. Jetzt muss ich den Laden hierher schicken. Ich hatte gehofft, dass du zurückkommst. Ist das jetzt? Ich hab' ein Problem. Was ist dein Problem? Ich schulde Sketti etwas. Eine Menge Schulden. Jetzt, wo Nick weiß, dass er seinen Job gemacht hat, wird er jeden Tag auf meiner Matte sitzen. Kann ich helfen? Mhm. Ich war einer in Kavaldorn und habe mit ihm ein Bier für ein spätes Gespräch getrunken. Ja, und? Auf dem Heimweg wurde ich auf der Brücke von zwei Räubern überfallen und ausgeraubt. Der Wachmann auf der Brücke schlief. So hat er mir am Morgen auch nicht viel geholfen, aber du kannst ihn fragen. Es ist jetzt sechs Monate her, aber vielleicht findet ihr diese Schweine. Sie haben mir 500 Erz abgenommen. Willst du Hallo Chaos? Wie viel kostet es mich? 250 Erz reichen mir, den Rest behältst du. Okay. Die Quest ist übrigens von der LP Balance. Die ist im Original nicht da. Vielleicht hast du recht. Ich lade sie in die Arena ein. Was? Aber ich habe, ich will einfach nicht kämpfen. Lass uns zusammen ein Bier trinken und dir etwas erzählen. Willst du mir etwas erzählen? Okay, gib mir ein Bier. Nimm es. Vielen Dank. Ich wusste, ich habe das viel zu sagen. Sie hielten mich fast zwei Monate lang in einem dunklen Loch fest, bevor sie mich hierher warfen. Es tut mir leid. Also was zum Teufel. Hey, du siehst für zwei Monate, du geh uns gut aus. Ich du lasse es dabei. Warum sollten sie dann mit einem von uns konkurrieren wollen? Ich möchte im Kant abertönt werden. Du meinst Skitty? Hm. Er ist einer der stärksten Menschen in der Ring. Wenn du mich schlägst, könnte es Auswirkungen auf ihn haben. Aber wenn du ihn wirklich beeindrucken willst, musst du Harimko schlagen. Ich fürchte, er ist zu gut für dich. Wenn du mich immer noch schlagen willst, gib mir Bescheid. Aber ich werde kommen. Ich mag es nicht mehr selbst, ins Gesicht zu schlagen. Warum? Warum? Oh. Ich fordere dich heraus. Bin wir in die Arena. Du? Ich esse zum Frühstück, Baby. Tun Sie sich selbst einen Gefallen und gehen Sie. Wenn du entkommen kannst, du fähiges Schwein? Fällt dir nichts Besseres ein, Schatz? Denken wir nach. Nein, mir fällt nichts ein, was du verstehen könntest. Vielleicht solltest du es versuchen. Was sagst du? Deine Mutter macht das mit den Ziegen. Wahrscheinlich wirklich. Beleidige niemals den Knöchel eines Mannes. Du bist nur hier. Um was zu tun, nutze die Chance. Komm jetzt Arschküssen. Was? Du bist ein Wurm. Sie kennen uns nicht. Nev Kamp ist kostenlos von all diesen Blützeln. Außerdem gibt es nur einen Grund, warum ich hier bin. Damit ich klugen kann, wie ihn den Kopf verdrehen kann. Gerne erledige ich das für Sie. Dein Schicksal erwartet dich in der Arena. Oh, Junge, Alter. Komm, wir verlieren mal extra gegen. Ich schätze dich wirklich sehr. Wir werden auf jeden Fall eine schöne Zeit zusammen haben. Nicht auf diese Weise. Wo schläfst du wirklich? Du kannst zu mir kommen. Danke. Ich glaube, ich lasse mich mal von Karin verprügeln. Ich will den Dialog dann hören. Es ist eine Frage des Willens. Oh, ich habe vergessen, mein Erz rauszuschmeißen. Ah, springen. Warum haben sie dich hierher geworfen? Haben sie auch eine Schwäche für Tiere? Es gefällt ihnen überhaupt nicht. Also haben sie mich gebucht. Was? Hä? Das nächste Mal bringe ich dich um. Warte, hilf mir. Es gibt nicht einmal eine Miene nebenan. Okay. Aber die sexuelle Spannung ist echt groß in der Barriere. Das stimmt. Aber wenn es keine Frauen gibt? Es gibt Leute, die immer wieder versuchen, mich zu schlagen. Die Bösen aus dem neuen Lager. Echte Monster. Ich werde sie informieren, wenn sie sie in Zukunft kontaktieren müssen. Das wird es definitiv ausschalten. Danke. Habe ich jetzt gegen Karin offiziell verloren oder zählt das jetzt nicht? Danke. Sehr gut. White Russia, das war echt ein knappes Ding. Klar. Ich habe das jetzt mal manuell übersetzt. Da kommt nur Bagger bei raus. Keine Ahnung, wie das Wort kommt. Boah. Weiß ich auch nicht. Hallo du. Ausfahrt. Du lernst schnell. Ausfahrt. Achso, eine Sache haben wir noch vergessen. Aber das können wir auch später machen. Ich folge dir. Und hallo, Dami. Dami. Nee, es geht nicht um Budla, Gigi. Es geht um Mole Red. Warum Mole Red zu Bagger wird. Rhymes, mir geht es sehr ähnlich. Also mir ist auch sehr, sehr warm. Ich bin, glaube ich, komplett rot. Welche SR? Was meinst du, Dami? Was ist SR? Was ist eigentlich mit der Musik passiert? Wieso? Was ist mit der Musik? Welche Sprache wurde es übersetzt, damit das bei rauskommt? Wieder Russisch. Russisch. Türkisch. Zurück nach Deutsch. Nach Schwedisch. Und dann wieder zurück nach Deutsch. Ja, alles. Ich glaube, so was in der Richtung wird es ein. Wir haben ja schon 30 Lernorte. Sehr gut. Gigi, nein, es ging nicht um den Neck. Neo hat auch gerade selber geschrieben, worum es ging. Mole Red gleich Tunnelratte, vermutlich dann in einer anderen Sprache. Graben, Ausheber oder am Ende Digger wieder. Joa, irgendwie sowas. Chinesisch? Wie wird Kobold denn zu chinesisch? Warum? Warum chinesisch? Was machst du hier? Meil, Suppe, Arabisch? Ah, Cavalorn heißt wieder Soldat, natürlich. Du lernst schnell! Was wirst du mit dieser Waffe machen, Mann? Du lernst schnell! Was machst du hier? Ich bin ein Jäger. Ich jage hauptsächlich Assfässer. Ah ja. Wo kann man's so reinbekommen? Von mir. Ich verkaufe die besten Federn aus dem Altbestand. Kannst du mir das Laden beibringen? Alles ist kahl. Was möchtest du wissen? Frühlingsniveau? Missbrauch? Nein. Ich möchte keinen Missbrauch lernen. Zeigen Sie mir Ihr Produkt! Ähm. Ah. Kurzer Frühling ist also ein Bogen. Pferdebogen. Danke. Aber ich gehe lieber mit Mord weiter. Schneiden. Wir wollen auch... Es kommt gleich wieder ein Wolf. Und wir werden uns alle wieder wundern, warum der Wolf so heißt, wie er heißt. Ich lasse es einfach wieder unkommentiert. Eiden, der alte Sniper. Eiden? Eiden? Bleib weg. Deine Antwort. Aber ich würde dir auch gerne das Gesicht zertrümmern. Ne, lass das mal lieber. Was machst du her? Ich bin Jäger und verkaufe Leder und Zähne, um einen Lebensunterhalt zu verdienen. Gibt es Fehler? Ja, wenn sie wissen, wie man Kreaturen richtig erschafft. Ich möchte lernen, wie man sie beschlachtet. Was möchtest du wissen? Die Spaltung von Chlor, Alter. Ja, erstmal nichts. Aber danke fürs Angebot. Und moin Matthias Stein. Machen wir das Thema hier nicht weiter auf. Das könnte in eine falsche Richtung gehen. Es gibt Dinge, die muss man nicht verstehen. Also, warum ein Goblin chinesisch heißt. Das ist auch fragwürdig einfach. Alton ist ein guter Chemiker. Äh, Chemiker. Chemiker. Das stimmt. Das ist er. Dafür ist er bekannt. Das ist Missbrauch schleichen. Ich glaube schon. Spezielle Fähigkeiten. Missbrauch ist aber auch viel zu treffend. Bei speziellen Fähigkeiten. Da, dass das in dieser Kategorie ist. Weil, Pfeil ist Bogen. Armbrust ist halt Armbrust. 250 ist 200. Alles beim Alten quasi. Wir sind hier. Wenn Sie durch das Tor gehen, betreten Sie ein neues Lager. Sprich mit Laris. Er wird dir helfen. Dir. Gib ihn ihm für mich. Es ist ein kostbarer Ring. Das ist der Ticket nach Laris. Kommen Sie nicht ohne guten Grund zu ihm, wenn ich darüber nachdenke. Nachdem ich eine Weile hier geblieben war. Ich habe bisher, haben wir genug verdient. Und das Wetter im Alten Lager wird langsam wärmer. Wenn Sie möchten, treffen Sie mich an der Bar. Das Haus direkt über dem See. Aufrichtig. Wir werden's sehen. Ne, ne. Ins Questlog habe ich noch gar nicht geschaut. Fällt mir gerade auf. Müssen wir gleich mal machen. Aber erstmal reden wir mit dem Hutschutz. Und dann gehen wir ja zur alten Mine. Hallo. Ich bin zum ersten Mal ja. Und? Was machst du hier? Wie sieht es aus? Ich rauche nur. Wenn du denkst, ich lasse dich gehen. Verdammt. Du wirst mich nicht aufhalten. Was mache ich hier? Nein. Zu viel Stress für mich. Außerdem kann jemand wie du dort sowieso keinen großen Schaden anrichten. Wer ist die Einrichtung? Allgemein. Bis auf ein paar kleinere Unebenheiten ruhig. Aber da bin ich ja beruhigt. Wie sieht das aus? Gehen. Haben nicht, rauchen nicht mehr. Ich habe Sumpf echt. Sie trennschen sich einst. Er versorgen. Geben sie natürlich. Gehörst du zu den Händlern in Kultlager oder was bist du? Ich weiß es nicht. Also ich bin irgendwas. Auch was mit der Stimme vom Helden passiert. Ne, 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 ne. Nein. Nicht Blutfliege. Tu es nicht. Perfekt. Mit der Stimme vom Helden ist eigentlich gar nichts passiert. Ist auch immer. Nein, am Anfang hatten wir noch eine andere, ähm... Naja, sagen wir mal eine andere Testversion. Und alle NPCs haben so geredet. Aber wir dachten dann, es ist lustig, wenn der Held so spricht und die anderen reden normal. Das hat Neo dann vorbereitet und jetzt ist alles so, wie es ist. Ja, die Blutfliegen sind echt ganz merkwürdig. Die sind teilweise so weit weg von ihrem eigentlichen Spawnpunkt. Hier ist auch einfach gar nichts los. Dieser Weg ist immer so... ...trist. Dafür geht es bestimmt... ...in der Mine gleich richtig ab. Und hallo Moppet. Sehr gerne. JPF. Drachen. Natürlich. Der Drake. Kannst du mir etwas über dir nicht erzählen? Hier sind wir, das Flaggschiff. Das Fuskinger-Brütten-System führt sie hinunter. Und überall wird Erz abgebaut. Aber Vorsicht! Hier gibt es auch viele Erwitzen. Es kommt zur Kernschmelze. Ein Teil des Erzes wird direkt geschmolzen und verarbeitet. Woran muss man mit einem Datwerk binden? Vor allem bei Minen-Crawlern. Es sind gefährliche Tiere. Wegen ihnen mussten wir mehrere Höhlen verlassen. Bereits von vielen Baggern gefressen. Der Zähnungs-Van wird rechts. Ich habe eher trockener Boards. Wenn du Bier kaufst, erzähle ich dir von Reptilien. Okay. Verschwendung von Bier. Wir müssen. Zwingt den Türien. Vielen Dank. Daher gibt es hier in vielen Nebenhöhlen viele Reptilien. Die haben hier den Haupt-Bulan noch nicht angegriffen. Wenn du sie treffst, trenne! Oder lehnen sie sich mit dem Rücken an die Wand. Dann haben sie vielleicht einen Moment Zeit. Ja. Da erzählen sie uns etwas mir, der Wippa. Wenn sie weitere Informationen wünschen, wenden sie sich bitte an Viper. Er ist ein Schmelz-Stiegel. Oder wenden sie sich an Jan. Er ist der Boss. Er organisiert alles hier im Bergland. Der gute Jan. Ja, nur. Wo kann ich finden? Mitten im Hauptbergwerk, neben dem Lagerhaus. Oh, noch etwas. Kennst du Taurus nicht? Vergiss es. Hier gibt es nur einen Mann. Und das ist Jan. Er ist hier im Dienst. Wenn du Zeit mit ihm verbringst, verbringst du Zeit mit uns allen. Verstanden? Der wird im Sehen. Kann ich dort hingehen? Oh Mann, ey. Lucht. Woran muss man nicht an den Bergpferd denken? An die Bergleute. Je tiefer sie gehen, desto näher sind sie den Kreaturen. Diese Basta bekamen direkt aus Billiards Reich. Man kann sie zeichnen und zeichnen hören. Sie verstecken sich im Dunkeln und warten nur auf dich. Ich hab sie tot gesehen. Brutal und schnell. Wenn du leben willst, sei nicht hier. Du solltest gehen, bevor mir etwas einfällt. Woran muss man nicht an den Bergpferd denken? Wie sieht das alles? Mein Rücken weint, meine Hände fallen, meine Kehle ist trocken, ich bin müde. Und ein ständiges Grabgeräusch. Ich arbeite. Mein Rücken weint. Was wissen Sie über Deadlighter? Wie geht man am besten mit Arterien um? Koma laufen sie so schnell, wie ihre Beine sie tragen können. Wenn sie es verpassen, ist es bereits zu spät. Aber trotzdem wird dich niemand vermissen. Da hat sie etwas zu sagen. Schauenstein. Mein Chef, Askan, gibt den Wachen Befehlen. Das ist ein Malian. Wir sollten alle spielen. Wochen ohne Tage. Es gibt keinen Überleben. Die einzige Freiheit ist der Tod. Das ist sehr traurig. Was sagst du dazu? Erzähl von einem. Die Baga bauen das Erz ab und wir schützen es vor den Reptilien. Der ist schon wieder Matt-Stimme. Wer ist dir verantwortlich? Jan und Arkan. Kontaktieren Sie ihn, wenn Sie etwas brauchen. Wissen Sie etwas über Trüffel? Alle Spanns müssen zerstört werden. Wie kommt der jetzt auf Trüffel? Wie gilt es dir? Alter, verärgere mich nicht. Sorry. Ich wollte nur fragen, wie es dir geht. Oh, Mann, ey. Oh, Junge. Was machen eure Trämpfe hier in Bergtwert? Wir jagen Bergleute. Am besten gehst du zurück ins Lager. Du bist in Sicherheit. Warum jagt man ein Türchen? Wegen seiner Zange. Sie enthalten einen wertvollen Zerr. Was ist so hell? Hey. Nur unser Guru Chor Kalum weiß, wie man daraus einen Trank macht. Warum klingt der hell, als wurde er in die Weichteile getreten? Das hatte ich ja eben schon erklärt. Wir hatten erst eine andere Sprachausgabe. Da wurden die Varianzen und die Einstellungen ganz weird, naja, festgelegt bei GameTTS, als die Sprachausgabe erzeugt wurde. Das hat Neo einfach testweise gemacht. Am Anfang hatten wir das bei allen NPCs, aber das war sehr viel. Und dann dachten wir, nur der Held bleibt so und alle anderen reden normal. Und hallo Evil. Wer ist Korkalum? Er ist einer der mächtigsten Menschen im Schneeloch. Er kennt viele Geheimnisse und kann die Gedanken anderer kontrollieren. Er ist auch Alchemist. Der bereitet Tränke zu, damit wir mit dem Schäfer spirituellen Kontakt herstellen können. Geh einfach ins Lager. Wir sind immer auf der Suche nach guten Leuten. Ich werde darüber nachdenken. Nein. Schäfer, wach auf! Junge, der rastet komplett aus. Kann ich es mit denen tauschen? Ich habe alles, was du brauchst. Was ich nicht habe, wirst du auch nicht. Ach, Junge. Ja, das glaube ich auch. Hallo? Was passiert über wen, Herr? Bargagan nach Erz und wer nicht? Erwartet sie eine Party? Das klingt nicht schlecht. Was passiert über wen, Herr? Bargagan nach Erz und wer nicht? Ja, sorry. Wer ist für verantwortlich? Askan ist unser Manager. Jan kümmert sich um die gesamte Organisation des Erz und den Bargagan. Ja, Blueprint. Wir haben mehr Sprachen und mehr Game TTS. Erzählen Sie uns, Feind, heute letzt. Bastarde machen uns das Leben schwer. Ich weiß nicht, wer mehr gestohlen hat, Kreaturen oder Bargagan. Ich weiß es auch nicht. Wie sieht es aus? Ja, was denkst du? Fletcher der Zweite. Ja, das ist sein Zwillingsbruder. Fletcher. 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 Was? Schave Nierks? Wie sieht es aus? Ich biete Ihnen Verständnis. Wenn du Aaron aus der Truhe holen kannst, gebe ich dir zehn Edelsteine. Wer wird denn sehen? Ja, natürlich. Hallo, Aaron. Aron entfernt. Gab es da schon Übergriffe in der Vergangenheit? Geh mal zu Jan. Ja, NC, heute ist, ähm, der Game-Titel ist noch etwas anders eingestellt. Gutes Verständnis. Ich frage mich, was du denn mit wachst. Ich freue mich immer, wenn es mir gelingt, die Wachen zu schlagen. Und wenn sie den Inhalt des Sandes in mir finden, bin ich an der Reihe. Wer wird denn sehen? Ja, natürlich. Oh Mann, dieses Fernsehen. Ach, Snipes, der Bundler, da ist er. Im Chat, so wie im Spiel. Hallo, Ullbad. Was ist in der Hütte? Es geht dich nichts an. Soran möchte ich, macht mich dann durstig. Und wie? Ich könnte wahrscheinlich ein oder zwei Schlucke trinken. Hast du irgendwas? Nö, bis. Trink den Chill. Vielen Dank. Gönn dir. Gibt es etwas Besonderes, er nennt dich da? Einige Truhen, in denen wir die Materialien aufbewahrt haben. Allerdings ist der Schlüssel weg. Verschwunden? Ich wette, Aleph war daran beteiligt. Du kannst dem Mann nicht vertrauen. Schauen Sie. Jan und die anderen unten essen los, Stilf. Was? Ohne mich? Nun, ich bekomme meinen Anteil. Lass mich vorbei. Wie traurig er geklungen hat. Die essen Roastbeef ohne mich. Dieses ist einfach jeder Matt. Jeder, der, glaube ich, von Jackal oder so gesprochen wurde, also von dem gleichen Sprecher, der spricht ja auch Lefty und so. Matt ist ja der gleiche Sprecher wie Lefty und so. Aber Matt hat so eine besondere Betonung. Ich weiß nicht, ob das jetzt extra von Neo gemacht wurde, weil es lustiger ist, oder ob das einfach jetzt Fehleinstellungen war. Aber ich finde es sehr gut, dass die alle matt sind. Das macht das irgendwie auch nochmal lustiger. Ja, erstmal an dem Manager. Die Manager sind sehr wichtig. Die managen das ganze Stegsystem hier. Flamme. Die Wachen werden mich nie erwischen. Was willst du sagen? Ich klingele nur, wenn die Wachen in der Nähe sind oder mich sehen können. Ansonsten legen sie auf meine Zeit, ist da. Hast du Zweifel? Natürlich baue ich weniger Erz ab als alle anderen. Natürlich reicht es nicht immer, deshalb muss ich vorsichtig die Plätze wechseln. Ich halte immer die Augen offen und bekomme viele nützliche Dinge. Hast du Minen dabei? Wie 10 AC. Gut, hey, das sind 10 AC für dich. Vielen Dank. Vielen Dank. Geht man zurück zum Hauptweg und folgt den Stegen weiter nach unten, gelangt man bald zu zwei Nebenhöhlen. In der zweiten Höhle ist ein Wächter. Es gibt auch einen alten Holzhammer. Es gibt immer noch einen Trank da draußen. Aber seien Sie vorsichtig und nehmen Sie sich vor den Gruß in den Arm. Und wenn Sie etwas brauchen oder es noch einmal hören, kommen Sie zu mir. Ich kann Ihnen bestimmt weiterhelfen. Ja. Macht Joachim Pütz eigentlich immer noch den Wetterbericht bei der Tagesshow? Das hat er doch eine Zeit lang auf jeden Fall gemacht. Wissen Sie etwas über die Schlüssel zu den Drohnen in der Scheune? Alles darüber. Wie viel Erzfurchte geben? Du lernst schnell. 50 AC sind mehr als genug für dich. Äußerst großzügig. Du Schlüssel und nimm auch dieses Gesicht. Er hat mir immer gute Zeiten beschert. Du hast mir den Kopf gegeben? Warten Sie weitere nutzliche Informationen? Natürlich hast du noch 10 AC. Ich warte auch auf gute Informationen für meinen Erz. Hier gibt es viele verschlossene Thronen. Bargagling oben kann Ihnen die Schlüssel geben. Er versteht es gut. Du weißt, wo du mich findest. Ja. Lass mich. Wir werden Aleph nicht dunkler machen. Nicht verpetzen. Und wir haben jetzt einen Powerring. Das ist heute richtig hardcore. Aber es ist auf jeden Fall noch auf einer Ebene, wo man alles verstehen kann. Okay, nicht ganz. Also sagen wir mal, 85% kann man verstehen. So sinngemäß. Und das ist eigentlich perfekt. Aber noch schlimmer darf es glaube ich auch nicht werden. Dann wäre es einfach nur noch unverständlich und nicht mehr so interessant. So, das nehmen wir alles mit. Ich freue mich schon so, wenn es den Gothic 1 Randomizer gibt. Das wird so geil. Oh, er ist einfach eingefroren. Neues Gesicht. Hast du jemals meinen Sohn abgebohrt? Nein. Und wieso heißt er auch Schmutz? Lange her. Frau! Ich bin seit 10 Jahren hier. Nein, ich habe viel gesehen und gelebt. Es besteht eine gewisse Gefahr. Ich habe es bereits gemeistert und immer herausgefunden, wie man überlebt. Während ich noch in der verlassenen Mine spielte, stürzten die Stützbalken ein. Aber das sind alte Geschichten. Sie hatten wahrscheinlich schon von vielen Prämien gehört. Höre den Tod. Ich weiß, dass du von hier aus weitermachen willst. Aber vergiss es. Steigen Sie jetzt ein und vergessen Sie alle Gedanken an einen Durchbruch. Ich habe, ich sah die Gesichter von Menschen, die versuchten, der warst du einer der ganz Großen. Wer weiß. Du wirst klettern. Aber egal wie weit du wirst, die Barriere wird dich aufhalten. Ja. Wer versteht das Tod? Ich werde du sein, du auch. Das ist mal Vatras in der alten Mine. Das ist nicht Vatras. Das ist Schmutz. Hallo du. Wenn du dich noch einmal so über mich lustig machst, bekommst du einen guten Knüller, okay? Oh Mann ey. Knüller. Natürlich. Hallo. Vermisst Sie nicht Ihren Torwart-Rundschlüssel? Genau genommen. Ich möchte gar nicht wissen, wie und warum Sie den Schlüssel kennen. Aber wenn du mir meinen Schlüssel zurückgibst, gebe ich dir 20 AC. Ihr Schlüssel ist hier. Genau genommen. Wie wir erklärt haben, gibt es hier also 20 AC. Aber in Zukunft muss man vorsichtig sein. Ich werde dir von nun an folgen. Okay. Okay. Hallo. Es gab keinen Braten. Was ist das hier? Da ist doch ein Braten, Mann. Ja, was immer Sie wollen, wenn es eine Mine gibt. Okay. Oh Mann ey. Warum heißt er Schornstein? Ich dachte, du heißt Jan. Sind Sie mein Schrift, Jan-Ener-San? Ja, ich bin Jan. Und das bin ich. Berühren oder zerbrechen Sie also nichts. Ist das nicht Goldens-Mine? Ja, natürlich. Es ist die Old-Kamp-Mine. Aber hier gibt es nur einen Chef. Und das bin ich. Können Sie mir ein paar was zum Thema Dabbau erzählen? Wir bauen hier 24 Stunden am Tag ab. Mehr als 200 Säcke Erz werden gelagert und jeden Monat werden weitere 20 Säcke verhütet. Das Erz, das wir dem König liefern, kann zu Hunderten von Klingen verarbeitet werden. Ja? Ich habe gehört, das Erz magisch ist. Erzähl mir da folgen. Magisches Erz hat seine eigenen Eigenschaften. Dadurch ist die Waffe unzerbrechlich und die Klingen schärfer als bei normalen Waffen. Eine mit solchen Waffen ausgerüstete Armee ist in jeder Schlacht klar im Vorteil. Erzählen Sie uns mir über das Erz. Leider geht die magische Wirkung des Erzes beim Schmelzen verloren. Die Hochhilfen von Nordmar kennen die richtige Schmelztechnologie. Allerdings sind aus diesem Erz hergestellte Waffen auch ohne magische Effekte äußerst langlebig und verursachen mehr Schaden als herkömmliche Waffen. Willkommen zurück Mr. Thee und Moin Jörg und Moin Brillando. Also ja, es ist schwer zu sagen, was man nicht verpasst hat. Es ist so viel passiert, hier passiert alle paar Minuten der Knüller. Um Aaron zu zitieren. Sprechen Sie über die Menge. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie sich für eine weitere Suche entscheiden. In den Höhlen sind Bergleute. Du solltest in dieser Obmiene bleiben und lass die Templer in Ruhe. Du kannst die meiste Zeit herumhängen. Aber wenn die Reptilien kommen, hast du keinen besseren Kämpfer bei dir. Mich wird es mir merken. Ich habe getan werden und lass meine Kinder nicht spielen. Ich schaue mich nur um. Er ist so ein grausamer Vater. Er lässt seine Kinder einfach nicht spielen. Diego hat mich geschickt. Ich sage, dir ist die Liste gekommen. Okay, hier ist die Liste. Sie sollten sich mit der Lieferung beeilen. Diego hat mich geschickt. Ich sollte die Liste nicht bekommen. Hier ist die Liste. Natürlich. Ich schaue zu mich herum. Keine Probleme machen. Oh Mann, ey. Liste der Anforderungen. Der ehemalige Bergbauchef Young. Listen Sie ihren Zubehörbedarf auf. Liste der Anforderungen. 20 Brote, aber diesmal nicht schimmelig. 25 bis 30 Äpfel, 10 Käse, eine Suppenschüssel, ein Pinsel, 5 Picks und 3 Hämmer und jede Menge Sumpfgras. Wissen Sie, die gleiche erste Lieferung, der Lieferthread sollte hier sein. Ja, da ist ja alles klar, ne? Alter. Warten Sie eine Minute nicht. Warten Sie eine Minute nicht? Was wissen Sie über Bralbleute? Ihre Reptilien müssen irgendwo nester haben. Wenn wir wüssten, wo es ist, hätten wir den ganzen Welpen getötet. Warum wird es einen Welpen töten, Junge? Was wissen Sie über Bralbleute? Ihre Reptilien müssen irgendwo nester haben. Wenn wir wüssten, wo es ist, hätten wir den ganzen Welpen getötet. Also der Held ist echt anstrengend zuzuhören? Ne, finde ich nicht. Der Held redet ja gar nicht so viel. Ich finde den Helden ultra lustig. Schlaf, segne dich. Also diese Version finde ich perfekt, weil der Held einfach so ultra weird ist und die anderen sind alle so die meiste Zeit zumindest so ruhig. Ja, das ist Gehirnzellen verlieren der Stream. Warum frieren die eigentlich alle ein da hinten? Ja, Kanonenfutter, das ist der DirectX11-Renderer. Ist auch in der Beschreibung alles verlinkt, was ich verwende. Schau auch. Hallo Pascal, ich grüße dich zurück. Das merke ich mir. Noch was zu erzählen, Ork-Sklave? Malpa, wieso stehst du eigentlich fünf Meter weit weg von deinem Blasebike? Hälzer. Ich soll nicht nochmal essen? Wenn sie auf der Suche nach einem Kampf sind, kommen sie näher. Essen, mach es nicht noch einmal. Will er mir sagen, dass ich dick bin? Bisher aber gehört, dass sie eigentlich so fein sind. Du bist ein sehr kluger Mann. Hier steht aber noch Gothic 2 Mod in der Beschreibung drin. Äh, kann sein, dass das noch vom anderen Stream ist, aber für Gothic 1 und 2 sind es eigentlich genau die gleichen Ninja Patches und so. Ich werde das nach dem Stream nochmal ändern. Ich habe gehört, dass mein Teil des Erzes schwitzt. Wir haben das ganze Erz gerochen. Aber Gomez und die Zauberer waren anderer Meinung. Sie hängen hier seit Wochen herum und untersuchen das Erz oder so etwas. Die schnüffeln herum und stecken ihre empfindliche Nase in Dinge, von denen sie nichts wissen. Das bedeutete, dass wir nur einen Teil des Erzes geschmolzen haben. Zauberer kann nicht mehr hierher. Hallo, Angelo. Man müsste echt mal einen völligen Neuling an die Version lassen. Ich glaube, der würde einfach nur ausrasten. Ja, aber an der weirden Freak Edition auch noch. Also an der vom Anfang. Und einfach sagen, ja, das ist so. Deshalb lieben wir Gothic. Könntest du mir das Arzt beten? Wenn sie mir die Ware geben können. Was ist mit dem Ort? Das machen Wer ist verantwortlich? Arsgan ist unser Manager. Jan kümmert sich um die gesamte Organisation des Erz und den Bagger. Erz seien sie uns Feind heute letzt. Bastarde machen uns das Leben schwer. Ich weiß nicht, wer mehr gestohlen hat, Kreaturen oder Bagger. Jesus, Moin. Was geht hier ab? Sehr viel. Lass mich vorbei. Möchtest du nicht mit mir reden? Hank? Du hast im Thumbnail Jäger und den Helden so postiert. Ja, was ist da mit? Biese? Wie doch hübsch aus. Flüssig. Hallo. Hallo, wie geht's dir? Immer noch gut. Solange niemand auf die, die kommt, diese Tür zu öffnen, kann ich niemanden verletzen. Was ist das Besondere hinter der Tür? Meiner sah Big but meines. Und sehr, sehr zu viel. Ja, natürlich. Der Pascal, äh, die meint wahrscheinlich auch Dami, die Ork-Gespräche mit Urshak und mit, äh, Tarok. Und moin, wer konsumiert? Freut mich, dass du am Start bist. Natürlich auch, es ist eine Freude, euch alle hier am Start zu haben. so, wir sind jetzt hier fertig, dann können wir zu Laris gehen und dem auch diese Liste abgeben und so ein Kram machen. Hier haben wir jetzt ja nichts mehr zu tun. Ich frage mich generell, gerade in solchen Schlüsselmomenten, wenn auch irgendwie später, weiß ich nicht, vom Überfall auf die Mine berichtet wird und so, wie das alles erzählt wird, da haben wir, glaube ich, noch einige witzige Momente, die uns erwarten. Das wird sicher wild. Genau, ich habe Urshak in Gothic 2 verpasst. Ähm, guck ihn dir einfach an, das ist, glaube ich, noch lustiger. Kannst da in den Stream reinschauen und dann die Stelle suchen. Das war schon sehenswert, muss man sagen. Korkelums Tod wird nur 10 von 10. Ich glaube auch, äh, gerade, wie heißt der, Balukor, wird sehr geil. So, dann mal ab zum neuen Lager. Ich freue mich sehr auf Lefty. Die Musik spinnt mal wieder rum. Ist immer so geil, wenn die Musik das macht, wenn man irgendwo rauskommt. Leiter für Kunden Unzufriedenheit. Der Nachtmahn. Guck mal, wer da wieder ist. Wie geht es dir? Seitdem ich der auserwählte Meister des Glaubens geworden bin, fühle ich mich besser als je zuvor in meinem Leben. Klingt wichtig. Du bist ein Ungläubiger. Du verstehst nicht. Ne, verstehe ich auch nicht. Jürgenson, hast du die gleiche Mod auch in Gothic 2 gespielt? Also, Neo hat so eine Abwandlung gemacht, der Modder. Das hier ist nicht mit dem Randomizer. In Gothic 2 war es der Randomizer, aber für Gothic 1 gibt es ja keinen Randomizer. Und hier wurde die Sprache auch nochmal anders von Google Translate verändert. Alle Texte wurden ins Russische, ins Türkische, dann zurück ins Deutsche, dann ins Schwedische und dann wieder zurück ins Deutsch übersetzt. Also, es ist noch ein dezenter Unterschied da. Achso, wir haben auch nie hier reingeschaut. Vertrauenstest. Diego hat mich zur alten Miene geschickt. Ich brauche dort eine Liste von einem Mann namens Young. Die Liste sollte nicht in die Hände des neuen Lagers gelangen. Ja, ich denke, das ist jetzt gar nicht so spannend. Ich freue mich sehr auf Lefty. Wenn ihr Neo oder Ressa unterstützen wollt, die Spendenlinks von den beiden sind auch in der Beschreibung. Ressa ist der Mann, der für GameTTS verantwortlich ist und Neo arbeitet ja nicht nur an diesen Mods hier, sondern hat selber eigene Mods, ist an allen möglichen Projekten im Hintergrund mitbeteiligt. Kann man gerne mal unterstützen. Und hallo Beefy. Hallo du, neu hier, oder? Wir brauchen immer noch jemanden, der die Bauern auf den Reisfeldern mit Wasser versorgt. Das kannst du zurückbekommen. Was denken sie? Natürlich helfe ich gerne weiter. Essen. Geh zum Reislord. Er gibt dir Wasser und erzählt dir alles. Er ist linkshändig. Man kennt ihn. Das wäre doch eine Idee, Gothic auf Türkisch oder Russisch durchzuspielen. Nee, überhaupt nicht. Ich verstehe kein Türkisch oder kein Russisch. Und ich kenne ja so gut die Quests und so eh auswendig. Also es wird sich, würde mir eigentlich auch nichts bringen. Muss ich sagen. Neo ist zum Beispiel der, der den Sprint gemacht hat. Diesen hier. Ja, Gladiator wird mich noch ein bisschen dauern, Pascal, aber ich freue mich auch schon sehr auf Gladiator. Ich muss den Bauern das abbringen. Essen. Ein Dutzend, also Wasser. Es sind etwa doppelt so viele Spielsteine vorhanden. Also gleichmäßig verteilen. Das ist das Wasser mit dem Renderer zusammen. Dann sieht das sehr hübsch aus. Da hat X11-Effekte hier. Was machst du hier? Ich spiele für die Rissahn. Wenn sie etwas brauchen, sprechen sie mit der Efti. Dankeschön. Was machst du hier? Willst du dich mit mir anlegen? Entspannend. Ich bin zum ersten Mal hier. Du siehst für mich gut aus. Hier kommt ein neuer Wichser, der jeden Tag ein bisschen mehr wissen will. Na, beruhigen Sie sich, Horatio. Was ist das denn für eine Aussprache hier? Was macht ein Mann die Sireten Bauern? Lee hat mich auch gefragt. Aber ich schlage nicht mehr. Außer um dich selbst zu schützen. Ich habe es einmal getötet. Es war zu viel. Deshalb haben sie mich in diese verdammte Kolonie geworfen. Und es war fair. Was ist was, Sie das? Es war nur eine Baltenwaage. Ich hatte nicht vor, einen Mann zu töten. Aber ich habe ihn hart getroffen. Damals arbeitete ich als Schmied. Ich konnte meine Kraft nicht kontrollieren. Warum bist du in dieses Lager gegangen? Ich möchte Ihnen sagen, die einzige andere Möglichkeit könnten Sekten-Psychopathen sein. Aber ich möchte nicht, dass Gurus scheiße waschen. Im alten Lager würde ich mich nicht von den Wachen ausruhen. Aber seltener und Banditen werden respektiert. Sie haben Angst vor dir. Womöglich. Zumindest habe ich hier Frieden gefunden. Und sie sollten es auch versuchen. Moin, Fio. Kannst du mir beibringen, außer Hatsu zu schlagen? Auch. Wofür würde jemand, wie du seine Macht nutzen? Um den Bastard mir zu zeigen, wie man mich bewegt. Und bevor du es weißt, bist du nur noch ein weiterer Bastard. Nein. Dafür werde ich dir nichts beibringen. Na gut. Lef, der hat dich geschickt. Ich habe Wasser für dich. Danke, Kerl. Ich würde Schlamm trinken. Danke, Kerl. Wie geht es dir? Wir tun unser Bestes, damit hier jeder etwas zu essen bekommt. Da zählen sie uns von diesem Kampf. Es ist voller Schaum. Wenn ich wollte, würden die Säldner alle Banditen aus dem Lager vertreiben. Sie tun nichts für uns. Es ist nur Ärger. Wer sorgt dafür, dass auf den Feldlein alles gut läuft? Nun, wir alle. Der Reisbesitzer behält den Überblick über alles, aber ich glaube, er hat den ganzen Tag am Strand gesessen und die Säcke gezählt. Schließlich hat er hier mit Homa eine riesige Anlage gebaut. Und Moins, Garabeo. Oh, wieso muss ich mir angucken, wie die alle das Wasser saufen? Ich vergesse das immer, dass die das machen. Das ist so beim ersten paar Mal durchspielen Gothic noch interessant, aber dann wird es einfach nur ein bisschen nervig, finde ich. Hat der Held Lack gesoffen? Ja, einiges an Lack. Wie geht das dir? Es gibt zu viel, wir brauchen viel Reis, um alle hier zu ernähren. Was muss ich über diesen Ort messen? Seien Sie vorsichtig, wenn Sie kampen, mein Sohn. Es gibt eine Gruppe von Schwägern wie Sie, die versuchen, eine Tasse Tee an der Kehle zu packen. Was? Du hast einen Anführer. Der Reiser ist wie unser Anführer. Doch viele stehlen nur, weil sie Angst vor ihm und seinen Banditen haben. Bei mir sieht es anders aus. Ich habe, ich bin es leid, Banditen auf mehreren Seiten und in mehreren Lagern zu bekämpfen, Reisfäder. Sind perfekt für mich. Sehr gut. Dirt Demon, der Held hat gar nicht so gelitten. Eigentlich so alles wie immer, oder? Wie geht das dir? Es gibt zu viel, wir brauchen viel Reis, um alle hier zu ernähren. Lef, der hat mich geschickt. Vielen Dank. Gerne. Lef, der hat mich geschickt. Danke, Kerl. Ich würde Schlamm trinken. Der hat mich geschickt. Danke, Mann. Ich verdurste. Gönn dir. Hallo, ich bin zum ersten Mal hier. Ich wollte fragen, was hier passiert ist. Fragen Sie jemand anderen. Ich habe den ganzen Tag auf dem Feld gespielt und weiß nicht, was hier los ist. Wie würde mir mein Mann gefallen? Ich sage dem Stabschef, er soll seinen eigenen Scheiß machen. Die ganze Zeit auf dem Feld gespielt. Der ist der Reislord? Es war eines der ersten hier. Er baute ein Lager auf und pflanzte Reisfelder. Er steht heute vor seinem Lager und hat Bauchkrämpfe. Der Ecoman. Dann ist er nicht der Feld. Warum stehst du da nicht? Es war der erste Tag, an dem ich hierher kam. Lef, die einer der Banditen, die für den Reislord spielten, kam auf ihn zu und fragte, ob ich bei den Reisfeldern helfen könne. Natürlich gibt es das, was ich sagte. Ich war neu und wollte helfen. Am nächsten Tag, als ich nicht vom Pressen ausrute, war der Mann wieder in meinem Bauch. Du möchtest nicht, dass deine Freunde alleine spielen, oder? Genannt. Ich habe erklärt dir, dass ich seit gestern verletzt bin, dass ich Ruhe brauche und so. Aber er hat nicht auf mich gehört. Er packte mich am Kragen und zog mich auf das Feld hinaus. Von diesem Tag an stand er jeden Morgen vor meiner Tür. Endlich bin ich selbst gekommen. Ich wollte keine Probleme mit den Kindern haben. Sie sind echte Banditen. Es ist besser, sich nicht mit ihnen auseinanderzusetzen. Junge, lefte dieser grausame Kindergärten, Alter. Oh Mann, ey. Rifti hat mich geschickt. Vielen Dank. Rifti hat mich geschickt. Danke, Mann. Gerne, Mann. Essen? Was willst du? Hat dich der Reislord geschickt? Ich spiele jeden Tag. Niemand hat mich geschickt. Ich möchte nur an ihnen nicht reden. Das könnte uns aber das Kante erzählen. Es ist gefährlich, dorthin zu gehen. Lies, Söldner und Magier sind gut, aber wüte dich besser vor den Banditen. Sind sie ein Freiwilliger auf den Reiswildern? Ja, ja. Es ist besser, sich freiwillig zu melden, als von den Banditen des Hochlords gefangen genommen zu werden. So wie das. Das ist voll grausam. Die ganzen müssen hier spielen, aber sie werden gezwungen, hier zu spielen. Echt schlimm. Tasche. Hallo, ich bin zum ersten Mal hier. Es ist schön, wieder ein neues Gesicht zu sehen. Wann bist du in der Tori? Das werde ich auf jeden Fall tun. Ich war einer der Ersten. Dann wissen Sie bestimmt viel über das alles? Wie man es auch betrachtet, ich verbringe die meiste Zeit hier mit Reiswildern. Es hat mich so glücklich gemacht. Wir bekommen etwas Reis und vielleicht etwas Alkohol. Nicht viel, aber genug. Warum bist du ja? Steuern, steuern. Ich könnte nicht mehr für Stiefel bezahlen, die so groß sind wie mein Bauch. Schließlich kamen die Soldaten und brachten mich her. Aber dieser Ort ist nicht schlimm als Sehen. Zumindest werde ich nicht verhungern. Steuern werden immer bezahlt. Jahrelang. Aber dieser getrennte Bastard war nicht genug. Genau. Lef, der hat mich geschreppt. Am schlimmsten war aber dieser eine Guru, der die Substanzen von Korka Loma, die Kinder, verfüttert hat. Lef, der hat mich geschickt. Danke, Mann. Ja, wie viel Wasser müssen wir noch verteilen? Haben wir nicht schon genug? Für was habe ich noch? Weiß ich das jetzt? Hallo, du. Auf Wiedersehen. Du bist gut für einen. Ich denke, das ist für dich. Von nun an werden sie dies jeden Tag tun. Schatz von dort. Ja. Lef, die ist hier voll nett. Ich mag den voll. Einfach ein netter Typ. Er sorgt sich um das Wohlergehen der Bauern. Wirst du durch dieses Tor gehen? Du willst mich aufhalten? Nein, aber sie sollten wissen, was sie erwartet. Es funktioniert nicht wie im alten Lager und schon gar nicht wie bei den Kult-Friax. Und wie läuft das? Hier werden sie weder von den Wachen noch von den Templern bewacht. Jeder ist für sich und die einzigen, die zusammenhalten, sind wir Söldner. Einfach Chor-Anger. Was machen Söldner? Wir, wir sind die Söldner der Wasserbindiger. Unser Ziel, raus hier. Denn wir spielen viel und wollen nicht wie alte Lagerlappen auf den Schultern von Bargern sitzen. Und wir alle folgen Lee. Er ist ein großer Mann. Er ist der einzige, der dieses verdammte Lager zusammenhält. Was ist mit dem Reste, Leute? Alles Banditen. Das Lager ist ihnen egal. Ich würde die Wachen nicht einmal an der Vordertür zulassen, da es wahrscheinlich sinnvoller gewesen wäre, ein paar Leute dort unterzubringen. Was machen Sauberer? Sie suchen nach den magischen Eigenschaften des Erzes, das unsere Bandleute gefordert haben. Ich verstehe, dass sie meine gesamte Webseite in die Luft jagen wollen, um die Barriere zu durchbrechen. Das klingt gefährlich. Sie sagen, mach dir keine Sorgen. Bitte nicht die ganze Webseite in die Luft jagen. Habt ihr da ein großes Erz? Du kannst sagen, wenn wir es gegen die Außenwelt eingetauscht hätten, hätte der König es uns im Gegenzug verkauft. Aber es macht uns nichts aus, den alten Mist aufzugeben. Wir wollen hier raus. Wie ist die aktuelle Situation? Die Pfadfinder versammeln sich immer noch. Wenn sie genug Erz finden, sprengen wir die Richtung. Junge, Alter. Wo ist der Milder? Du willst viel Erz sehen, nicht wahr? In der Mitte der Höhle befindet sich ein Loch, in das alle geworfen werden. Da kannst du aber nicht hingehen, das sage ich dir gleich. Zauberer und unsere Männer bewachen das Erz Tag und Nacht. Ich wundere, wir wissen nur. In Acht nehmen! Junge, die Pfadfinder. Parallel. Wie sieht das aus? Wie immer. Wir stellen sicher, dass niemand Magiern und Edelsteinen zu nahe kommt. Warum sind die alle Koranga? Was können Sie uns über dieses Kunt erzählen? Seien Sie vorsichtig, wenn Sie hier sind. Verfügbar da draußen gibt es jede Menge Banditen. Essen, es gibt viele unbeschriebene Regeln. Erste, nur Saldner betreten das Magierkönigreich. Später, jeder, der versucht, die Ninenseite zu erreichen, ist ein toter Mann. Dritte, ich würde nicht versuchen, in eine Bahamsee zu gehen. Sie mögen es nicht, wenn Schläger und grüne Männer, wie sie auftauchen. Oh Mann, ey. Wer ist hier verantwortlich? Wir Saldner folgen Alleli. Er machte einen Deal mit den Zauberern. Sie beschützen uns und bringen uns hier raus. Das Lager wird also von Zauberern geleitet? Nein. Das Kampf wird von niemandem verwaltet. Die meisten hier sind Männer, die nicht im alten Lager bleiben können oder wollen. Hier macht jeder seine eigene Suppe. Männer sind sich nur in einer Sache einig. Es ist besser, das ganze Metall beiseite zu werfen und in die Luft zu jagen, als es einem König in die Kehle zu stecken. Können Sie einen anderen Butt Mönchen gebrauchen? Lee wird diejenigen mich zulassen, die noch nicht bei den Söldnern sind. Ich bin schon eine Weile hier und habe einige Erfahrungen gesammelt. Wer hier im Lager bleiben will, muss sich zunächst mit den Banditen auseinandersetzen. Wo finde ich Lager? Wo finde ich Larissa? Im Haus ganz links. Du kannst es nicht verpassen. Du bist da am richtigen Ort, wenn die Jungs dich aufhalten. Junge Alter, die Larissa. Ich suche nach einem Leck im Teich. Ich vermute, dass der Hinterhalter am Grund des Teiches nagt. Sie quitschnischen unter Wasser mit Zähnen und krallen und schärfen sie an Holzspänen. Somit wird der gesamte Damm bald untergaben. Kann ich helfen? Natürlich darf meine Mutter nicht von den Geheimnissen verzehrt werden. Fast. Wo findest du das Monster? Ich würde über den See schauen. Niemand hier geht dorthin. Die Mare sind wahrscheinlich da. Guten Abend, Nari. Hast du einen Teichstück dort? Ja. Als wir ein neues Lager aufschlugen, baute ich einen Teich. Jeder hat natürlich geholfen, aber ich war der Meister. Ja, du warst der Meister. Wo gehst du hin? Wo? Vergiss es. Silas will nur Bergleute und Banditen in seinem Versteck haben. Wo? Ich bin ein Vertfinder. Mach ich ja betrust? Du siehst nicht wie ein Zed City aus. So kommst du nicht hierher, mein Sohn. Mist. Wir müssen uns erst eine Rüstung besorgen. Warten Sie eine Minute. Lassen Sie hier nur Banditen und Bergleute rein? Außerdem haben wir nichts gegen die Kultpolder. Aber niemand sonst kann hier eintreten. Ja, ja, ja. Man kennt es. Lass uns mal zu Larissa gehen. Vielleicht hast du... Wo gehst du hin? Wo gehst du hin? Es klingt so, als ob er ihn nachmachen wollte. Ich möchte zu Larissa gehen. Ich kann mir nicht einmal vorstellen, mit dir zu leben. Du kannst mich verlassen. Ich kann dich nicht aufhalten. Nein, ey. Wo wollen wir hin? Welche möchtest du zu Larissa gehen? Larissa ist da. Aber du wirst die nicht ohne guten Grund stören. Ich habe eine Distalte meinerlei Vorwärte. Nicht schlecht. Wie hast du es aufgenommen? Irgend, sie haben es mir gegeben. Du bist sauer, dass sie dich zum Test geschickt haben, nicht wahr? Thor muss Wände erklimmen. Die Tour hat mir einen Auftakt gegeben. Gigo tut, was Thor ihm sagt. Wenn er sie kennen würde, wenn er wüsste, dass du hier bist, würde er vor Lachen sterben. Kann ich mich jetzt nicht erklären? Was kann ich tun? Gehe einfach. Larissa Augen springen aus ihren Augenhöhlen. Mordrak hat mich geschickt. Mordrak war schon lange nicht mehr hier. Möglicherweise war ich schon vor langer Zeit im alten Lager eingesperrt. Ich bin mich nicht hergekommen. Ist Mordrak zurück? Wenn sie ihn sehen, sagen sie ihm, dass Larissa ihn sehen möchte. Mordrak hat mir etwas für Larissa gegeben. Was? Forderung. Auf jeden Fall wert. Okay, du kannst ihn gehen. Oh, Junge, ey. So, erstmal gehen wir schlafen. Wir wohnen jetzt bei Larissa. Nicht Arabisch. Machst du dich eigentlich sehr oft mute, um nicht laut lachen zu können? Nee, also manchmal gieße ich mir auch was ein oder trinke gerade und so. Und ich habe mich schon öfter heute verschluckt beim Trinken. Aber da mute ich mich wirklich. Ich möchte deine Bande beitelten. Aus diesem Grund? Was zeigen? Ich habe eine Bestandsaufnahme der alten Mieter. Nein, glaube es nicht ich. Du bist der Richtige für mich, das muss ich sagen. Zeig mir! Dann geschehen. Ja, der eine Sölder. Dann, wir sind der Richtige für ihn. Wir heiraten Larissa, nicht Diego. Nur Drack hat mich geschickt. Er hat mir einen Ente dich gegeben. Liebes Zeug. Es ist üblich, einen Teil unserer Beute mit dem Anführer zu teilen. Aber die Tatsache, dass C ihr Gesicht gegeben hat, zeigt, dass sie dich sehr mag. Ich möchte, dass du ihm etwas erzählst. Sag ihm, dass du jemanden im Siktenlager brauchst. Die Schwesternschaft plant etwas Großes. Ich möchte genau wissen, was dort passiert ist. Die Schwesternschaft. Das kann ich machen. All die Citroen Kultlager verfügt über eine Anlage im Wert von mindestens 400 Erz. Ich möchte, dass du sie mitnimmst. Egal was. Wenn sie Gras haben, verkaufen sie es. Du wirst mir 400 Erzsäge geben. Dann reden wir darüber, wieder einer Bande beizutreten. Wo kann ich hier etwas lernen? Ich habe. Ich kann ihnen beibringen, wie sie ihre Flexibilität und Kraft verbessern können. Das möchte ich. Ich möchte mich verbessern. Ja, lernen wir mal so und dann haben wir vielleicht noch was für Einhand. Du schon wieder. Genau, ich. Hallo, Berti. Ich dachte, es wäre... Du konntest außer dem Sektenlager, nicht wahr? Wir nennen es Schwesterschaft. Ich bin Barkergan. Mit dir schlafen. Nein, du schläfst nicht direkt mit mir. Erstmal gehen wir essen. Was machst du gern? Ich habe hier ursprünglich gepostet, um für unsere Community zu werfen. Doch mit spiritueller Erleuchtung wollen diese Barbaren nichts zu tun haben. Deshalb beschränke ich mich auf den Verkauf von Sumpfgras. Auch hier ist es herzlich willkommen. Sehr glücklich. Ich kann mich kaum alleine um alle meine Kunden kümmern. Just the Gamer. Du kannst einfach in die Beschreibung schauen und da gibt es eine Erklärung von dem, was hier gerade passiert. Und dann solltest du das auch besser verstehen. Warum schicken sie das jemand anderem? Bar Isidro sollte sich um mich kümmern. Aber er sitzt den ganzen Tag in einer Taverne am See und verkauft seine Pflanze für Reisbrei. Alkohol war tabu. Ich fürchte, er wird dir nicht helfen können. Ich kann ihnen helfen, ihr Krass zu bekommen. Wenn sie Mitglied der Bruderschaft sind, kann ich ihnen nur eine so große Menge Kräuter anvertrauen. Aber sie können mir helfen, die Geschenke zu verteilen. Noch hat es hier nicht jeder probiert. Nachdem ich unsere Einrichtung ausprobiert habe, werden sie mehr verlangen und ich kann mehr verkaufen. Ich glaube, sie schaffen es kaum, ihre Arbeit zu erledigen. Mal, Isidro wird bald behandelt. Ich habe Cor Calum bereits eine Nachricht geschickt. Moin René. Schön, dass du es geschafft hast. Was bedeutet das für mich? Ich kann dich auf viele Arten belohnen. Ich kann dir magische Schriftrollen geben, die mit mächtiger Schlafmagie gefüllt sind. Wenn sie möchten, kann ich ihnen aber auch zu mehr Akzeptanz in unserer Gesellschaft verhelfen. Ich habe sehr gute Beziehungen zu Cor Calum und Barthion. Beide ganz in der Nähe unseres Gastgebers, Iberion. Aber wenn du willst, kann ich dich in Goldhals bezahlen. 100 Stück reichen für ihre Probleme. Okay, gib mir jetzt das Glas. Wenn soll ich das kriegen? Sie werden auf jeden Fall Leichtkäufer finden. Thema mit Leuten. Aber gebt einfach jedem Barurzel. Was sonst, wenn Indie-Gas weggenommen wurde oder sie Sitz geraucht haben, gilt unser Verständnis nicht mehr. Zuverlässig. Lust auf Sumpfkreis? Ich gebe dir 10 RC dafür. Hier, wenn du etwas loswerden möchtest, komm zu mir. Was geschieht? Du warst schon lange nicht mehr hier, oder? Zauberer bereiten sich seit Jahren darauf, vor eine Erzlagerstätte in die Luft zu sprengen. Man sagt, der große Tag steht vor der Tür. Zumindest könnte man das aufgrund der bisher zusammengestellten gigantischen Regianweisungen vermuten. Nur dieser Matt, ne? Sprecher, der macht alle so freundlich. Jeder Bandit ist einfach so ein freundlicher Mensch. Was können Sie uns über dieses Kamm erzählen? Wir haben hier eine Artzweckgemeinschaft. Im Grunde macht jeder, was er will, aber wir sind zu viele, dass Gomez uns nicht zerstören kann. Natürlich, auch wenn er wollte. Welche Beziehung haben Sie zu Konenz? Wir stehlen seine Sachen. Was muss ich tun, denn ich habe keinen Tag, den ich möchte. Du kannst unserer Bande beitreten. Aber sie müssen beweisen, dass sie mit Gomez verheiratet sind. Und wie kann ich das machen? Wenn ich du wäre, würde ich Lars etwas Wichtiges aus dem alten Lager oder der alten Mähe mitbringen. Oh Mann, ey. Immer die Heirat. Was, Kerstät? Du warst schon lange nicht mehr hier, oder? Oh, ein Matt. Zauberer bereiten sich seit Jahren darauf vor, eine Erzlagerstätte in die Luft zu sprengen. Zumindest könnte man das aufgrund der bisher zusammengestellten gigantischen Regianweisungen vermuten. Ja, ist sehr gut. Lust auf Sumpf, Krass? Ich gebe dir 10 RC dafür. Wenn du etwas loswerden möchtest, komm zu mir. Junge, junge, junge. Ah, der Hai. Natürlich. Hallo. Wie geht es dir? Möchten Sie etwas kaufen? Ich könnte etwas gebrauchen. Wo sind denn die anderen hier? Bandit? Hallo? Wie sieht es aus? Was willst du von mir? Ich möchte mir über dieses Kemba verarmt. Dann kommen Sie doch mal vorbei. Es sei denn, ihr seid einer der Gommes-Jungs. Niemand kann euch aufhalten. Moinorix. Alles wie immer. Wir spielen nur Gothic. Du schweinst, etwas Sumpf, Krass zu wollen. Hast du ein Auge? Ich nehme den Saft für 10 Öre. Du kannst jederzeit zurückkommen, Bruder. Für 10 Öre. Du schweinst, etwas Sumpf, Krass zu wollen. Hast du ein Auge? Du kannst jederzeit zurückkommen, Bruder. Aber nur, wenn ich ein Auge habe. Du schweinst, etwas Sumpf, Krass zu wollen. Hast du ein Auge? Du kannst jederzeit zurückkommen, Bruder. Ich habe Sumpf, Krass neben mir. Sie wünschen sich 1, 2 Personen? Transparent. 10 RC-Pote. Die bis mir. Wenn Sie noch etwas haben, bringen Sie es mit. Wie geht es dir? Mann, wie soll es aussehen? Essen Sie den ganzen Tag Reis und warten Sie, bis er nachlässt. Was für eine Chance, Erz zu kaufen. Dann können Sie sich an der Bar noch einmal mit Reissickel betrinken. Was muss ich über diesen Ort wissen? In der Mitte der Höhle befindet sich ein großes, mit Erz gefülltes Loch. Wenn Sie sich fragen, wie Sie dorthin gelangen, vergiss es. Ich habe es selbst versucht, aber die Söldner sind Tag und Nacht auf der Route. Wer ist der Boss? Du bist doch gerade aus dem alten Lager herausgekommen, nicht wahr? Hier ist niemand der Boss. Lee versucht immer, uns zurückzuhalten, Baby. Aber wir tun, was wir wollen. Wenn es unter uns einen Anführer gibt, dann ist es Laris. Aber der ist schlau genug, um niemanden anzulocken. Genau. Es wird viel darüber geredet. Ich möchte beitreten. Laris entscheidet, wer der Bande beitritt. Aber wer es sehen will, muss es sehen. Du hast einen guten Grund. Zum Beispiel? Zum Beispiel derjenige, der dich zu ihm geschickt hat. Alle sehr verständlich. Siehst Sie mich seltsam aus. Ich kann dir helfen. Ich kann Ihnen die subtile Kunst zeigen, den Körper zu kontrollieren. Akrobatik. Wenn Sie Ihren Körper kontrollieren, können Sie viel weiter springen. Sie lernen, nach rechts zu rollen und direkt auf der Pfeife zu landen. Aber denken Sie daran, Sie sind nicht unsterblich. Kunstflug ist doch im Kampf sehr nützlich. Sie können den Abstand zum Rauch sehr schnell ändern. Glück. Ja, was ein Glück. Der Kunstflug. Oh Mann, ey. Du scheinst etwas Sumpf krass zu wollen. Hast du ein Auge? Du kannst jederzeit zurückkommen, Bruder. Wir müssen mal was an die Söldner verkaufen. Die sagen bestimmt noch andere Dinge. Ja, der Kurde. Wofür gehst du an, ihr? Du hast vollkommen recht mit mir. Für gutes Erz bekommt man gute Ware. Wer bist du? Ich bin Wolf. Zettengenerator. Was? Ich möchte damit, wie man einen echten Bogen benutzt. Kann ich es dir beibringen? Aber es ist kein Gefallen, weil ich auch essen muss. Hilf mir. Alles, was ich dir beigebracht habe, kostet dich 50 Gold dazu. Ich kaufe nicht ein. Sag das nicht. Die werden Reuter und Feile gewonnen. Auf dem Weg zum neuen Lager triffst du Aydan. Es kann ihnen beibringen, wie man Tiere häutet. Radford und Drax füllen sich nördlich von Oldkamp auf dem Weg nach Daitokua. Wo ist das denn schon wieder? Klang. Essen. Noch ist alles ruhig. Still. Wenn die Banditen Bommies festhalten, wird er irgendwann mit seiner Armee vor der Tür stehen. Und es wird definitiv keine Spaß machen. Haben sie ein Problem mit dem Lager? Junge, hier gibt es immer Ärger. Die Banditen tun, was sie wollen. Und wir Söldner beschützen die Magier und helfen bei der Verteidigung des Lagers. Wer ist hier verantwortlich? Wir tun, was die Zauberer sagen. Aber die meiste Zeit sagen sie nichts. Die hängen in der Nähe der Erzseite und meditieren über Bücher. Tatsächlich kontrolliert Reales. Er ist unser Anführer. Hoffentlich. 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 Du weißt. Neben mir ist ein Sumpf. Sie wünschen sich ein fetter Sohne? Worüber? Gib mir zehn Ninen. Frag einen der anderen Jungs und ich bin mir sicher, dass sie auch etwas wollen. Kann ich dort hingehen? Ja, du kannst dort hingehen. Ach du Scheiße, ey. Das ist ein bisschen braucht ja irgendeinen neuen Zuschauer. Hier bis Ende ist jeder Tod, ja. Könnte sein. Vielleicht braucht ihr auch einen neuen Streamer. Der Spinnenvogel. Wie sieht das aus? Verpiss dich. Hallo neues Gesicht. Wer bist du? Ich bin ein Gornzauberer-Söldner. Was macht man halt seltener? Lee hatte einen Deal mit den Magiern gemacht. Es rekrutiert nur die besten Kämpfer, die in der Kolonie zu finden sind. Wir auch. Wir werden es Bergleuten ermöglichen, Erz ungehindert abzubauen. Und den Gießern ermöglichen, das Erz freizugeben. Die Zauberer werden uns hier rausholen. Und als Belohnung bekommen wir einen kleinen Teil des Erzes. Kann ich wieder irgendwo schlafen, ohne jemanden aus der Kabinette zu strussen? Ich fürchte, das stimmt nicht. Aber wenn sie es wirklich wollen, gehen sie zu Schrieke. Er eroberte die Hütte direkt am Eingang von Naran. Stiefel. Aber es war tatsächlich unseres. Wer? Nur Söldner. Hier gibt es jede Menge Söldner und Banditen. Und normalerweise sagt es niemand von Laris, die Bande. Worauf sollte man auf dieser Seite des großen Lochs achten? Im Grunde ist es egal. Aber er fragte niemanden. Und man darf Gangster nicht ungeschoren davon kommen lassen. Sonst kommt es zu einem Aufruhr. Da hast du recht. Was muss ich tun, um ihr das neue Camp aufgenommen zu werden? Bevor Liedig schlägt, solltest du lernen, besser zu kämpfen. Es spielt keine Rolle, um welche Waffe es sich handelt. Aber es sollte in Ordnung sein. Auch ihr Aufenthalt hier muss ein wundervolles Erlebnis sein. Wenn sie nicht in andere Lager gehen möchten, müssen sie sich den Banditen anschließen, bevor sie als Söldner beginnen. Ja. Bis später. Bis dann. Lust auf Sumpfglas? Gib mir das, wenn wieder etwas passiert. Du weißt. Du weißt. Versterben. Versterben? Nein, noch nicht. Du weißt. Ach Junge, ey. So. Du weißt. Torlow. Wer bist du? Ich bin Torlow. Er schluss sich der Rebellion als Assistent auf einen der königlichen Kriegsschiefern. Sehr gutes Ruder. Der größte Teil der Besatzung befand sich auf der Seite des Kapitäns. Seitdem bin ich hier. Ich will mit dir gehen. Ich glaube, es geht immer um die Liebe. Ich will mit dir gehen. Wenn nichts in der Kiste ist, werden die dich nicht mitnehmen. Ich sage es dir sofort. Und bis es dir besser geht, musst du dich mit Laras und den Männern auseinandersetzen. Wenn sie einen Tipp wünschen, stehlen sie etwas Wichtiges aus einem alten Waage oder einer Mine. Wenn die Jungs hier herausfinden, dass du mit Gomez ausgehst, wirst du hier kein Problem haben. Und wer kann ich das machen? Sie müssen sich sein Vertrauen verdienen. Und dann lass dich täuschen. Oh Mann, ey. So gibt es gar keinen Sinn. Lass aufs Sumpf, Lars. Gib mir das, wenn wieder etwas passiert. Oh, shit, ey. Weißt du, wohin du hier gegangen bist? So. Das ist unser Anführer Lee. Was kann ich tun, damit ich ihn sehen kann? Hey, nichts! Das ist nicht das alte Lader und Lee ist nicht Gomez. Sie brauchen kein Armee von Sklaven, hinter der sie sich verstecken können. Er kann sich verteidigen. Wir sind nur da, wenn sie uns brauchen. Vielleicht hast du recht, obwohl ich damit nichts zu tun hatte. Sehr schön. Oh. Neben mir ist ein Sumpf. Sie wünschen sich ein fetter Sohne? Ich möchte zuerst das Gras sehen. Mit dir ist nichts falsch. Danke. Wollte ich hören. Bin ich beruhigt. Du bist der bezahlte Chef, nicht wahr? Es ist richtig. Was sind die Pflichten eines Mannes-Söldners? Licht, beschütze das Erz. Beschütze die Hexen. Aber manchmal haben Zauberer eine besondere Mission für einen von uns. Beschütze die Hexen. Ich möchte bald wenden. Du gehst mir auf die Nerven. Glaubst du, ich erwische jetzt jemanden, der hierher kommt? Erst wenn du eine Weile hier im Lager warst, kannst du einer von uns werden. Ich werde dich beobachten. Ich weiß nicht, ob mich das beruhigt. Ach du Scheiße, ey. Nur ohne Passwort kommt Klima drein. Ähm. Ich werde es nicht noch einmal sagen. Nicht mehr, nicht länger. Okay, ich gehe ja schon. Wenigstens sagen sie wieder nur. So, dass es gut ist, wir können jetzt das Erz abgeben. Ich glaube nicht, dass sich etwas ändern wird. Kläuter taten. Ich hatte bereits meine ersten Neukunden. Du hast einen tollen Job gemacht. Was soll ihre Auszeichnung sein? Mach's gut, Arik. Hilf mir als Schwester akzeptiert zu werden. Hilf mir als Schwester akzeptiert zu werden. Ihre Bitte ist bescheiden. Ich helfe Ihnen, hören Sie gut zu. Valtion ist einer der Unterburus. Wie, ich. Iberion machte ihn zu einem seiner Berater. Hat mir nicht gefallen. Er hält sich inzwischen für so wichtig, dass er nur noch mit seinen Schülern spricht. Wenn du es ihm gibst, wird sich seine Zunge lösen. Nice. Da freue ich mich doch. Ich denke nicht mehr, da... Notiz. Hallo, du. Ja, Bill. Genau, du. Herr, kommen! Was willst du von dir? Du warst schon lange nicht mehr hier, oder? Ich schaue gerade. Essen hier sind viele Dinge, die sie wissen müssen. Ich kann dir ein paar Dinge beibringen. Man muss auch darauf achten, mit wem man hier zusammenlebt. Zum Beispiel Butch. Sie müssen auf den Mann an ihrem Grab achten. Was ist mit Butch? Er hat die schlechte Angewohnheit, sich etwas vorzumachen, wenn er Neuankömmlinge begrüßt. Geht doch, am besten gehst du aus dem Weg. Er macht sich immer was vor, dass die auf einen stehen. Versterben. Versterben. Großer Zauberer. Mögen die Segnungen von Adano mit Ihnen sein. Ich kann Ihnen helfen, Ihre spirituelle Kraft zu steigern oder einige nützliche Dinge für Sie vorschlagen. Womit kann ich dir helfen? Moin, Ivel. Wir springen gerade eine leicht abgewandelte Version. Schön, dass du noch reinschust. Wir machen zwar nicht mehr lange heute, aber du hättest ja theoretisch sehr viel zum Nachholen. Ich habe ein Wunig für ein Feuerwehrmann. Wir sind die Zauberer des Wasserkreises. Sie finden den Ring der Feuermagie im Alten Lager. Papa, ich kann das was nicht betreten. Kannst du mir helfen? Manchmal schicken wir Boten zu unseren Brüdern im Alten Lager. Aber wir vertrauen diese Nachricht nur Laris an. Menschen. Im Laufe der Jahre hat er dafür gesorgt, dass unsere Nachrichten sicher bei uns ankommen. Das ist doch schön. Möchten Sie die Barriere durchbrechen? Wie genau soll das funktionieren? Wir brauchen eine große Menge magisches Erz. In einem wunderbaren magischen Ritual werden wir alle magische Energie freisetzen und so die Barriere durchbrechen. Natürlich lockt eine so große Menge Erzgauner und ganz der aller Art an. Deshalb brauchen wir alle, die bereit sind, unseren Plan zu verteidigen. Boah, Alter. Eine wunderbare magische... Was hat er gerade noch gesagt, Alter? Ich kann mich schon gar nicht mehr konzentrieren hier. Wenn Sie sich uns anschließen möchten, gehen Sie zu Lee oder Laris. Ich brauche mehr magische Kraft. Ich kann Ihnen helfen, Ihre Kraft zu steigern. Setzen Sie sie mit Bedacht ein. Ich müsste Dinge kaufen, die mit Magie zu tun haben. Das ist eigentlich ein Stärkering zufällig. Wenn wir uns einen von dem Marken hier anholen. Junge, Junge, Junge. Der Metzger. Natürlich. Hallo. Wer bist du? Es geht dich nichts an. Ich mag dein Gesicht nicht. Na gut. So, wer fehlt denn jetzt hier noch? Ich glaube, wir müssten jetzt eigentlich mal hoch zur freien Mine laufen, damit wir uns eine Schürferhose holen, um in die Kneipe reinzukommen. Bei Shrike verprügeln ist, glaube ich, auch noch ein bisschen schwierig. Es fehlt auch nicht mehr ganz so viel Erfahrung. Und hallo Flo. Was geht mit den Dialogen ab? Die sind leicht abgewandelt. Hier wurde das alles ins Russische, dann ins Türkische, dann zurück ins Deutsche und dann nochmal ins Schwedische und wieder zurück übersetzt. Und ja, wir sind da, wo wir sind. Schachtkabel. Ich möchte ein bisschen Umgang mit Einheimwaffen verbessern. Natürlich. Aber die Kosten, hallo. Ich möchte 30 Erzen sehen. Erzen. Ja, ja. Wir zahlen die 30 Erzen, aber ich brauche erstmal ein bisschen Erfahrungspunkte. Erfahrungspunkte. Du solltest... Du solltest... So. Jetzt können wir auf dem Rückweg schon mal den Einhandkampf lernen. Irgendwer muss mich nachher reanimieren. Ich muss gleich erstmal sofort duschen gehen nach dem Stream. Alter, ich bin so vom ganzen Lachen am Schwitzen gewesen. Das ist nicht mehr normal. Dabei ist es heute gar nicht so warm, aber die wird einfach so warm, wenn du die ganze Zeit nur grundlegend am Lachen bist, dass dir schon Tränen aus den Augen kommen. Das ist einfach so bescheuert. Adami, viel zu viel. Du hast... Kann man gar nicht in Worte fassen, was du alles verpasst hast. Es ist schwierig, das überhaupt wiederzugeben. Es passiert hier am laufenden Band immer irgendwas. Lass es. Schon mit Liege daddelt? Yo. Meine Rücken weint. Das war zum Beispiel ein Highlight. Ja. Was? Ja. Sauber. Warum diese Frage? Alles steht unter unserer Kontrolle. Auch die Sauberheit. Was ist auf Lager? Hier bewachen wir den Eingang zur Mine. Niemand außer unseren Leuten kann dort eintreten. Warum hat er das jetzt gesagt? Wer ist dir verantwortlich? Hier ist die Eve in der Orkülpfanne. Lee ist für das Lager verantwortlich. Daher ist es besser, diese beiden zu kontaktieren. Wie kann ich hier dem Team beitreten? Um hier im Kessel spielen zu können, musst du zunächst deinen Dienst im neuen Lager unter Beweis stellen. Dort fragen. Dort fragen. Ja. Ich frage einfach mal dort. Wie sieht das aus? Ruhig. Zu leise für meinen Geschmack. Gibt es ja etwas Besonderes? Wenn wir getäuscht werden, gibt es hier nichts als Ärger. Oh ja. Sie werden auch in Schwierigkeiten geraten, wenn sie versuchen, in die Mine oder das Wachhaus einzubrechen. Mach ich nicht. Verdienst ihre Fehler. Hier in der Pfanne geht alles durch den Kühler. Kommuniziert mit wichtigen Personen im Lager. Wenn sie hier also einen Fehler machen, werden auch die Wasserbändigen im neuen Lager davon erfahren. Ja. Sie kann ich teilnehmen. Um hier beizutreten, müssen sie zunächst einen Namen haben. Bereisen sie sich zuerst woanders und verdienen sie dann den Kessel. Das ist schon schlecht, wenn man der namenlose Held ist und einen Namen braucht. Sweeney. Wer bist du? Ich bin der beste Bauer, den diese verdammte Kolonie je gesehen hat. Ich werde dafür sorgen, dass sie nicht gegen die Felsen stoßen, denn die Hälfte unserer Männer ist zu dumm, um an der richtigen Stelle zu graben. Ich möchte zu Cereben. Aus diesem Grund, denken Sie nicht, dass Sie hier zu viel erwarten können. Es gibt jeden Tag drei Portionen Reis und für den Rest könnt ihr euch selbst sorgen. Wissen Sie, warum wir das tun? Wir tun etwas, damit alle eines Tages hier rauskommen. Das bedeutet, dass das gesamte Erz geworfen und auf eine große Seite gelegt wurde. Und einen alle Monat bekommt jeder, der hier spielt, 50 Stück Erz zu trinken. Dies sind die wichtigsten Dinge, die Sie wissen müssen. Äh, ja. Ja, essen. Dann wissen Sie, worauf Sie achten müssen. Schutzkleidung. Du solltest nach einer Hacke suchen. Sich amüsieren. Kai, ja, ich glaube, wir brauchen wirklich alle einen Deutschgrundkurs nach diesem LP. Also ich auf jeden Fall. Hast du die Leute von Piranha Beats mal zu einem Gespräch eingeladen? Nö. Hab ich nicht. Also, doch, ich nicht direkt Kurga hat damals angefragt, aber da bestand kein Interesse für den Podcast. Aber vielleicht waren wir auch zu klein. Arbeiten ist Spielen. Das ist sehr richtig. Solo. Suche nach Kleidung. Wir haben sie gefunden. Hallo, du. Du bist nicht eines meiner Kinder. Was machst du hier? Papa? Wer bist du? Okay. Ich habe den Befehl. Ich wollte nur zur Wille gehen. Du wolltest für eine Minute in die Mine kommen. Ich glaube nicht, dass du weißt, wie man es spielt. Niemand kann die Mine ohne mein Erlaubnis betreten. Schreiben Sie es hinter die Ohren. Wer ohne meine Erlaubnis die Mine oder das Wachhaus betritt, ist ein toter Mann. Kann ich eine Erlaubnis bekommen? Ich weiß, warum sollte ich dich überhaupt in die Mine lassen. Geh jetzt. Ich bin bei dir tun. Ja, das hat absolut gar keinen Sinn ergeben. Aber schauen Sie einfach hier. Passen Sie dann auf, dass Sie den Kessel nicht zerstören. Sonst landen Sie früher im Grab, was Ihnen lieb ist. Ich muss gehen. Dann lass mich in Ruhe. Das war deutlich. Oh, die Bergmänner. Steck mal weg da, das Ding. Rede mit mir. Junge, die sind so verbatzt. Schlauer Mensch. Rede mit mir. Wie soll es aussehen? Schrecklich wie immer. Es gibt fast nichts zu essen, aber es gibt immer etwas zu tun. Der einzige von uns, der nicht viel zu tun hat, ist Zwene. Ockel hat ihn ernannt, um uns Bergleute zu vertreten. Jetzt steht er den ganzen Tag und achtet darauf, dass er keine Schwierigkeiten an den Händen hat. Die reden so ruhig. Hallo, und hallo, Amschka Play. Was ist das? Wie sieht es aus? Wie ist der königliche Palast? Wenn du also wirklich in der kostenlosen Mine spielen willst, musst du beweisen, dass wir dich im Kessel gebrauchen können. Da ist der Verantwortlich. Erzähl mir, was ich um dich herum sehe. Definitiv nicht die Art von Leuten, die den ganzen Tag spielen, um genug Erz zu bekommen. Wie kann ich der Schaden beruhnen und weit wirken? Mit uns gehen? Denken Sie nicht, dass die Leute hier nicht spielen, weil wir es nicht müssen. Wenn Sie also denken, dass Sie hier etwas vermasseln können, liegen Sie falsch, mein Freund. Wenn Sie immer noch glauben, am richtigen Ort zu sein, sprechen Sie mit Zwene. Ein Bergmann, der den ganzen Tag im Stehen raucht. Simbel, kannst du erklären, was mit Google Translate anders ist? Ja, ich glaube, es sollte dir schon auffallen, dass die ganzen Texte überarbeitet sind. Alle Texte wurden ins Russische, dann ins Türkische, dann zurück ins Deutsche, dann ins Schwedische und wieder zurück ins Deutsche übersetzt. Und wir sind da, wo wir sind. Und das Ganze wurde dann mit GameTTS vertont und der Held hat eine sehr spezielle Sprachausgabe bekommen. Alter, dieser Bergmann regt mich so auf, ne? Der redet einfach nicht mit mir. Ach, jetzt redest du mit mir, oder was? Ja, das war ein sehr merkwürdiges Gespräch, aber danke. Hallo, du! Was ist passiert? Hallo! Du wanderst umher, als ob du etwas suchst. Genau, kein Dornen. Könnte nicht sein. Vorredebar. Beeindruckend? Fragen Sie mich, ich kann Ihnen helfen. Was hast du dir da bald gedacht? Was brauchen Sie? Wie wäre das mit einem guten Schwert, wenn er stark nass tun oder Zugang zu einem Minder? Erleichtere dich. Alles ist so nachlässig. Ich habe, wenn sie sich etwas anbieten, werden ihre Augen gefüllt. Ich kann eine Waffe für dich finden, die alle Gegner besiegt. Sehr gut. Alles, was sie tun müssen, um sie zu bekommen, ist mir einen kleinen Gefallen zu tun. Und es gehört dir. Was sagst du? Was soll ich deswegen machen? Licht, gib mir fünf Äpfel, zwei Flaschen Reislikör, fünf Gläser Bier, drei Brot, zwei Käsesstücke und zwei Weintrauben und wir gehen. Vertrauen Sie mir. Sie werden es nicht bereuen. Wie ich sagte, damit schlägst du wirklich alle Gegner. Er will mit mir ein romantisches Dinner haben. Nein, die Antwort ist aber kein Problem besser. So, genau wie du. Du hattest einen Moment. Shit, ich habe das Falsche gesagt. Aber egal, die Quest ist sowieso ein bisschen bescheuert. Ich habe dabei nachgedacht. Ich möchte ihr Angebot gerne annehmen. Dafür ist es zu spät. Du hattest einen Moment. Tja, dann werden wir wohl damit leben müssen. Es wird kein Picknick geben mit Baloru. Komm ich hier irgendwie weg? Ah! Das tat ein bisschen weh. Aber nur ein bisschen. Gut, dass wir eine Mürrl-Suppe haben. Und ein Auflauf mit Fleischbärchen. Sehr lecker. Wie lange streame ich noch? Bis acht. Also nicht mehr lange. Jetzt nach über vier Stunden brauche ich dann gleich mal eine Pause von dem ganzen Wirrwarr hier. Fun Fact, beim ersten Gothic-Run habe ich ihm geglaubt. Ich glaube, Neo, jeder hat ihm geglaubt, oder? Vielleicht nicht jeder, aber wenn man noch ein naives Kind war, dann wahrscheinlich schon. So, dann gehen wir zu Court, lernen den einhändigen Kampf. Und dann können wir noch Shrike verprügeln vielleicht, zur Feier des Tages. Der Outsider, du kannst dir ja gerne den Stream von Anfang an anschauen. Beziehungsweise, glaube ich, wenn das als Video da ist, musst du es erst verarbeiten. Aber in ein paar Stündchen oder morgen kannst du ihn ja gerne anschauen. Der Anfang ist auch sehr empfehlenswert. Kommt schon, nichts ist heißer als ein was. Warum redet er seinen Satz nicht zu Ende? Hallo, Kabel. Ich möchte mich im Oben dann mit Einhandwaffen verbessern. Gute Entscheidung. Um Ihre Technik zu verbessern, müssen Sie zunächst lernen, Ihre Waffe richtig zu halten. Anfänger nutzen Einhandwaffen meist mit beiden Händen. Es ist besser, eine solche Aktion nicht zu starten, sie wird sie nur behindern. Halten Sie die Waffe mit der Klinge nach oben in einer Hand und schütteln Sie sie dann vorsichtig. Du musst lernen, mit deinen Bewegungen die Geschwindigkeit deiner Waffe zu kritisieren. Dann kannst du schneller zuschlagen. Wenn sie meinen Anweisungen folgen, werden sie in Zukunft eleganter und vor allem schneller kämpfen. Ja, und noch etwas. Basistreffer verursachen mehr Schaden als andere. Als Anfänger hat man kaum eine Chance, solche kritischen Treffer zu landen. Aber je weiter sie vorankommt, desto besser wird diese Fähigkeit. Ja, das war sehr deutlich und auch sehr verständlich. Ich habe keine Fragen mehr. Also ich persönlich, Outsider, gucke mir auch Streams, die mich interessieren, auch nachträglich an. Ich habe damit eigentlich kein Problem, weil ich die meiste Zeit sowieso nicht direkt mit dem Streamer interagiere. So, du Spinnvogel. Hä? Wieso treffe ich die nie mit den seitlichen Schlägen? Diese Stöhne ist aber viel zu gut. Warte, die seitlichen Schläge treffen aber überhaupt nicht. Fuck. Der Kampf einschiebt. Der Trinkclub. Wir haben endlich den Trinkclub. Ich bin jetzt öfter live, äh, Outsider. Du hast also immer mal eine Chance. Du wirst wenig Zeit haben, ein P-Mann zu werden. Ein P-Mann? Du hast also öfter eine Chance, mich noch live anzutreffen. Ich höre nicht mehr bei. Spinnvogel. Willst du wieder mit mir fahren? Nein. Zurückkehren. Wir sprechen später. Zurückkehren. Hallo, Smoke. Und, äh, Smoke, ich muss dir leider sagen, ich bin nicht mehr lange da. Horn. Aber behalte es für dich. Nicht jeder muss es sofort wissen. Horn. Schriekert hat eine andere Hütte gefunden. Essen. Torloff hat mich gerade gefragt, ob er den jungen Leder an die Ohren kleben möchte. Bis später. Wieso will ein Leder an die Ohren kleben, Mann? Alter, alles der. Ich brauche gleich auch unbedingt eine Pause. Ich gehe gleich erstmal, glaube ich, kalt duschen, um wieder klar zu kommen. Wo gehst du hin? Wo? Vergiss es. Ich bin ein Vertfinder. Sprecher Betrust. Du siehst auch aus wie einer der Schlammfässer. Immer mit dir. Danke. Ich denke nicht mehr darüber nach. Passwort. Ich dachte, es wäre schon entschieden. Ich glaube nicht, dass sich etwas ändern muss. Guten Abend, Max. Das Ende. Ich sage, das hat eine Nachricht für Sie. Sag mir. Wer will wissen, was in Sektenlage los ist. Wer sagt, dass man sich darum kümmern muss. Ich habe alles schön in Ordnung zu sein. Okay. Wir sind die Gilde ADM. Was auch immer das bedeutet. Du brennst übrigens. Was? Wo ist eigentlich Silas? Ich hänge im Topf fest. Ich destiliere Reiswasser, mein Sohn. Hier. Das heißt, aber sag es Silas nicht. Wie läuft das in der Braggerei? Ich kann kaum so viel satt machen, wie Männer trinken. Dieser gute Mensch. Solange ich hier genug zu tun habe, werden mich die Rieke-Lord-Boys nicht stören. Die Rieke-Lord-Boys. Was können Sie uns über den Rieke-Lord erzählen? Er ist ein verdammtes Schwein. Die Banditen wählen Schwächlinge aus, um sie zum Stehlen auf den Feldern zu zwingen. Der Einzige, der davon profitieren konnte, war Horatio. Aber das hat nichts mit Eder zu tun. Ich habe, ich hörte den Reis-Lord sagen, dass er den Schädel brechen wollte. Aber es gelang ihnen nie. Die Überzeugungen hindern ihn daran. Ja. Und das ist auch das Schlusswort des heutigen Streams. Leute, ich muss jetzt erstmal wieder klarkommen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Schön, dass ihr alle dabei wart. Vielen Dank für Kanalmitgliedschaften, Spenden und so weiter. Weiß ich sehr zu schätzen. Dankeschön. Und ich hoffe, wir sehen uns dann morgen wieder um 16 Uhr und machen hier an der Stelle weiter. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen...